Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hahahaha! Hi, ich bin der Dom, sondern die von jemandem, der einmal mehr hier mit mir sitzt und es freut mich sehr. Moinsen, Paul. Hallo Dom und hallo liebe ZuhörerInnen. Ja, natürlich. Ach Gott, jetzt habe ich das Walla Morghulis vergessen. Ganz schlimm. Ja, mein Gott. Schön, dass du es wieder geschafft hast, entgegen sämtlicher widrigster Umstände, weil wir kriegen ja bekanntlich die Folgen immer vorab. Und letzte Woche war das ja schon so ein kleines Problem, dass das alles, sage ich mal, im Verzug war. Aber diese Woche ist es echt hart und ich bin gespannt, wann ihr da draußen das hier überhaupt hören werdet. Also es wird auf keinen Fall Montag, wahrscheinlich Dienstag oder so erst Mittwoch sein. Denn wir haben wirklich erst am letzten Wochenende den Screener erhalten. Ich muss sagen, ich wurde eine ganze Zeit lang nicht schlau draus, auch wenn ich mir dachte, kriegen wir jetzt überhaupt noch einen. Denn wenn man sich jetzt dann aber hier diese Folge so ansieht, vielleicht hängt es mit der Post-Production zusammen, oder? Ja, wobei wir auch in dieser Staffel ja schon andere Folgen hatten, die da vielleicht, was die Produktion angeht, nochmal aufwendiger waren. Ich weiß es nicht. Also klar, hier gibt es wieder so einen kleinen Drachenauftritt. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt genau daran lag. Auf jeden Fall herzlichen Dank trotzdem für den Screener. Last Minute, besser spät als nie. Ja, wir reden, glaube ich, mal kurz über Folge 6 und nicht nur über deine Meinung dazu, sondern auch, was das Ganze ausgelöst hat. Wobei du schon im Vorgespräch meintest, dass du da gar nicht so viel dazu zu sagen hast. Nö, tatsächlich ist es ähnlich auch wie zu Folge 5, in der ich ja hier auch schon das Recap mitgemacht habe. Im Gegensatz zu der fand ich die letzte Folge auch ein bisschen weniger zersplittert, aber sie hatte dann trotzdem auch diese Facetten, die, mit der ich schon so in Folge 5 nicht richtig wusste, was ich davon halten soll. Und mit Folge 6 hat sich das eigentlich so mehr oder weniger ein bisschen gefestigt. Ich fand nach wie vor die Visionen, die Damon da hat, irgendwie wahnsinnig ungelenk. Und es schlägt mittlerweile bei mir in so eine Richtung aus, wo ich mich frage, warum müssen diese inneren Konflikte von ihm oder was auch immer so erzählt werden und nicht ein bisschen zurückhaltender oder einfach anders, als es in der Serie ja auch stattfindet. Gut fand ich hingegen wieder der Blick direkt nach Königsmund oder dann auch dieser Plan, der sich da offenbart mit den Hilfsgütern, die sozusagen an die Küste geschickt werden. Fand ich schön und auch, dass, auch dass Eamon so zum ersten Mal so ein bisschen ausgebrochen ist. Wir hatten ja in Folge 5 immer so wie kühl und distanziert und kalkuliert er das Ganze macht, aber schon am Anfang von Folge 6 zeigte ja doch auch mal seine, seine aufbrausende Art. Und da war ich auch schon ein bisschen, ach ja, ich habe mich gefreut, dass man dann auch den Charakter von der Seite mal sieht, weil das gehört nun mal auch zu ihm dazu. Und ja, ansonsten fügt sich die Folge aus meinen Augen wieder genau da hinein in den Verlauf der Staffel irgendwie. Und das setzt sich auch in Folge 7 wieder fort. Für mich ist es weiterhin eine Staffel, die, die natürlich wahnsinnig viel erzählt, die wahnsinnig viele Fässer aufmacht, die, wie du auch ja auch im Vorgespräch sagtest, auch nicht Filler an Filler aneinander reiht, weil Filler ist hier eigentlich sehr wenig, sondern immer wieder Dinge aufbaut, die auf etwas zulaufen, was wir aber vielleicht nicht mal in der Staffel noch sehen werden. Ja, da kann ich mich anschließen. Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass es einfach nur eine Filler-Staffel ist. Ich würde auch das bei keiner Folge sagen, weil dafür einfach zu viel Einschneidendes passiert. Also es sind sehr viele ruhige Folgen diesmal. Und man merkt eben auch, ja, dass die Staffel verkürzt wurde auf acht Episoden, auch so an dieser zersplitterten Dramaturgie, sage ich mal. Aber bevor das jetzt hier in Staffel-Recap kippt, ja, sehe ich auch mittlerweile so eine Tendenz zur Übergangs-Staffel. Was ich noch ergänzen kann zur Folge 6, es ist mir so erst im Nachhinein bewusst geworden, wie perfide eigentlich dieser Plan ist mit den Vorräten. Ich weiß nicht, ob wir es im Recap selber gesagt hatten, also meine Wenigkeit und Sven, schöne Grüße. Oder ob es Off-Mic war. Ich hatte dann zwischendurch so den Gedanken, ja, wo kommen eigentlich diese ganzen Vorräte her? Die kann das ja unmöglich alles auf Dragonstone haben. Und dann ging mir erst mal so durch den Kopf, das sind ja eigentlich die Sachen, die so oder so in die Stadt gelangt wären, wenn es nicht die Blockade gäbe. Also letzten Endes hat Rhaenyra da gar nicht viel machen müssen und lässt es eigentlich so aussehen. Ich meine, sie ist ja eigentlich diejenige, die das zurückhält. Also das hat bei mir im Nachhinein auch echt so Assoziationen geweckt zu dem, was Russland so in einigen Regionen der Ukraine macht, wo man irgendwie die zerbombten Häuser jetzt wieder aufbaut und sich plötzlich als wohltätig gibt. Um nochmal zur Folge an sich zu kommen und den Reaktionen da drauf, die sind ja doch relativ, ja, durchwachsen ausgefallen. Also die fünfte Folge war ja auch schon ein bisschen umstritten. Und als ich dann so in die IMDb guckte für unter anderem den Titel der Episode, fiel mir auf, dass die Folge ziemlich schlecht bewertet wurde. Es ist eventuell sogar die schlecht bewertetste der gesamten Staffel. Ja, der ganzen Serie. Ja, der ganzen Serie, richtig. Ja, zuerst dachte ich mir so, hm, da zieht sich jetzt irgendwie der Frust über die Damon-Haren-High-Storyline dann vielleicht noch bis hierhin, was ich ja durchaus auch verstehen könnte, wenn man damit Probleme hat. Aber nein, die Leute haben mit was ganz anderem Probleme, ne? Und es war irgendwie sowas von klar. Ich frage mich im Nachhinein, warum ich nicht direkt drauf gekommen bin oder wie war es bei dir? Also für mich war es tatsächlich nicht klar, also beziehungsweise ich hätte das gar nicht als, also ich hätte daran gar nicht gedacht, weil es ja auch, also sowohl in der Welt von Game of Thrones als auch in der Welt von House of the Dragon schon sehr wohl, und wir können es ja direkt ansprechen, queere Figuren gab. Und in dem Fall geht es ja um die Szene zwischen Rhaenyra und Mysaria am Ende der sechsten Folge, die ich auch sehr, sehr schön fand, weil sie einen Moment kreiert, der einfach entsteht und in meinen Folgen auch sehr konsequent ist. Denn wir sprachen ja vor zwei Folgen schon über das Ventil und die Funktion von Mysaria, also die sie gegenüber Rhaenyra hat und für mich war das einfach die nächste Schlussfolgerung, dass sie nicht nur eine Nähe über das Gespräch und über die Ratschläge von ihr sucht, sondern schließlich auch irgendeine Art von körperlicher oder noch emotional tiefgehendere Nähe sucht. Und da fand ich das einfach ein Schluss, der sehr, sehr nachvollziehbar war und dass er dann noch in so einem Moment so entsteht. Und da muss man auch sagen, im House of the Dragon hat sich ja in Staffel 1 auch schon berichtigterweise so ein bisschen Kritik für seine Darstellung von queeren Figuren, beziehungsweise von dem Schicksal der queeren Figuren eingeholt. Stichwort hier bei der Hochzeit. Umso schöner fand ich, dass das hier dann eben auf eine Art und Weise entsteht, die diese ganze Kritik an Folge 5 der ersten Staffel nicht weg macht, aber die dem zumindest jetzt noch ein bisschen eine Dimension verleiht, die sich einfach natürlich einfügt in diese Welt und wo dann die queeren Charakter nicht gleich drauf gehen. Ja, vor allem, dass sie es ausgerechnet auch mit dem Charakter Mysaria gemacht haben, wo ja auch schon einige Kritik bei der ersten Staffel war. Also auch durchaus von meiner Seite. Ich habe absolut nichts gegen die Schauspielerin. Ich finde die eigentlich sogar sehr gut, wenn die mal was zu tun kriegt. Aber das ist eben das Stichwort. Die war ziemlich unterentwickelt in der ersten Staffel und tauchte auch wirklich. Also am Anfang wurde sie ja eingeführt und dann so für bestimmt bald rund zehn Jahre taucht sie nicht mehr auf einfach. Und dann wie Kai aus der Kiste plötzlich wieder und ist dann so gesellschaftlich aufgestiegen. Und ich muss auch sagen, ich fand es, also die Szene an sich hat mich überhaupt nicht gestört. Ich fand die auch sehr schön inszeniert. Die ist ja auch, wirst du ja wahrscheinlich mitbekommen haben, dass sich jetzt irgendwie auch Emma Darcy und Sonoya Misuno dazu geäußert haben. Die war ja tatsächlich größtenteils improvisiert. Also stand zwar wohl irgendwie eine Art von Nähe im Drehbuch und dann hatte Emma Darcy anscheinend die Idee, das halt wirklich dahingehend weiterzutreiben. Also das war ja improvisiert oder auf jeden Fall. Also es war zwar schon natürlich vereinbart, so wie es ja dann auch inszeniert ist, dass es jetzt nicht völlig aus dem Nichts kam. Aber ja, sie hatten halt die Idee. Und ich muss sagen, ich finde das auch überhaupt nicht unglaubwürdig, dass Mysaria ja möglicherweise auch eher an Frauen interessiert sein könnte, wenn man überlegt, was die so mit Männern erlebt hat. Und die hat halt auch, zum einen hat die ihren Körper verkauft und zum anderen war sie ja auch relativ lange wohl auch eine, ja, ich sag jetzt mal ganz salopp, Puffmutti. Weil sie ja durchaus auch Interesse an beiden haben kann. Das sei ja mit der Szene jetzt vielleicht auch nicht ausgeschlossen. Das auch, natürlich. Aber nee, also auch bei Rhaenyra sind da durchaus, wenn du dir mal so die erste Staffel anguckst, auch gegenüber Alicent. Also die sind schon sehr eng gefreundet in der ersten Staffel. Ja, und wie gesagt, also ich fand es auch in keiner Art und Weise irgendwie aufdringlich. Weil es halt auch so inszeniert war, wie es inszeniert war bei einer anderen Inszenierungsweise. Ließe sich das vielleicht auch noch kritisieren oder jetzt auch vielleicht mit laufenden Folgen oder mit der laufenden Staffel vielleicht auch nochmal kritisch betrachten, also was sie jetzt daraus entwickeln oder was es dabei bleibt. Nicht, dass es dann in die Richtung Queerbaiting oder so irgendwie geht. Aber das war einfach eine Szene, die in dem Moment einfach entstanden ist. Und da passt das irgendwie auch, dass es so mehr oder weniger improvisiert war. Oder dass es jetzt vielleicht nicht eins zu eins so stand, weil dieses Gefühl, das überträgt sich halt auch, dass das eben da gerade entstanden ist, wo sie das gespielt haben oder wo sie sich da, wo sie das gedreht haben. Also ich hatte auch festgestellt, so im Nachhinein, also wir hatten ja den Screener schon vorab. Und als ich dann mit der Folge fertig war, hatte ich einfach mal so gegoogelt oder so auf Twitter geguckt. Und für alle, die jetzt irgendwie meinen, das sei total random gewesen in der Szene. Nein, in der Szene vorher macht Rhaenyra, äh, macht Myssaria Rhaenyra schon wirklich ein Kompliment, ne? Wie sie da aussieht mit dem Schwert und dem Kleid. Auch schon in den Folgen vorher, also selbst schon in der zweiten Folge, haben durchaus Zuschauer gewisse, ja, Vibes zwischen beiden verspürt. Und auf diese Szene wurde ja auch dann nochmal zurückgegriffen, als Myssaria ihr Herz ausschüttet, ne? Ja, ich glaube auch, dass viele Myssarias Rolle vielleicht auch unterschätzt haben in der Hinsicht. Ja. Weil sie sie immer noch so als wie, halt als einen Varys aus Game of Thrones wahrnehmen, der halt wirklich nur dafür zuständig ist, jetzt da irgendwie, keine Ahnung, für die Information oder so geheime Pläne zu schmieden. Aber dass es nicht so ist, das zeigt ja schon, wie sich Rhaenyra auch die Staffel schon gegenüber ihr geöffnet hat. Ja. Das war ja bei Varys jetzt nicht, also Varys hatte ja nie die Figur, wo dann die Könige oder die Königin hingegangen ist und sich ihm da die Seele ausgeschüttet hat. Aber das war hier bei Rhaenyra und Myssaria schon, ja, sehr deutlich in der Staffel. Schön inszeniert, es wirkte auf mich überhaupt nicht erzwungen. Und ja, wenn man sich dann halt ansieht, wo, also aus welcher Ecke eben dieses Review-Bombing auf Plattformen wie IMDb kommt, über ein Drittel mutmaßlich Stimmen aus Saudi-Arabien. Und das sind wahrscheinlich exakt dieselben, die vor etwa anderthalb Jahren auch die dritte Episode von The Last of Us abgestraft haben. Und da ging es ja letzten Endes auch um Krieron-Inhalt, sage ich mal. Also es ist nicht überraschend. Ja, wobei ich auch da ganz, ganz, ganz vorsichtig sein würde. Also es ist jetzt nicht so, dass man den Fokus einfach verschieben kann und sagen können, ja, die da drüben waren. Nein, 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 zum Teil. Wenn man sich die Kommentare hier überall ansieht, dann ist es auch nach wie vor erschreckend, wie viele das hierzulande auch, wie viele hier auch solche Kommentare lieben. Ja, das definitiv. Ich finde, den Fokus dann dahin so ein bisschen zu werfen, das verschiebt so ein bisschen die Probleme, die halt hier genauso noch tief sitzen. Ja, ja, nee, nee. Wie leider auch an anderen Orten der Welt. Nee, nee, das war auf keinen Fall jetzt meine Absicht. Also Variety hat halt darüber berichtet, dass dieser Anteil aus Saudi-Arabien kommt. Und ja, der Rest dann wahrscheinlich auch größtenteils von, ja, muss man leider sagen, neurechten Populisten. Und ja, es lässt sehr tief blicken, dass diese beiden Gruppen sich, was das angeht, mittlerweile die Hände reichen können. Oder mittlerweile offen die Hände reichen. Aber das soll es dazu gewesen sein. Ich kann an alle, die da irgendwie ein Problem mit haben, nur eine Filmempfehlung rausgeben. Wirklich den fantastischen Porträt einer jungen Frau in Flammen. Mehr sag ich dazu nicht. Wirklich einer der schönsten, ja, Liebesdramen ist das ja eher, ne? Und da ist es auch scheißegal, dass es zwei Frauen sind. Der ist fantastisch. Schaut ihn euch an. Wir kommen dann aber mal zur Folge selber, beziehungsweise meine Ergänzung zu Folge 6, die obligatorischen Ergänzungen. Ich hatte sie letztes Mal in die Folge verschoben und hab so ein bisschen die Theorie, dass die dadurch so lang geworden ist. Und ich bin gespannt, wo wir hier heute enden. Aber ich hab den Vorsatz, dass wir zumindest mal unter drei Stunden bleiben. Also fingers crossed. Aber zur Folge 6 ein paar Ergänzungen. Und zwar, Aline hat ja diese Szene, wo er sich den Kopf abrasiert. Und da ist mir dann doch aufgefallen, ja, er hat helle Haare tatsächlich im Gegensatz zu seinem Bruder. Oder vielleicht sieht man das bei seinem Bruder Adam auch nicht so deutlich. Aber bei Aline doch definitiv. Und mir ist auch aufgefallen, in der Szene davor, wo er mit Corlys redet, trägt er tatsächlich ein Kopftuch. Also um das wirklich zu verbergen. Da waren wir in dem Moment anscheinend nicht so aufmerksam. Weil gut, bei den Screenern konzentriert man sich nochmal auf was anderes. Dann gab es noch die Szene in der Schenke. Also wo diese Madame Sylvie dort steht und sonst was erzählt aus dem Roten Bergfried. Um da irgendwie Missgunst zu schüren. Und ich hatte recht, es ist tatsächlich Madame Sylvie, die spricht nämlich da auch von ihren Mädels, die angefordert und verköstigt worden seien im Roten Bergfried. Also sprich, sie ist auch eine Puffmutti. Und dann hatte ich mal nachgesehen, die tauchte einem Ende der ersten Staffel auch schon auf. Ich nehme mal an, in dieser Folge hier, wo die beiden Brüder da nach Aemond suchen. Nach Aegon. Dann noch ein kleines Detail vom Anfang der Episode mit Jason Lannister. Da ist mir aufgefallen, er redet da von Aemond nur als der Prinz und nicht als der Prinzregent, als er dort auf dieser Burg da eintrifft. Da dachte ich mir, also gut, vielleicht hat er vom Regierungswechsel in King's Landing noch nichts mitbekommen, weil er ja die ganze Zeit unterwegs ist mit seinem Heer. Da merkt man auch wieder, dass es eben eine mittelalterliche Welt ist. Aber zum anderen dachte ich mir dann schon, ich meine, der steht doch im Regenkontakt mit seinem Bruder Thailand und müsste dann, also Thailand sitzt halt direkt im Rad. Das kam mir ein bisschen komisch vor an der Stelle. Vielleicht haben sich die Drehbuchautorinnen da mal einen Fehler erlaubt. Ich würde es nicht fehlernd nennen, ich würde es eigentlich eher ziemlich raffiniert nennen, dass sie das da so eingebaut haben. Also ich fand das sehr schön und gleichzeitig aber seltsam. Ja, der kann ja auch sein. Und dann noch, wir haben ja Sir William Blackwood in dieser Folge hier. Ja gut, wir hatten ihn, muss man ja hier zu sagen. Und bislang war da die Vermutung, dass der diesen Benji-Cott Blackwood, genannt Bloody Ben, ersetzen würde in der Serie. Weil wir haben ja hier bekanntlich nur einen gesamten Zeitraum von 20 Jahren abgedeckt in der ersten Staffel. Im Buch sind das aber nahezu 30 Jahre, also so 27, glaube ich. Und dementsprechend ist Bloody Ben wahrscheinlich noch zu jung fürs Schlachtfeld. Aber da er ja schon mal erwähnt wurde, kann er vielleicht noch auftauchen, weil William ist ja jetzt schon wieder Geschichte. Und zuletzt noch eine Anmerkung zu der ganzen Tumult-Szene. Insbesondere zu der, wo diesem Mann der Arm abgehackt wird und wo Helena und Alicent da wirklich gegen so ein Gitter gedrückt werden. Ich will da nicht zu viel verraten, aber beides könnte sehr cleveres Foreshadowing für später sein. Mehr möchte ich dazu auch, glaube ich, gar nicht anmerken. Also zu dem, was dann wahrscheinlich in, ja, doch wahrscheinlich dann eher Staffel 4 kommt. Also es ist ja noch nicht ganz safe, wie für Staffeln es werden sollen. Also die dritte ist ja definitiv bestellt. Und nicht die vierte schon? Ich meine auch Ryan Condell hätte davon gesprochen, dass er insgesamt vier Staffeln haben wollte. Und ja gut, bei dem Erzähltempo bislang. Also ich meine, die nehmen sich ja schon Zeit, was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist. Aber Stichwort Zeit, damit würde ich sagen, ist das Gröbste abgehandelt. Und wir begeben uns in die Folge hinein, die wie immer natürlich keinen Titel hat. Du hattest mir schon Titel Pick geschrieben. Nachdem du mit der Folge durch warst, willst du den jetzt präsentieren oder erst später? Ja, du hast ihn ja vorhin schon genannt. Stimmt. In der Einleitung hast du ihn ja schon genannt. Wobei ich deinen, den du dann vielleicht, den du dann noch nennen kannst, den finde ich auch nicht schlecht. Mit der Drachensaat da. Ja, aber ja. Ja, ich hatte ja schon bei der letzten Folge getippt auf Seeds of the Dragon oder sowas. Und das tue ich jetzt diesmal hier. Letztes Mal, ich muss sagen, bei der sechsten Folge war ich auch so ein bisschen, ja gut, das gemeine Volk. Das ist natürlich zentral. Aber ja, es ist auch, es ist halt immer das Schöne bei House of the Dragon und auch schon bei Game of Thrones, dass diese Titel wahnsinnig mehrdeutig sind. Deshalb sind die auch nicht so völlig belanglos, wie manche Leute denken würden. Weil, ja gut, die werden ja nie eingeblendet bei HBO. Aber also im Gegensatz zu anderen Serien jetzt. Ich bin gespannt, wer am Ende von uns den Treffer haben wird. Aber ich muss sagen, deinen finde ich schon ziemlich super. Es ist halt die Sache, die müssen halt immer was finden, was irgendwie einen Bogen über die gesamte Folge schlägt, so ein bisschen. Eben, genau. Es müsste was sein, was möglichst zu dem Einhandlungsstrang. Aber vielleicht auch noch, wenn man es so ein bisschen zumindest weiter spinnen kann. Und ich finde auch, also ja, die Bronze eine Furie. Kann man vielleicht auch noch so dehnen, dass es auch noch auf andere hier passt. Ja gut, Bronze eher zur Silberhaar rüber vielleicht so, ne? Ja, eben. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass es nicht die Silberne Furie ist. Weil dann hätte es natürlich noch besser gepasst. Aber ich habe gedacht, ja, Bronze vielleicht, weil es so Rang 3 ist. Aber die Silberne haben wir ja mit Silberschwinge, ne? Zumindest, oder Silberwing. Aber dazu später mehr. Wir haben bei der siebten Folge tatsächlich mal wieder einen Neuzugang auf dem Regiestuhl. Auch wieder einen männlichen mit Lonnie Paris-Tier. Von dem hatte ich bisher, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich was gehört. Der hat viel tatsächlich im Horrorbereich gemacht. Unter anderem für American Horror Story oder Benshee von ein paar Jahren. Ich finde, das kommt gegen Ende durchaus ein bisschen zum Tragen. Beim Drehbuch haben wir einen Rückkehrer, nämlich David Hancock, der die dritte Episode geschrieben hat. Die auf mich tatsächlich sehr rund wirkte. Und deshalb war ich dann doch erstaunt, dass das hier wieder so ein bisschen, ja, Splitter-Stückwerk ist. So ein klein wenig, ne? Und deshalb irgendwie auch ironisch, dass wir beide jetzt wieder diese Folge besprechen. Aber Stichwort Folge, wir springen hinein. Der Vorspann hat sich soweit nicht verändert. Und wir steigen im Prinzip genau da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben, oder? Ja, genau. Bei Rhaenyras Aufbruch zu dem geheimnisvollen Drachenreiter, der sich da jetzt offenbart hat. Und dann auch zu einem, ja, wahrscheinlich jetzt schon der Schotz der Staffel. Oh, ja. Wie sich da zwei Drachen im fast Mexican-Stand-Off da gegenüberstehen. Und dann davor vor dieser Küstenkulisse noch dann ganz zwei ganz kleine Menschen. Ja. Und genau, dieses erste Aufeinandertreffen dann quasi von Rhaenyra und Adam. So ein grandioser Eröffnungsshot. Also, ich meine, ich liebe ja Aufnahmen mit Gegenlicht. Das haben wir hier diesmal nicht. Aber wirklich, das ist, das ist wirklich so Bäm. Und interessant fand ich vor allem, also nicht nur, dass die, dass die Menschen wirklich so klein wirken gegen die Drachen. Sondern, dass die auch als allererstes kommunizieren, weil die sich ja kennen, ne? Also Syrax und Sehrauch, ne? Adam und Rhaenyra kennen sich aber natürlich noch nicht. Und ja, Adam tritt so Rhaenyra so langsam entgegen. Man merkt, er hat auch Respekt vor Syrax. Und natürlich auch vor Rhaenyra. Aber er weiß, glaube ich, schon, also es hängt, glaube ich, in erster Linie mit dem Drachen zusammen, weil er dürfte wissen, wen er hier vor sich stehen hat, ne? Ich meine, sie brüllt es ihm ja dann auch genau entgegen. Genau. Und das fand ich auch erst mal schön, dass es nicht so dieses, auch ein Filmklischee ist, dass sich die beiden Figuren dann dort in normale Lautstärke unterhalten. Ja. Ne, Rhaenyra muss sich da schon ganz schön ins Zeug legen, denn also sowohl natürlich das Meer, aber als auch die Drachen, die jetzt auch nicht ganz still immer sind. Aber um das zu übertönen, muss sie sich da schon ganz schön aufbauen und das sieht man Emma Darcy auch an, dass sie da, dass da viel in Rhaenyra reingesteckt wird. Definitiv. Ja, sie hat sie halt endlich mal wieder eine Szene, wo sie wirklich mal ein bisschen, ein bisschen Dampf machen kann, ne? Fand ich sehr, sehr schön. Und ja, sie stellt sich dann halt ohne Umschweife vor und macht dann darauf aufmerksam, dass der Drache, den sich Adam da gekrallt hat, oder eigentlich eher Adam ihm, je nachdem, dass das eben einer von Haustagarin ist und wie er denn da drankommt und Adam meint dann, ja, es ist kein Vorsatz, er hat mich gefunden. Sie ist ja am Anfang wirklich so skeptisch, also auch am Ende der sechsten Episode hatten sie und Mysaria vermutet, ja, das kann ja eigentlich nur einer von den Grünen sein, der uns jetzt hier angreifen will oder auf jeden Fall bedrohen will. Aber nein, Adam ist ihr relativ schnell ergeben, sagt dann zwar, dass er in der Kunst des Drachenreitens gerne unterwiesen werden möchte, aber er kniet nieder und nimmt Rhaenyra direkt als seine Königin an. Ja, ich glaube auch, dass Adam jetzt von dieser Folge, wo er so gefühlt das erste Mal so richtig jetzt in die Serie sucht, also natürlich war er vorher schon zu sehen, aber so den richtig großen Einstand hatte er jetzt irgendwie mit diesem Drachen, oder letzte Folge da meinetwegen mit dem Drachen auftritt, aber dass sich seine Figur jetzt auch zumindest über die kurze Zeit jetzt schon zu einem Charakter entwickelt, den, glaube ich, sehr viele Menschen was abgewinnen können, weil er auch diese, weil er so eine erfrischende Art, sonst sind es immer die Figuren, die sagen, ich bin jetzt der Drachenreiter, ich bin dazu bestimmt, oder ich bin so, und er so, ich habe gar nichts damit zu tun, also war gar nicht gewollt, ich bin so aus Versehen auf diesen Drachen gestiegen, so nach dem Motto, oder er hat sich halt, er wollte, dass ich da drauf steige und schon wie diese Figur, oder wie sie da nochmal eingeführt wird oder gegenüber Rhaenyra auftritt, ich glaube, das dürfte ziemlich vielen Leuten gefallen. Also ich habe mich auch bei der sechsten Episode, das habe ich gar nicht mal so zum Ausdruck gebracht, aber das ist ja wirklich so die Game of Thrones-Variante von Drachenzähm leicht gemacht gewesen. Und ich habe mich, ich habe mich wirklich auch für Adam gefreut, also ich finde, also Alin mochte ich schon sehr, sehr früh eigentlich, weil der Schauspieler, der, dieser Abu Bakr Salim, der hat was, aber jetzt auch Clinton Liberty heißt der, glaube ich, Adam, da wächst gerade wirklich richtig meine Sympathie für und ich habe mich, also ich habe mich wirklich gefreut. Also es war auch eine großartige Szene, wie Seerauch ihn da aufstöbert. Was ich jetzt an dieser hier allerdings auch interessant fand, auch wieder im Hinblick auf das Verhalten der Drachen, Die spiegeln auch das Verhalten ihrer Reiter, ne? Also als Rhaenyra auf ihn zugeht, bewegt sich Syrax hinter ihr auch, ne? Und bei Adam ist es dann auch so, dass Rhaenyra Respekt hat vor Seerauch, der sich dann nämlich auch hinter Adam schützend aufbaut, ne? Also fand ich sehr, sehr schön, diese Nuancen. Und seit ewiger Zeit hat man mal wieder so etwas wie Freude oder auch Hoffnung in Rhaenyras Gesicht gesehen. Hat ja auch in dieser Staffel schon sehr viel wieder durchgemacht und hatte ja auch in Folge 1 schon wieder einen sehr eindringlichen Moment mit ihrer Trauer um Luke. Aber hier jetzt, also dass auch Emma Darcy das so gut zum Ausdruck bringen kann, also das fand ich schon, auch nicht zum ersten Mal in dieser Folge, so diese Momente gibt es noch ein, zwei Mal, auch die Gegenseite, aber diese Momente finde ich überwiegen in dieser Folge und das hat man bei Rhaenyra in dieser Staffel zumindest nie gehabt. Ja, oder einfach eher selten. Oder sehr selten. Es ist eigentlich so ein bisschen so der genaue Gegenentwurf zu dem, was in Folge 1 war, ne? Wo sie ja total von Trauer zerschlagen war. Das war ja sogar auch in einem ähnlichen Setting, wurde sie da mal gezeigt. Und jetzt hier, ja, ist sie ziemlich, also sie ist schon überrascht durchaus und auch ein bisschen überrumpelt davon. Aber auch sehr, sehr schnell. Eine komplette Mischung aus allem. Ja. Ja. Du merkst, wie es in Rhaenyra arbeitet, so. Ja. Okay, was kann das bedeuten? Weil sie weiß ja noch nichts weiter über ihn. Okay, aber was bedeutet das jetzt? Also, du siehst richtig, wie etwas in ihr aufkeimt. Ja, und sie möchte natürlich auch wissen, wer er jetzt eigentlich genau ist. Und er stellt sich dann vor, ja, also er war im Dienste von Haus Velarion. Wir haben ihn ja gesehen, dass er da irgendwie in der Schiffswerft arbeitet. Ich hatte eigentlich eher spekuliert, dass er eher so ein Anglertyp ist und sein Bruder eher der Hafenarbeiter. Aber nein, er ist in der Schiffswerft tätig gewesen. Und er meint dann auch, ich mag zwar von niedriger Geburt sein, aber ich weiß ja trotzdem, was es heißt zu dienen. Und vor allem sieht er es ja auch wirklich als, ja, den Willen der Götter. Und von wegen, ich kleiner Lurche, wer bin ich, mich dem Willen oder der Vorsehung der Götter für mich zu widersetzen. Und Rhaenyra will aber trotzdem wissen, was jetzt genau so seine Abstammung ist. Und da wird er ein bisschen weniger informationsfreudig, sage ich mal. Denn er weist zwar darauf hin, dass seine Mutter eine Schiffsbauerin auch schon war, aber sein Vater, ja, ist eher so unbedeutend. Und das ist dann auch eigentlich genau umgekehrt gegenüber der Hackordnung in Westeros. Weil, ja, ich glaube, dass ein Corlys Velaryon schon etwas höheren Stellenwert hat als eine Schiffsbauerin, die hier wirklich nur ganz am Rande erwähnt wird. Es ist schade, dass die Serie da nicht so mehr darauf eingeht. Das ist nämlich Marilda of Hull, die diese beiden Bastardsöhne gezeugt hat. Es wird ja dann später auch nochmal gesagt, dass sich Corlys auch nicht mehr so wirklich an die erinnern kann. Also das kommt hier wirklich nur am Rande vor. Aber die hatte den Spitznamen Maus unter anderem, weil die sehr klein und flink war und dann in der Schiffswerft gearbeitet hat. Und das dürfte Lord Corlys vielleicht imponiert haben. Also Rhaenyra ist noch so am Hadern, könnte er den Targaryen-Vorfahren haben. Weil der große Knall für sie ist hier eigentlich, dass Adam hier etwas vollbracht hat, was sie eigentlich insbesondere im Hinblick auf die sechste Folge für nahezu unmöglich hielt, ne? Ja, sogar noch ein Stück weiter, weil sie ja so gar nicht weiß oder so gar nicht einordnen kann, okay, inwiefern ist er mit der Familie irgendwie verbunden oder vielleicht doch nicht. Die Informationen sind sehr knapp. Vielleicht kann sie sich was zusammen reimen, aber es ist ja nochmal, es ist ja von ihm hat sie jetzt halt so wenig Wissen. Also so fast gar keines, wo sie gegenüber den oder bei den anderen Lords oder bei den anderen, die sich da oder der Herr, der sich da letzte Folge getraut hat, da wusste sie, sie ja zumindest so in etwa könnte funktionieren. Ja, und dann dieses von wegen, dass das Blut ist zu dünn geworden oder das Blut war zu dünn bei Sir Stefan, ne? Und hier hat sie ja eigentlich wirklich keinen großen Anhaltspunkt, weil, naja, die Familie von Adam, die wird wohl kaum Buch über ihre Blutlinien führen, wie das eben die Targaryen machen. Aber ungeachtet dessen ist sie, sie ist wirklich, also ich fand es vielleicht ein bisschen platt, dass sie das so ausdrücken muss, aber die freut sich halt echt in dem Moment. Und ich fand allgemein dieses ganze Gespräch, das mag auch so ein bisschen an der Kulisse vielleicht gelegen haben, weil man da jetzt vielleicht nicht die tiefgründigsten Dialoge jetzt dort an der anderen Stelle führen kann, das war schon alles sehr dick und sehr theatralisch aufgetragen und dazu hat es dann wiederum gepasst, diese sehr extrovertierte Reaktion. Das stimmt allerdings, ja. Ja, es ist auch einfach eine ungewohnte Kulisse, ne? Und es hatte, die ganze Szene, die hatte was, ah, was sehr Erfrischendes und Hoffnungsvolles. Das sieht man nicht so oft in der Serie, solche Momente. Nee, nicht wirklich. Und gerade bei Rhaenyra tut das, glaube ich, auch sehr gut. Ja, das Ganze endet dann damit, dass sie eigentlich so sagt, ja, schafft ihr es, auf Seerauch alleine nach Dragonstone zu fliegen? Und das Ende vom Lied ist, dass sie dann, ja, Seite an Seite diese, was ist das? Ja, ich glaube, eine Sandbank war das, ne? Ich musste, weil du gerade auch von Mexican Stand-Off sprachst, mich hat es einen Moment an den dritten Fluch der Karibik erinnert. Okay. Wo sie auch auf so einem Ding stehen und dann da sogar Western zitiert wird, aber naja. Wir springen dann aber erst mal nicht nach Dragonstone, sondern nach King's Landing zu Alicent, die sich hier verarzten lässt von Meister Orwell. Wir erinnern uns ja, die hat sich ja durchaus schon, ja, eine Schnittwunde zugezogen bei dieser Eskalation da vor der Septe, ne? Ja, Orwell ist dann, meint dann, ja, sie wird zwar eine Narbe behalten, aber die kann man ja leicht verstecken. Ja, man merkt, die hat eigentlich keinen mehr so wirklich zum Reden und es ist die Frage, ob er ihr eigentlich so richtig zugehört hat, ne? Weil er geht ja nicht wirklich auf das ein, was sie sagt. Ja, sie wiederum ist aber auch nicht ganz bei ihm. Also, nee. Alicent versucht nochmal so ein bisschen ihre Gefühle oder das, was sie halt eben gerade betrifft, nochmal in Worte zu fassen. Geht's auch nochmal so ein bisschen um ihre Rolle als Frau in diesem ganzen Konstrukt? Und da muss ich kurz was einschieben, weil ich das jetzt ja auch gelesen hab, vielleicht auch bei einem unserer Hörer. Ja, schöne Grüße an Timo. Schön, dass du immer so rege mit uns da diskutierst über solche Folgen. Diese Thematik der Rolle von Frauen oder deren Emanzipation so ein bisschen oder zumindest deren Versuche da zurechtzukommen in dieser Welt, dass das schon sehr überpräsent ist oder sich vielleicht auch in der einen oder anderen Facetten wiederholt oder jede Folge aufgegriffen wird. Und in meinen Augen, es gab so viele Fantasy-Geschichten, wo das überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Deswegen finde ich es irgendwie nur richtig, dass es auch mal so eine Serie in die Richtung gibt, die sich dem doch so konsequent und ja vielleicht auch immer und immer wieder widmet. Deswegen finde ich das persönlich gar nicht so störend und es ist hier auch wirklich nur dieser kleine Moment, denn der Rest von Alicons Handlungsstrang findet ja dann größtenteils ohne Worte statt und das verkörpert diese Botschaft oder diesen Kampf ja auch irgendwie, aber nochmal auf eine andere Art und Weise. Also ich finde, wenn man das so, das so auch variabel erzählt, dann ist das durchaus was, was sich eben auch als Leitthema durch die Serie zieht. Also ich kann die, ich kann die Kritik durchaus verstehen. Timo hat ja auch darauf verwiesen, dass er so das Gefühl hat, dass insbesondere Rhaenyra so ein bisschen sehr als Projektionsfläche für den Zuschauer oder als Sympathiefigur irgendwie herhalten darf, während Alicons so ein bisschen, also dahingehend einfach ambivalenter gestaltet wird. Da würde ich teilweise auch mitgehen, ist wieder halt so dieses, eigentlich sind wir hier Team, kein Team. Aber ich verstehe auch, was du meinst durchaus. Ich hatte auch erst hier so ein bisschen das Gefühl, also beim ersten Mal fand ich tatsächlich das, was sie hier zu Orwell sagt von wegen, ja, hier, mein ganzes Leben habe ich Haus und Reich gedient und jetzt bin ich aber bedeutungslos und werde in die Ecke geschoben. Ich fand das am Anfang so ein bisschen plakativ, weil es ist halt immer so eine Sache, Figuren sitzen da und sagen dir und dem Zuschauer, also dem Publikum, wie sie sich gerade fühlen. Aber auf der anderen Seite verdeutlicht das auch, also ich meine, Orwell hört ihr ja, wie gesagt, nicht wirklich zu, reagiert auch nicht da drauf. Und ja, die ist, die ist mit sich selbst beschäftigt. Also man hätte es vielleicht noch subtiler inszenieren können, aber es hat mich jetzt nicht so gestört. Ja, ich, ich, ich finde, das Subtilere kommt dann im Rest der Folge bei ihrem, bei ihrem Handlungsstrang. Ja. Es ist, sie sagt es ja auch fast wie in, wie in einer Art Trance, weißt du, nicht mal so. Ja. Also sie sagt es einfach so vor sich hin und nicht mal jetzt in einem Gespräch mit, mit irgendjemand, sondern es wirkt schon, während er ihr so da die Hand verbindet, so ein bisschen wie, wo Cole da sein, sein Schwert geschrubbt hat und sie, ihr wird jetzt hier nicht das Schwert geschrubbt, sondern die Hand verbunden. Und sie ist so, ich habe so, ich stimme dir zu, hätte man sicherlich auch subtiler oder etwas zurückhaltend dann auch zumindest schreiben können. Ja. Ja, sie wirkt ja auch wirklich schon so richtig, ich würde jetzt nicht sagen apathisch, aber man merkt die Nummer da, vor der Septe hat sie schon mitgenommen. Und da merkst du halt auch, dass sie eigentlich so eine Figur oder so eine Person wie Mysaria auch bräuchte, die sie aber nicht hat und deswegen halt irgendeinen anderen Ausweg oder eine andere, also irgendwas anderes braucht, wohin sie mit ihren, mit ihren Gedanken oder mit ihren Befindlichkeiten, wo sie da, wo sie damit hin kann. Und das sieht man ja in der Folge auch sehr schön. Ja, ich meine Mysaria ist für Rhaenyra da und Alice Rivers gibt so ein bisschen die Prototherapeutin bei Daemon und Alicent hätte vielleicht früher noch Larys gehabt, aber dem traut sie ja auch überhaupt nicht mehr über den Weg. Ja, nein, ja. Also im Vergleich auch zu Mysaria und Alice ist auch, glaube ich, Lord Larys nicht die richtige, nicht die richtige Wahl für so einen Job. Also ich meine, ich erinnere mich da auch an eine Szene in Staffel 1. Nee, lieber nicht. Aber Staffel 1 ist ein gutes Stichwort, weil sie blickt dann ja so gedankenverloren, also sie ist ja da in ihrem Gemach und auf ihrem Tisch oder an ihrem Essen, was sie wahrscheinlich gar nicht mehr anrührt, macht sich mittlerweile eine Ratte zu schaffen. Und das ist ja nicht nur ein starkes Motiv in der Staffel hier gewesen, sondern vor allem auch in der ersten. Also wenn du dich erinnerst, da tauchte immer mal wieder eine Ratte auf, auch bei Viserys und insbesondere in der Szene, wo sie so, ich sag mal wirklich pro forma Seestern-Sex hat mit Viserys, krabbelt ja über ihr eine Ratte am Baldach hin entlang. Also dieses, auch wieder dieses Motiv da ganz stark, diese Ratte ist eigentlich freier als ich, so ein bisschen. Fand ich sehr gut, dass sie das hier mit eingebracht haben. Aber sie will eben raus aus ihrem Gemach, was sie anscheinend auch höchstwahrscheinlich nicht mehr sehen kann, tritt raus zu ihrem Gardisten Sir Rickard, den wir, glaube ich, noch nie gesehen haben. Der ist auch ein bisschen älter und äußert die Bitte, dass sie, ja, wirklich jetzt mal nach draußen will und nicht nur einfach irgendwie in den Burghof mal frische Luft schnappen, sondern wirklich in den Königswald und sie will auch keinerlei Begleitung haben, also keine Eskorte, keine Kammerzofen, sondern nur ihn. Ich weiß nicht, hattest du den Teaser gesehen zur siebten Episode, aber du guckst sowas, glaube ich, gar nicht, ne? Nein, hätte ich nicht gesehen. Da wurde es ja schon angedeutet mit ihr und dem See und dann dachte man sich schon so, oh weia, was hat die denn jetzt vor? Und damit spielt die Folge dann ja. Oh, ja, genau, von Damon und Alice Rivers, oh mein Gott. Genau, da kommt dann so die Hand aus dem Wasser. Oh Gott, ja, dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wo das hier hinführt und ich fand es ein bisschen komisch, dass, ich weiß nicht, diesen Sir Rickard, der kommt jetzt irgendwie sehr aus dem Nichts. Also der ist mir vorher jedenfalls nicht aufgefallen. Da dachte ich mir so, warum ist das jetzt so ihre Vertrauensperson? Ganz ehrlich, hättest du mir gesagt, der ist seit Folge 1, Staffel 1 dabei, ich hätte das abgenommen. Ey, da laufen so viele Männer mit, ja, mit grauen, ja fast Haaren rum. Ey, es könnte sein, dass er schon mal in einer Szene da mit dabei stand oder vielleicht auch mit einem Helm oder irgendwas auf da mal im Burghof zu sehen war. Ich weiß es nicht, für mich kam es deswegen auch tatsächlich nicht irgendwie random. Aber ich bin da auch nicht vielleicht ganz so aufmerksam wie du, der sich da jetzt auch die Hintergrundfiguren jetzt wirklich ... Also bei mir brauchen immer so drei, vier, fünf Folgen Figuren, die so nur am Rande auftreten, bis ich sie dann so quasi wahrnehme. Ach so. Also Adam ist quasi auch erst mit letzter Folge so in meinen, in meine Wahrnehmung. Also natürlich habe ich ihn auch vorher gesehen, aber so richtig als Figur erstmal wahrnehmen, das dauert zumindest bei mir immer ein bisschen. Zumindest wenn ich die Serie jetzt halt gucke, wie ich sie zurzeit gucke, nämlich nicht mehr mit jeder, jede Woche, jede Folge sich da eingehen mit beschäftigen, sondern manchmal sehr eingehen mit beschäftigen wie zu dieser Folge, aber die anderen Wochen dann halt auch einfach einmal sehend und dann auch ohne größere weitere Notizen. Deswegen ja. Ist ein, glaube ich auch, also wäre für mich, glaube ich, auch mal ein schöner Relief. Also ich meine, ich liebe ja die Auseinandersetzung damit, keine Frage. Und ich mache das hier sehr, sehr gerne, aber mich einfach so zurücklehnen und die Folge gucken, wäre, glaube ich, auch mal wieder ganz schön. Ja, das ist so ein bisschen, ich hatte das ja die letzten, bei Staffel 1 war ich ja so bei weitem nicht so sehr drin wie du jetzt wahrscheinlich bei dieser Staffel, aber zumindest so richtig drin. Aber es ist auch doch mal ganz schön, einfach nur die Folge auch mal zu gucken. Und da jetzt noch nicht groß, auch wenn das natürlich auch Spaß macht. Ja. Aber sich da jetzt nicht schon groß gedanklich da Szene für Szene nochmal im Kopf aufzubereiten und die Figuren da zu gucken, wer ist da dabei. Ja, keine Frage. Ja, ja, also ich hatte auch erst überlegt, ob es, es gab doch in der ersten Staffel gab es doch diesen Sir Harold Westerling, der ja dann den Dienst so. Der sagt mir sogar was. Ja, ja, der hat ja so den Dienst quittiert, so in bester Baristan Selmy Art von wegen legt mich doch alle am Arsch und ist raus. Aber ja gut, ich glaube, der lebt so langsam nicht mehr. Ich meine, nachdem er 20 Jahre nicht gealtert ist und der dürfte wahrscheinlich auch gar nicht mehr zur Königsgarde gehören. Aber wir bekommen als nächstes dann zwei Figuren, die wir ja durchaus kennen und von einer habe ich den Namen schon ewig falsch gesagt. Nämlich Sir Jasper Wilde genannt Iron Rod im deutschen Eisenrute, ist ja bekanntlich der Meister des Rechts. Der steht hier mit Larys zusammen auf der Mauer und die beobachten, ja, man denkt eigentlich erst, es ist eine Urteilsvollstreckung, aber es ist dann doch nicht ganz so hart. Jedenfalls nicht so hart, wie man es denken könnte in dieser Welt. Wie man es von Aegon kennt. Genau, genau, weil, wie war der Spruch mal in Game of Thrones? Man stellte sie vor die Wahl, kastrieren oder Mauer? Und hier läuft es auf die Mauer hinaus für zwei oder mehr Gardisten, ja, die wohl ordentlich verkackt haben bei der Eskalation in der sechsten Episode. Oder wir erinnern uns ja, einem älteren Mann wurde ja der Arm abgehackt, weil die dann irgendwie überreagiert haben. Also ich glaube, die brauchen auch noch ein kleines Briefing in Deeskalation, oder? Genau, hier gewaltfreie Kommunikation. Ja, oder? Da müssen sie nochmal ran. Ja gut, als Königsgarde stelle ich mir lustig vor, wenn, es gibt doch so dieses Flipchart mit der Giraffe, gibt es doch, das stelle ich mir lustig vor, so Briefing bei der Königsgarde oder auf jeden Fall bei der Stadtwache. Ja, die beiden beobachten das, Ironrod berichtet dann Laris darüber, dass er so Hörensagen hat, Leuten hören, dass der Drache Seerauch eben gesichtet wurde. Über Gewürzstadt, wie es ja letztes Mal hieß, mit einem Reiter und Laris ist dann erst so, naja, also er wundert sich eigentlich erst, warum Ironrod damit zu ihm kommt und wittert dann auch so direkt, ah, ihr wollt euch doch damit bestimmt mal wieder Aemons, also hier die Gunst des Prinzregenten erschleichen. Und so falsch liegt Laris damit ja gar nicht, das Problem ist nur, er will ja eigentlich dasselbe. Ja, muss auch ganz ehrlich sagen, diese Szene war für mich in erst, also ich fand sie eigentlich ziemlich, ja, ich brauch nicht mehr, also es liegt vielleicht auch an Laris als Figur oder auch an Lord Jasper, von dem ich jetzt nicht besonders viel mitbekomme. Du nimmst ihn jetzt erst als Figur. Also ich habe in meinen Notizen auch nur stehen, stille Flüsterpost in Westeros, denn wir, ja, kriegen so die Verkettung mit, wie halt hier eben Information funktioniert. Also Laris will dann wissen, wo jetzt das Wissen darüber herkommt. Ursprünglich vermutet Ironrod ja auch, dass der Reiter eventuell Lady Rayna gewesen sein könnte und da erfahren wir dann auch, wie auch schon in der, ich glaube in der vierten oder fünften Folge, dass die es ja auch schon mal bei Seerauch versucht hatte mit 14 und dabei fast ihr Leben verloren hätte. Also die kann es schon mal nicht sein. Da muss ich ja sagen, das hätte ich ja gerne gesehen, auch wenn das ein bisschen fies gewesen wäre mit einem 14-jährigen Mädchen wahrscheinlich. Also dass das nur so am Rande erwähnt wird, fand ich ein bisschen schade. Also diese Informationskette, die ja hier kurz aufgedröselt wird, ist schon drollig, weil Ironrod erzählt da wirklich so, ja, ich habe es von meinem Knappen und der hat es von einem Steilknecht gehört, der es wiederum von seinem Vater gehört hat, der Fischer auf einem Boot ist und dessen Schiffskamerad will das gesehen haben. Na, herzlichen Glückwunsch. Und Laris ist dann auch eher so schon leicht belustig davon, ne, dass Ironrod so einem Gewäsch eigentlich so relativ viel Relevanz beimisst. Also er jedenfalls hält das eher für lächerlich. Unten sehen wir dann, wie die Gardisten vor Aemond geführt werden und dann die bekommen den weißen Mantel aberkannt und dürfen dann jetzt, ja, die wechseln jetzt von weiß zu schwarz, sage ich mal. Und während Ironrod dann wieder abzieht, weil er dann mit seinem Versuch irgendwie gescheitert ist, Laris für sich zu gewinnen, gibt es dann noch so einen Blickkontakt zwischen, also Aemond schaut dann wirklich genau hoch zu Laris auf der Mauer und der trollt sich dann auch relativ schnell und da merkt man, der ist auch nicht gerade hoch in dessen Gunst im Moment, ne. Wir wechseln dann aber eben herüber zu King's Landing, wo ich auch sagen muss, Drachenstein, meinst du? Wir wechseln zu Drachenstein. Achso, hab ich, was, was hab ich gesagt? Du hast King's Landing gesagt. Achso, ja und ne. Aber da kommen wir her. Genau, stimmt. Oh Gott, heute, ja, halb zehn morgens in Deutschland. Ich hatte, ich hatte noch kein Knoppers hier, so. Genau, wir sind, wie du schon sagst, auf Dragonstone und sehen dann hier kurz Jace und wie er aus der Ferne sieht eben, wie Rhaenyra und Adam auf ihren Drachen auf die Insel zufliegen. Da muss ich sagen, ich glaube, sie hätten das hier, also ich weiß nicht, sie hätten diesen Vibe von Rhaenyra und Adam am Anfang ruhig noch ein bisschen länger behalten können oder das andere vielleicht später bringen sollen, finde ich, oder? Ja. Egal. Und wir sehen dann natürlich, wie könnte es anders sein? Ich meine, was passiert auf Dragonstone, außer vielleicht irgendwelchen Gesprächen von Mysaria mit ihrer Dauerpatientin Rhaenyra? Hier versammeln sich die Lords einmal mehr zu einer Ratssitzung. Wahrscheinlich so ein bisschen krisenstabmäßig eigentlich, ne? Aber der Gardist, der dann reinkommt, ich glaube, es ist Herr Lorent, beruhigt die dann, ja, die Königin ist unversehrt und Corlys will dann aber wissen, ja, wer ist denn jetzt dieser Reiter? Ich meine, die haben sich ja auch schon irgendwie, die Wahrscheinlichkeit war nicht gering, dass es halt einer von den Grünen ist zumindest, ne? Der sich da ihren Drachen unter Nahe gerissen hat. Aber nein, Meister Gerardus sorgt dann für Aufklärung, dass es eben ein Schiffsbauer aus den Diensten von Lord Corlys ist und dass sie den als Gast behandeln sollen auf Anweisung der Königin und nicht nur das, der soll unterwiesen werden im Drachenreiten und in Hochvalyrisch. Und das trifft dann, also schon bevor Meister Gerardus das sagen kann, trifft der ganze Umstand, dass der jetzt hier Teil des Spielwitz überhaupt nicht auf Begeisterung bei einem gewissen Lord Bartimus, ne? Der mal wieder so richtig schön verstockt ist und Adam, also das war schon wirklich dreist, er nennt Adam dann wirklich direkt einen Dieb, ne? Von wegen wurde, wurde der Dieb festgesetzt und es kann doch nicht sein, dass jetzt hier Männer von niedriger Geburt die Drachen beanspruchen, also wo kommen wir denen hier hin? Ich muss sagen, der wird mir wirklich immer unsympathischer, der Typ. Also, das ist ja der, dem Rhaenyra bekanntlich eine geklebt hat, auch wenn sie ihn ja durchaus, also das fand ich ja interessant, der hat ihr ja einen Vorschlag gemacht, sie hat ihm eine gelangt. Also, seinen Vorschlag hat sie trotzdem gehört und dann letzten Endes auch umgesetzt, aber ja, der lässt hier auch wirklich dann durchblicken, dass er hart angepisst ist von dem, was hier abgeht, ne? Also, ja, ich fand diese Szene war so ein bisschen Brücke, Brücke in einer Brückenstaffel, in einer Brückenepisode vielleicht, weil sie, weil ich finde die Szenen, die daraus dann so ein bisschen auch resultieren, also das war eigentlich nur für die Informationsweite, ich glaube, okay, alle die dort sind, wissen jetzt Bescheid, die sind gebrieft, die wissen, was abgeht. So, und die Szenen, die sich dann daraus ergeben, sei es Jace und Rhaenyra oder auch Corlys und Adam, fand ich dann schon deutlich interessanter, als jetzt hier kurz das Update da in dem Rad. Definitiv, wobei hier zumindest rüberkommt, dass Lord Corlys schon den Rad zu nehmen weiß, ne? Also, ja, sagt dann ja hier zu Lord Bartimus, ja, jetzt warten wir erstmal ab, ne? Warten wir erstmal ab, was die Königin selber sagt, bevor wir uns jetzt hier Vorurteile erlauben und man sieht bei ihm auch so eine gewisse Reaktion, als er natürlich hört, oh, das ist ein Schiffsbauer aus euren Diensten, ne? Ahnt er da schon was? Und es ist die Frage, es ist die Frage, auf welchen seiner Bastardsöhne hat er wo mehr gehofft, auf Alin oder auf Adam? Also, ich hatte das Gefühl, dass er danach denkt, wer von beiden ist es jetzt wohl? Und ich glaube, er hätte sich mehr Alin gewünscht, weil Adam hatte ja wirklich überhaupt kein Draht zu, ne? Also, wie gesagt, ich muss schon an die nächste Szene von ihm und Adam denken, die ich ja wirklich, die fand ich echt sehr amüsant, wie er darauf reagiert, aber dazu kommen wir ja gleich, deswegen erstmal müssen wir ja noch zwei andere da behandeln. Sonst, wir können auch die Adam-Szene eigentlich schon hier vorziehen, wenn du möchtest. Sonst gerne, also, es gibt ja da noch diese, genau, diese kurze Szene zwischen Adam und Corlys. Corlys, der dazu eben Adam geht und Adam bittet ihn ja so ein bisschen um den Rücktritt eben aus seinem Dienst und wird ihm auch so von Corlys gewährt und es findet eigentlich gar nicht viel jetzt auf der verbalen Ebene statt. Es werden so ein paar Blicke ausgetauscht so oder auch so ein bisschen, aha, my lord bin ich jetzt so, also so die Anrede, wie Adam sie anspricht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die Szene war so aufgebaut. Da kommt jetzt vielleicht ein Dialog, der das nochmal so ein bisschen vertieft, weil sich auch Corlys nähert sich so ein bisschen und dann sagt er einfach nur, well done und dann dreht er um und geht raus. Das fand ich, hat mir gut gefallen, fand ich irgendwie schön aufgebaut in der Szene, weil ich schon, ja, guck mal, so kann es auch gehen, das war einfach. Und sie hat eben die Beziehung zwischen den beiden auch nochmal so, ja, gut zusammengefasst, halt wirklich in einer kurzen Zeit. Also mochte ich diese Szene. Ja, das war schön knapp. Ich fand das, ich fand das auch sehr subtil, wie Adam da in dieses Zimmer tritt und das dann auch, also normalerweise könntest du das ja total plakativ inszenieren, dass jetzt irgendwie jemand vom Gemeinvolk in dieses, dieses edle, dekorierte Zimmer da kommt und dann da erst irgendwie die Wände erstmal anfasst und so, so staunt umherblickt. Und das, das ist zwar, das ist zwar durchaus drin, also das sieht man auch in seinem Gesicht, aber es ist, es ist wirklich richtig schön subtil inszeniert. Also man sieht, er ist da total von beeindruckt und er hat sowas noch nie gesehen, aber das ist nicht so, so auf die Nase. Ja, also generell eine schöne, subtile Szene, wo auch, wo du schon richtig sagst, wo gar nicht viel gesagt werden muss, ist im Hinblick auf Corlys auch eine konsequente Weiterführung dieses Moments in der letzten Episode, wo er sich einfach den Pin ansteckt, Rhaenyra den sieht und er dann einfach so, your grace. Da merkst du auch, zwischen denen ist da sofort alles gesagt und es kann weitergehen. Fand ich, fand ich auch sehr schön. Wir sind jetzt aber ein klein wenig vorgesprungen, wir springen mal zurück zu einer Szene, in der deutlich mehr gesagt wird. Nämlich einmal mehr in der Bibliothek zwischen Rhaenyra und Mysaria. Und Mysaria ist relativ begeistert auch von Adam, ne? Ja, die hatten ja erst damit, wie gesagt, gerechnet, dass es der Feind gewesen sein könnte, der sich jetzt ja auch noch nicht gerade kleinen Drachen unter Nagel gerissen hat. Aber nein, es ist jemand, der Rhaenyra einfach so dient, ohne, ohne das groß irgendwie in Frage zu stellen. Rhaenyra meint dann, woran es, woran es jetzt gelegen haben könnte. Also, Seerauch hat ihn ausgewählt und er muss ja, er muss ja Targaryenblut haben, was der Drache spüren kann. Aber da dachte ich mir dann auch so, redet sie sich das eigentlich gerade so ein bisschen klein an der Stelle, weil sie so langsam überlegt, hm, vielleicht hat das gar nicht mit uns irgendwas zu tun, mit unserem Blut, sonst wie? Hm, weiß ich gar nicht. Also, ich finde, dass in ihr, in dieser Szene da eher so schon ein bisschen Aufregung und so ein bisschen schon der Tatendrang geweckt ist. Ja, das auch. Dass sie auf jeden Fall mehr finden will. Vielleicht auch etwas überstürzt oder ist es vielleicht auch gut, dass wieder Mysaria, aber da sieht man auch nochmal, wie groß der Einfluss Mysarias schon ist. Aber auch diese, also sie ist da schon, was man halt von der Figur jetzt auch nicht, wie gesagt, in den Folgen jetzt der zweiten Staffel so gewohnt ist, richtig aufgepusht. Richtig, dass sie jetzt das, also in ihr ist ein Drang, also jetzt mit Adam auch völlig nachvollziehbar, finde ich, ein Drang geweckt. Dieses Ereignis hat ihr gezeigt, es ist möglich und es ist vielleicht sogar in Anführungszeiten leichter möglich, als wir es jetzt gedacht haben, also wir müssen jetzt nicht ewig suchen oder es gibt nicht so, wenn das einfach so, in Anführungszeichen, passieren kann, dann geht das andere vielleicht auch irgendwie so. Ich glaube, das sind ihre Gedanken und Mysaria lenkt sie ja dann auch noch in eine bestimmte Richtung. Ja, ich meine gut, Mysaria ist dann aber auch so ein bisschen, ich glaube, sie ist auch so ein bisschen überrascht, dass Rhaenyra so schnell auf Adam vertraut und, äh. Ja, kann schon sein, ja. Sie, sie hat ja eigentlich keine Wahl, weil er hat jetzt halt einen fucking Drachen, ne? Ne, eben, ja, ja, das ist auch dieses, also diese, wer Rhaenyra das so vor, vorwerfen mag, dass sie da sehr kurzsichtig oder so auch handelt, auch vielleicht denken ja genauso auch ihre Berater so darüber, aber letztlich hat sie ja auch, also natürlich, also, es ist halt ein Drachen und ein Drachenreiter mehr. Ich meine gut, ihr Sohn hat natürlich Wehrmux, äh, aber, äh, sowohl, äh, Jace als auch Wehrmux sind eher so kampfunerfahren und ansonsten, ja, hat sie eigentlich nur noch ihren eigenen Drachen Syrax, der es dann mit Vaga aufnehmen müsste, aber, ne, du hast schon richtig gesagt, also sie, sie ist schon voller Tatendrang, also sie geht dann ja zum Regal, zieht da Pergamentrollen raus und, äh, ist dann im Überlegen, ja, vielleicht war es der, ist Herr Stephans Blut doch zu dünn und wenn ich jetzt hier direktere Linien finde, dann finden wir bestimmt auch noch Drachenreiter für, für Vermitor und Silberschwinge und, äh, dann fand ich es wirklich herrlich, wie belustigt Mysaria an der Stelle ist, weil sie ist dann echt so, also, ja, äh, ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, aber vielleicht solltet ihr eher unter Bettlaken als in Schriftrollen nach, nach Blutlinien stöbern, weil Mysaria weiß ja eben, wovon sie redet, sie hat ja lange in einem Freudenhaus gearbeitet und erzählt dann wirklich, dass da, ja, ganze Generationen an Targaryen, äh, Prinzen haben sich, haben sich dort, äh, vergnügt und es, es ist schon, es ist schon krass, das Auswahls, äh, des, des Bastardtums, sag ich mal. Allein ihres Wissens nach gibt es mindestens 80 Bastarde und auch nicht nur in King's Landing, sondern wahrscheinlich sogar bei, bei Ihnen auf Dragonstone und das ist schon krass, ne? Ja. Aber die gehören da natürlich, äh, äh, dem gemeinen Volk an und, äh, Rhaenyra hat dann da aber durchaus noch Bedenken, weil sie meint halt, ja, also jetzt ja auch im Hinblick auf Herr Stefan, also wir, wir setzen halt auf die hohen Häuser, weil bei denen bedeutet ja Treue und Ehre noch irgendwas und, äh, Mysaria gibt ihr dann aber zu bedenken, ja, jetzt guckt euch das doch mal an, eure eigenen Halbbrüder, die reinen Blutes sind, die kennen weder Ehre noch Anstand und wollen euch töten und jetzt ist hier ein einfacher Schiffsbauer, der euch Treue schwört, also seht es so langsam mal ein, diese alte Ordnung, an der ihr euch da festklammert, ja, die, die ändert sich gerade. Rhaenyra hat ja auch durchaus, ja, ich meine, das ist auch, glaube ich, bei ihr ein Wunderpunkt, weil sie hat ja bekanntlich auch Bastarde in die Welt gesetzt, ne? Und, äh, meint dann ja, sie weiß auch sehr wohl, dass seit rund 20 Jahren hinter ihrem Rücken darüber gelästert wird, ne? Also auch im Hinblick auf Jace und, ja gut, Luke ist ja nicht mehr, aber, ja, sie ist ja selber Teil des Spiels, was das angeht und ich muss auch sagen, mit Taten auch, habe ich ja auch in der ersten Staffel, äh, mir taten ihre Söhne, also Luke und Jace, mir taten die immer unglaublich leid, weil die wirklich halt gar nichts dafür können einfach, ne? Ja, aber sie, äh, freundet sich dann doch so langsam wohl mit der Idee an und, äh, äh, ich glaube, das, das wird auch, glaube ich, der, äh, Titel dieses Kapitels hier im Podcast, äh, lass uns mal eine Armee von Bastarden aufstellen. Fand ich sehr, sehr gut, also der, der, der Spruch, äh, ich kann mir vorstellen, der wird, glaube ich, schon zu einem Meme werden, so nächste Woche. Ja, ihr bleibt ja letzten Endes auch nichts anderes übrig, ne? Also, man, man merkt, dass ihre Optionen sind so langsam aber sicher ausgereizt und die, die ist ihr jetzt ja förmlich, also ich meine, sie hatte ja schon mit Zestephon diesen Versuch gewagt, der ja grauenvoll schiefgegangen ist, aber jetzt ist ihr ja förmlich was in den Schoß gefallen mit Adam, ne? Also, einfach eine, eine sehr glückliche Fügung, aber, äh, eine weniger glückliche Fügung, äh, nimmt, äh, das Geschehen hier an einem anderen Ort, nämlich in Harrenhall, äh, wo jetzt, äh, die, äh, die Bannerträger von Lord Tully eintreffen und Damon währenddessen in seinem Zimmer ziemlich zusammengesunken ist und wirkt, als würde er ein Gebet oder als, als, also wirklich so eine Haltung, als, als, äh, wäre er im Gebet. Von seiner Zimmerdecke tropft es auch immer noch wie bekloppt, bis dann, äh, Sir Simon reinkommt und meint, dass sich jetzt hier die Flusslords auf Befehl des neuen Lord Tully versammeln und, äh, ja, der neue Lord Tully ist ja jemand, den wir bekanntlich schon gesehen haben und bei dem Damon eigentlich so denkt, dass er sehr leichtes Spiel mit dem hätte und das muss ich sagen, das ist etwas, was ich bei dieser ganzen Harrenhall-Story, äh, in dieser Folge nicht erwartet habe. Ich finde schon, diese Szene beginnt schon, äh, sehr schön, die, die schließt sich ja an diese Szene mit Corliss und Adam an. Genau. Nach diesem wirklich kurzen und knappen Well done. So, da war ich schon, also das fand ich schon amüsant und genauso amüsant fand ich auch den Einstieg dann hier, wie, wie, wie Damon, äh, sich da hinsetzt und, ähm, Lord Oscar auch erstmal seinen Beideit so ein bisschen, äh, ausspricht und, aber auch so mehr, so beiläufig, äh, dazu gratuliert, dass, äh, Lord Oscar jetzt halt der oberste Herr der Flusslandlords ist und so weiter und, äh, super toll gemacht, aber er macht das immer so, äh, ja, habt ihr schön gemacht, super und dann einfach nur der Schnitt zu diesem, ja, Teenager, der da steht und einfach nur sagt, ich hab gar nichts gemacht. Ja. Also, das war auch wieder so ein, ist so ein Gespür für, für ein Timing, ähm, in dieser Szene, äh, dass ich, dass ich sehr schön fand. Aber das, was sich dann da draus entwickelt, denn diese, ich hab gar nichts gemacht, äh, ja, dafür vielleicht nicht, aber dafür macht er ganz schön viel. Ja. Denn er bietet dir Damon schon richtig krass die Stirn. Ja, was man nicht erwartet hätte. Ich meine, äh, man erinnere sich mal an das erste Aufeinandertreffen und, äh, Oscar ist ja auch noch, also ich muss sagen, da tat er mir auch leid, als er so meinte, ich, ich, ich hab doch gar nichts gemacht. Da sieht man, der ist noch richtig betroffen, auch von seinem, von dem, von dem Tod seines Großvaters Grobi, ne? Mhm. Hab mir da auch leid und dachte ich mir so, oh Gott, der kriegt doch jetzt bestimmt gar nichts auf die Kette. Hab ich ja auch gedacht, aber, ja, ja, der, 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 Damon hat da wirklich so, also du hast schon recht, das ist wirklich schon so, wie so ein PR-Text, so von wegen, ach ja, mein herzliches, mein herzliches Beileid für den Tod, aber meinen herzlichsten Glückwunsch für euren Aufstieg, ne? Also, ja, aber er sagt es ja nicht mehr so, er spult es ja wirklich so runter, so, ja, herzlichen Beileid für den Tod, herzlichen Glückwunsch, dass ihr, du, well done, super gemacht. Und, und er meint auch wirklich, dass er, äh, Lord Oscar wirklich schon eingetütet hat, von wegen, ja, mein, mein Herr ist jetzt bald bereit und jetzt entscheidet euch mal, ne? Auf wessen Seite ihr stehen wollt. Genau, das war, das, das ist ja die, die ähnliche Überheblichkeit, wie er sie auch schon, äh, in Folge 5 an den Tag liegert, wo er dann nachts geweckt wurde und dann erstmal in den, in den Thronensaal, äh, gegangen, äh, oder dort, wo die, wo die Lords auf ihn gewartet haben. Da war er nicht so beiläufig, aber da hat er ja auch seine großen Reden geschwungen, ähm, so von wegen, äh, was hier, was wagt ihr euren zukünftigen König hier, äh, zu wecken und, und bla, bla, bla. Und danach war er genauso kleinlaut und genau das passiert hier auch. Und wieder sind's die, also so mehr oder weniger, in erster Linie ist es Lord Oscar hier, aber, ja, das passiert hier auch wieder, dass er dann derjenige ist, der vielleicht dann doch einstecken muss. Ja, er rechnet wiederholtlich mit der Starköpfigkeit dieser Leute und hat eben auch die von, von Oscar, äh, unterschätzt. Das zeigt aber auch so ein bisschen den Wandel von seiner Figur oder das, was Harrenhall aus der Figur gemacht hat, weil ich hab mich die ganze Zeit gefragt, hätte ein Damon aus Staffel 1 auch so gehandelt oder so, hm, so reagiert? Also vielleicht mit der Überheblichkeit, ja, aber dann, wie sich das Ganze entwickelt dann, da war ich mir immer nicht sicher, weil ich gedacht habe, also irgendwie hatte, oder vielleicht liegt's auch einfach an meiner Erinnerung aus Staffel 1, aber ich hatte ihn da dann doch irgendwie als eigensinniger, also ich meine, das hat er ja in dieser Staffel auch schon genug gezeigt, äh, was seine Philosophie in Anführungszeichen ist, aber ich dachte gerade dann in so einem Moment bricht er dann nochmal seinen eigenen Weg auf, aber er lässt sich ja dann schon in die Richtung verleiten, wo es hingehen soll. Aber er wird halt auch so ein bisschen von Oskar aufs Glatteis geführt, ne, weil er denkt, wie gesagt, er hat leichte Spiele mit denen. Ja, ja. Also er stellt ihm vor die Wahl von wegen, welcher Seite wollt ihr euch jetzt hier anschließen? Denkt gut drüber nach, ne, ist eigentlich auch fast schon wieder so eine subtile Drohhaltung von ihm, ne, äh, subtil in Anführungsstrichen, wie Damon eben sein kann. Äh, für Oskar ist das auch gar nicht mal ein großes Thema, von wegen, ja, hier, die Flusslande werden seit Ewigkeiten von Aiden zusammengehalten, und Haus Tully hat ja bekanntlich Viserys eingeschworen. Und er sagt dann auch, und das ist so herrlich in diesem ganzen Harren-Hall-Plot, ja, er erkennt Rhaenyra an und deren Königin-Gemahl. Wo ich da dachte, vielleicht bringt Damon das wieder auf die Palme, aber, ne, gut, er ist es wahrscheinlich auch schon gewohnt, äh, in der Hinsicht bestichelt zu werden und denkt sich dann so, jo, gut, alles klar, ruft eure Banner, will dann schon gehen. Und ja, es ist dann doch nicht so einfach. Oskar meint, das ist jetzt gar nicht mal so die große Schwierigkeit, sondern, ja, es bleibt abzuwarten, ob die anderen Flusslords erstens diesen, äh, Blutjung-Lord anerkennen werden. Und dann haben sie noch ein ganz anderes Problem. Sie alle verdachten Damon. Ja. Aber Damon ist es, ist es ja eigentlich auch nicht wichtig, weil er sagt dann ja, ja, was kümmert mich ihre Zuneigung oder sogar Liebe, ich brauche einfach nur ihre Schwerter. Genau. Ja. Aber, äh, damit hat er, glaube ich, dann doch nicht gerechnet, weil Alice Rivers hatte ihm ja auch wirklich so eingeimpft, ja, äh, gewinnt den obersten Herrn für euch, dann werden die anderen folgen. Äh, und während er dachte eben, dass er, äh, Oskar eben nur beeinflussen könnte, weil er eben noch wirklich grün hinter den Ohren ist, hat er sich damit ordentlich verschätzt. Und, äh, die anderen Flusslots warten dann ja drauf. Äh, und da, da fand ich eine, eine Geste von Matt Smith ziemlich toll, dass er mit seinem Schwertknauf so gegen den Eisenkragen von Oskar drückt. Ne? Coole Geste. Also, da merkst du so von wegen, der will den eigentlich fast schon so schieben wie so eine Schachfigur. Und es funktioniert nicht. Äh, äh, ja, die treten dann allesamt nach draußen, inklusive Sir Simon, in, äh, diesen Wehrholzhain, wo ich immer noch am überlegen bin, ob dieser Baum jetzt existiert oder nicht, weil er tauchte eigentlich bislang immer nur in Vision mit Alice Rivers auf, aber ist hier dann deutlich doch zu sehen. Ja. Bin da eigentlich eher davon überzeugt, dass der schon da steht. Ähm, wertet auch die Szenerie ein bisschen auf. Ja, durchaus. Hier ist ja eigentlich alles in Trümmern, mehr oder weniger, ne? Also, äh, auch wenn die hier im Hof, äh, dann versammelt sind, alle Flusslords, also viele, die wir schon in der, ich glaub fünften Folge war das, ne? Die wir da gesehen hatten. Genau. Und eine Lady auch. Ne? Die, die Frau war ja auch schon in Folge 5 da. Die hatte ja damals, äh, Damon schon als, äh, Fremdling zurückgewiesen. Genau. Und, äh, ja, Damon ergreift dann hier, äh, direkt das Wort und, äh, meint, ja, ein neuer Lord, ein neuer Anfang und wir können doch jetzt den alten Zwist begraben. Aber die sind ja bekanntlich nicht für ihn gekommen, sondern, äh, für den jungen Oskar, der dann jetzt hier so eine kleine Rede schon hält an seine Vasallen, ne? Hm. Ich hab ja, also von seinem ganzen Auftreten, äh, so ein bisschen Lyanna Mormont-Vibes. Ja. Die auch ihre, ihre ganzen Leute da voll unter Kontrolle oder voll, äh, von sich überzeugen konnte und so ein bisschen, es ist ja auch, also ich glaub die, also sie äußern ja auch so ein bisschen Skepsis, die anderen, die da, die anderen Lords. Aber ich glaube, so ein bisschen beeindruckt sind sie dann vielleicht doch. Ja, die haben den auch unterschätzt, ne? Genau wie, genau wie Damon und ich, ich muss sagen, dieser Archie Barnes, der Schauspieler, der bringt das auch echt gut rüber, dass man, also man neigt auch als Zuschauer dazu, den zu unterschätzen, weißt du? ja, na klar. ich muss da auch an Lyanna Mormont denken, aber die, die hat halt so was, ja, schon Burschikoses eher, ne? Und ist, das stimmt, auch wie sie, wie sie inszeniert war da schon, äh, wo sie zum ersten Mal dort war und wie sie da saß in der Mitte von und auch wie sie gesprochen hat, das war schon, das war nochmal reifer vom Auftreten einfach, als jetzt, als jetzt hier dieses Auftreten, ich, zum Beispiel diese erste Szene, ich hab gar nichts gemacht, das war ja doch schon, schon sehr nochmal in eine, äh, in eine instabilere Richtung, sag ich mal. Ja, ja, so, er, er bekommt ja durchaus hier, äh, Kontra von diesem, äh, ich glaub, den haben wir auch schon mal gesehen, Lord Piper, der dann meint, äh, ja, äh, wir haben uns jetzt jahrelang Lord Tully verpflichtet, aber warum soll ich auf einen kleinen Bengel hören, der jünger ist als meine eigenen Söhne und der, äh, als verbündeten Dämen hat, der hier wirklich im Namen der Krone Barbareien, äh, Sondersgleichen hat vollziehen lassen, ne, wo ich dann immer noch ein bisschen schade finde, also was heißt schade, aber wir haben da halt wirklich gar nichts von gesehen, wir kriegen das nur gesagt, was da gelaufen sein soll, ne. Ich finde das ganz okay, dass wir es nur gesagt bekommen, ehrlich gesagt. Ja, weiß nicht, man, man hätte da, glaube ich, emotional vielleicht ein bisschen, also man hätte es ja zumindest andeuten können oder so, ne, gerade weil man eben auch, äh, den Konflikt zwischen den Blackwoods und Breckenstar irgendwie auch, äh, aufgezeigt hat und, Lord Blackwood ist ja auch hier zugegen, also William Blackwood, der sich damit verteidigt, so von wegen, hey, ich hab doch nur meinen Job gemacht, ne, so von wegen, ich, ich hab ja nur das getan, was notwendig war und, äh, hier die, die Verräter gefügig gemacht, die hat er dann ja, glaube ich, sogar da direkt am Schlawittchen, ne, also diesen Amos, Lord Amos Brecken und dessen Sohn, glaube ich, hat er direkt, äh, als Gefangene mit sich geführt, aber die Flusslords, äh, sind dann, äh, doch noch mehr an Traditionen, eingebunden und sagen dann, ja, also, die sind ebenso wenig Verräter wie sie, ja, ich muss sagen, Lord Oscar macht eigentlich wirklich einen, einen guten Job, äh, vor allem, weil ihm Damon einfach, also schon am Anfang, will ihm Damon ja auch noch mal völlig das Heft aus der Hand nehmen, ne, indem er sagt von wegen, ja, hier, ihr Flusslords, ihr achtet doch die Tradition und da, da steht eure Tradition in Form von, äh, diesem neuen Lord und jetzt beugt er nicht das Knie vor mir, äh, beziehungsweise kämpft für mich, ja, aber Lord Oscar verhandelt dann auch offen, ja, er ist zwar jung, aber er hegt absolut keine Zuneigung für Damon und das war schon, das war schon eine harte Ansage, weil er wirkte, ich meine, in der dritten Folge wirkte er, oder vierten Folge wirkte er wirklich total eingeschüchtert von dem, ich meine, wer ist nicht eingeschüchtert von Damon, zumindest am Anfang, aber ich glaube, dass, das was Damon da gesät hat, zusammen mit William Blackwood, das ist, glaube ich, jetzt so der Zündstoff, der auch nicht vor Oscar halt macht, ne, das, äh, fand ich, also ich fand's, ich fand's auch nicht unglaubwürdig und, äh, auch herrlich zu sehen, wie Damon, der da am Anfang noch so arrogant auf sein Schwert gestützt ist, wie man das ja in, äh, aus der ersten Staffel kennt, wie dem so Stück für Stück dieses selbstgefällige, Grinsen entweicht, ne? Ja. Also, Lord Oscar grenzt sich von Damon ab, aber sieht auf der anderen Seite keinen Grund, die Treue gegenüber der Krone aufzukündigen, wie sehr er auch den Prinzen verachtet, was dann ja nochmal ein schöner Trigger ist für Damon. Also, ich muss sagen, über diese Hagenhals-Storyline kann man wirklich streiten, aber wie die ihn ständig foppen mit den Titeln, mit denen sie ihn nicht anreden wollen beziehungsweise anreden, das finde ich herrlich. Oscar zeigt dann auch da wirklich, ah ja, als er, äh, weil Damon warnt ihn dann ja schon wirklich so von wegen, er soll jetzt mal seine Zunge hüten und dann, Oscar geht so wirklich auf ihn zu und sagt, ja, wollt ihr jetzt unsere Scheiß-Armee oder wollt ihr sie nicht und das, äh, hättest du gedacht, dass sowas Damon tatsächlich mal zum Schweigen bringt? Ja, ich hab's ja vorhin schon gesagt, äh, ich hätt's nicht gedacht, nee. Also, jetzt nicht, nicht so kleinlaut wie in Folge 5, aber doch so wirklich, wow, der hat mir grad komplett den Wind aus den Segeln genommen und Sir Simon ist dann aber auch schon so, also, der steht ja die ganze Zeit neben ihm und ist schon so beunruhigt, mhm, äh, was jetzt passieren könnte, weil er kennt ja Daemons Temperament insbesondere noch aus der sechsten Folge, ne, wo der ihn wirklich schon richtig übel bedroht hat und Daemon, da hatte ich mir auch so die Frage gestellt, der tritt dann ja vor und, äh, das ist, also, das ist natürlich auch eine Mischung irgendwie aus Scharada, aber, ähm, er ist dann ja doch so, er ist ja in dem Moment dann schon so wirklich ein bisschen angeschlagen, ne, also, zum einen heuchelt er, glaub ich, auch reuer, aber zum anderen empfindet er sie auch, glaub ich, mehr als er sich das eingestehen will. Ja, ich glaub, ihm fällt es so ein bisschen schwer, wirklich so, das Gesicht, was er gerne nach außen porträtieren würde, das zu halten. Ja. Also das, das, das fände ich mir, glaub ich, schwer und ich stimme dir auch zu, ich finde dieses Aufeinandertreffen bisher, weil es so schön nochmal alle Konflikte, die, eigentlich fast es so, die Konflikte der letzten Folgen nochmal zusammen dort, ähm, und, 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 äh, bringt das nochmal an einem Ort zusammen, nämlich dort eben, ja, in diesem, in diesem, ja, Hinterhof fast und, äh, das fand ich auch schön und war wahrscheinlich wirklich, äh, bisher das, was dort in Hachenhall geschieht, mit das, ja, weiß ich nicht, ja, beste, ja, aber, ja, es kommt halt, also dort, dort kulminieren verschiedene Konflikte, die schon die ganze Staffel über, ähm, aufgebaut worden sind und die werden jetzt hier nochmal so ein bisschen zusammengetragen und verdichten sich in dieser, in dieser einen Szene, wohingegen ich das bei den anderen Szenen in Hachenhall halt, halt nie so richtig das Gefühl hatte, dass ich da so von der, von der Geschichte her jetzt irgendwas verdichte, deswegen die, die Funktion von dieser Szene oder dieses allgemein nochmal zusammenführen oder rekapitulieren von dem allen und schließlich auch eine Konsequenz daraus ziehen, das fand ich gut, äh, in, in dieser Szene und auch, weil es diese Konflikte halt nochmal, weil es diese Tiefe von den Konflikten zeigt, ich erinnere mich da, äh, an, an Staffel 7 in Game of Thrones, das war, glaube ich, Staffel 7, wo, das ist jetzt, ja, total eigentlich abwegige Querverbindung, aber da, wo, wo die Graufreuz ihren neuen Anführer wählen Graufreuz ist das vielleicht, äh, auch nicht so zerpflückt wie dort, aber diese Gegenüberstellung von diesen, äh, von diesen, wie porträtieren wir diesen Konflikt, wem wir folgen oder wie wählen wir jetzt den nächsten Weg, das ist halt hier wirklich ein himmelweiter Unterschied als dann zu der, äh, zu Staffel 7, wo das dann doch relativ einfach ist, da Leute jetzt auf seine Seite zu ziehen oder eben nicht. Ja, vor allem, wenn dann da auch noch, äh, Euron Greyjoy auftaucht, der wirklich so ein, ich weiß noch, als es, als es damals, ähm, als er damals auftrat, hieß es wirklich so, ist es der Donald Trump von Westeros so ein bisschen, ne? Ja, ja, und es, es hat halt einfach so, die Mechanismen waren da, halt deutlich simpler, Ja. als es hier jetzt, äh, äh, dargestellt wird, und ja, deswegen, ich fand die, fand die Szene jetzt hier auch gut und war auch froh, dass wir mal nicht mit einer Vision eingestiegen sind, äh, zu Damon, wobei mir schon klar war, dass da noch was kommen würde. Nicht, nicht ohne diese Folge, auskommen werden. Ja, obwohl es hier sogar relativ subtil war, aber dazu kommen wir ja gleich, kommen wir ja gleich, denn, äh, den Flusslords reicht es nicht, was, äh, also das ist ja letzten Endes eigentlich nur Lippenbekenntnisse, die Damon ja ablässt, von wegen, ja, ich, ich sehe das ja ein, dass ich da vielleicht ein bisschen übertrieben hab, in meinem Feuereifer hier, äh, denn die, äh, sind so traditionsbewusst, dass sie etwas einfordern, nämlich Gerechtigkeit. Willem Blackwood meldet sich dann zu Wort, ja, hier gab's ja bereits, die, die Brackens haben die Grünen unterstützt und die hab ich jetzt auf Linie gebracht und, äh, jetzt, jetzt ist ja alles gut, jetzt können wir uns hier vereinigen unter unserem Lord und für den Kämpfen und, ja, der zeigt sich dann auch durchaus, also der, der ist Lord Oscar durchaus dann treu ergeben, ne, also der zieht sein Schwert, kniet vor ihm nieder und bietet sich als Vasallen an, äh, Oscar scheint das auch erst zu akzeptieren, aber er fordert ebenfalls Gerechtigkeit für deren Verbrechen gegenüber ihren direkten Nachbarn, also den Brackens, da, als, als, als das gesagt wurde, tauschen Sir Simon und Damon so einen Blick aus, das fand ich, das fand ich auch so geil und, und Willem redet sich dann erneut raus mit, ja, ja, ich hab ja nur den Befehl des Königs befolgt und damit, äh, naja, lässt er Damon dann auch auffliegen, weil der hatte ihm ja das bekanntlich so gesagt, so, ja, also macht man da was, aber hier, es gibt Sachen, mit denen sollte die Krone eher nicht in Verbindung gebracht werden und jetzt spricht der es auch noch offen aus, ne, was, was für Damon auch nicht gerade so toll ist und bei Oskar zieht das auch gar nicht, weil er meint, ja, ihr hättet verweigern können, was der König von euch verlangt hat und ihr habt es nicht nur getan, weil er der König ist, sondern, weil ihr es wolltet, weil ihr, äh, total versessen seid auf diese bescheuerte Familienfäde, wo man seit Jahrhunderten immer wieder einen Grund finden muss, um sich gegenseitig abzuschlachten, das trifft dann auch, äh, bei den um, äh, stehenden Lords, äh, auf, auf Zustimmung und man, man muss sagen, das ist echt gut auch geschrieben, weil Oskar sich hier wirklich auch sehr, sehr schnell den Respekt seiner, äh, Vasallen, äh, einhandelt hier, glaube ich, ne? Ja, er spielt das schon, äh, ziemlich clever, weil er halt, wie du es gerade sagtest, so zwei, zwei Seiten gleichzeitig bespielt, einerseits den Respekt von den, von den Lords, andererseits den Respekt, auch wenn es nicht zugeben will, von Damon, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass manche ZuschauerInnen das vielleicht als forciert, dann zu betrachten von so, von so einem, von so einem jungen Lord, das, weißt du, dass es vielleicht ein bisschen zu, äh, dass er das wirklich so well played, dass es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen unglaubwürdig ist, mich hat es jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht gestört. Ich kann es halt verstehen, den Hinblick auf diesen, also da, das hat er ja vorher schon durchblickt, lassen, dass er halt wirklich ganz und gar nicht begeistert ist, was Damon da für ein Verhalten an den Tag legt, ne, und, äh, zum einen ist es wahrscheinlich so, der Drang sich zu beweisen und dann eben auch, ja, diese, diese kalte Wut da drauf, die er jetzt hier auch nicht mehr zurückhält. Er lässt jedenfalls Sir Willem dann wirklich ergreifen von seiner Wache und der, äh, protestiert. Und, ja, jemand soll hier Gerechtigkeit walten lassen beziehungsweise seine Fehler wieder gut machen, denn Oskar fordert, der König soll hier nicht nur Reue zeigen, er soll sich auch als würdig erweisen gegenüber unseren Bannern und unseren Traditionen und, ja, er soll nicht nur die Verbrechen verurteilen, sondern auch Gerechtigkeit walten lassen. Ja, im Prinzip verlangen sie hier, dass Damon Sir Willem richtet für seine Verbrechen und ich muss sagen, damit hab ich echt nicht gerechnet. Also nicht nur, dass Damon hier so Stück für Stück an den Pranger gestellt wird, sondern jetzt auch noch unter Zugzwang. Ja, ähm, ich finde, so ein bisschen aufgebaut wurde das ja schon in Staffel, äh, in Folge 5 mit eben dieser nächtlichen Konfrontation da. Mhm. Dass er zumindest, also, dass da zumindest schon mal etabliert wurde, dass er nicht so hoch auf dem Ross steht, wie er vielleicht denkt oder wie er es gerne hätte. Mhm. Ähm, und das jetzt hier, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so weit kommt, aber es kommt jetzt auch nicht komplett aus dem Nichts. Das auch nicht. Nee, nee, es ist schon konsequent aufgebaut worden, aber dass sich, also, dass sich das ja halt so dreht und dass Damon dann wirklich, der, der steht dann mit einem Mal total unter Druck. Es hat mich so ein bisschen, weil du, äh, gerade eben auch auf Game of Thrones kamst, es hat mich so ein bisschen an die Szene erinnert, wo, ähm, die Eisenmänner, äh, Theon auch völlig dazu nötigen, hier den, äh, seinen, seinen Waffenmeister da, äh, zu, zu enthaupten, als die da Winterfell einnehmen, von wegen, ja, hier, äh, ich, ich, ich will ihn bestrafen und einsperren, äh, bis er, bis er verhungert, ja, nee, ihr müsst den Eisern einen Preis fordern, ne? Ja. Das war ähnlich und das, das setzt Javadi hier von der Musik her, ist dir, ist dir das aufgefallen, wie, wie aggressiv und sphärisch hier diese Musik ist, teilweise in der Szene? Das ist, das ist richtig, äh, interessant gewesen, also da ist dann ja eben auch, also wir haben, wir, wir haben eine ganz lange Einstellung von Damon, Damon, der eigentlich so Richtung Oskar blickt und, äh, dem da nichts anderes übrig bleibt, als, äh, auf Sir William zuzugehen, seinen Schwert zu ziehen und was Damon wahrnimmt, wird uns dann so in seiner Subjektive präsentiert und er hört dann nur eher so von, von weit her, dessen Protesthallen und dass der ja nur ihm treu ergeben war, aber nein, es bringt alles nichts, äh, Damon, äh, es wird zwar nicht so direkt gezeigt durch einen Schnitt, aber er enthauptet ihn und da war ich auch so kurz am überlegen, ob, ob Damon jetzt in einem Moment hinterfragt, ob das hier eigentlich real sein kann. Ja. Ne? Ja. Also wie, wie, wie soll man das sagen? Ich glaube nicht, dass er es direkt anzweifelt, aber ich glaube, dass er es einfach nicht wahrhaben will, was er hier für eine schlechte Figur macht, auch als König jetzt gerade, ne? Ja, es wirkt dann fast wie so ein Automatismus, den er dann hat und dann, ja, hat er irgendwas geschaltet und okay, ich muss das jetzt machen, weil, keine Ahnung, aber nicht wirklich, nicht wirklich Damon. Ne, und das, also nicht nur von der Musik her, sondern ich fand das auch, also auch mit diesen langen Nahaufnahmen von Damon, das war ja schon leicht, wirklich mit einem, also hier kommen so leichte Horror-Vibes schon, schon durch, hatte ich das Gefühl, von der Regie. Ja, ja. Fand ich, fand ich eine unglaublich starke Szene, muss ich sagen. Also du hast schon recht, das ist wirklich eventuell mit Abstand das Beste, was bislang in Hakenhall passiert ist. Also ich finde diesen Plot ja jetzt nicht ganz so furchtbar wie viele andere. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte wirklich gedacht, die würden diesen Punkt hier bis in die achte Folge ziehen. Ich finde es jetzt auch nicht so schade, dass wir wahrscheinlich jetzt Hakenhall hier endgültig den Rücken gekehrt haben. Aber wer uns dann hier den Rücken zukehrt, ist Damon, der dann eben im Anschluss in Verfolgerperspektive durch die Burg geht. Mal wieder, ja. Genau, und dabei einmal mehr wie in Folge 4 auf einen schwarzen Ziegenbock trifft, der da einfach so völlig random in der Gegend rumsteht. Ja. Ähm, ich hatte, also auch in der Richtung Horror, ich hatte da einen gewissen Vibe von sowas wie The Witch, wenn ich ehrlich sein soll. Also so ein bisschen Black Phillip mäßig, ne? Ja, ich hab keine Ahnung, ich hab an was ganz anderes gedacht. Okay, sag ruhig. Ähm, das hat gar nichts mit der Serie zu tun, aber es gibt diesen einen Film von Benuel, der heißt Der Wöhrige Engel. Ah, okay. Und da gibt's auch, da geht's um, äh, ja, ganz viele reiche Menschen, die können auf eines Abends plötzlich das Wohnzimmer nicht mehr verlassen und da laufen aber auch immer so random Ziegen oder random auch Schafe oder so andere Tiere rum und was das Ganze auch, was den so ein, ja auch irgendwie was, äh, was, was Klaustrophobisches gibt, weil die Tiere sich da zum Beispiel ganz frei bewegen können, die anderen aber nicht. aber das nur als Randnotiz, denn er kommt ja und mir war dann klar, okay, wir sind wieder in dem Bereich, wir sind wieder, es ist wieder, äh, Zeit. ja. Und auch wenn ich sagen muss, das, was folgt, ist nicht so cheesy oder so Fanfiction-like oder so aufgesetzt wie in anderen Folgen, wie wirklich die letzten Folgen ja wirklich fast durchgängig. Also auch wenn Viserys jetzt hier wieder, ähm, auftaut oder es wieder eine Vision mit Viserys gibt, ich weiß nicht, ob diese Konflikte so dargestellt werden müssen oder ob es halt reicht, wenn man diese Konflikte einmal so darstellt als eine Vision, aber so ausdauernd und jedes Mal aufs Neue und dann auch hier mit einer Symbolik mit, ich greife jetzt ein bisschen raus, du darfst das gleich nochmal in schön erklären, aber wenn Viserys da auf diesem Bett sitzt und letztendlich da seine Krone in der Hand hält und dann auch nochmal auf die Belastung durch die Krone und was weiß ich darauf zu sprechen kommen, dann ist das ein Bild, was ja eigentlich in Staffel 1 mit dem lebendigen Viserys schon so eingängig behandelt worden ist, dass ich, okay, um es aufzugreifen, ja, aber ich, ich weiß nicht, ich hätte das glaube ich auch hier wieder nicht gebraucht. Ja, ich hatte auch echt so ein bisschen überlegt, den Hinblick auf Staffel 1, weil er sieht hier ja wirklich sehr ähnlich aus, wie, wie bei seinem großen Schwangesang in Folge 8 der ersten Staffel. Einen Moment war ich so am überlegen, weil sie hatten ja in der sechsten Folge wirklich eine Szene repliziert aus Staffel 1 und hier war ich im Moment am überlegen, haben sie den einfach rauskopiert aus irgendeiner Szene, weil ich fand, er sah ein bisschen komisch aus irgendwie, also ich kann auch nicht so ganz glauben, weil ich meine, das ist ja ganz schön aufwendiges Make-up gewesen bei Paddy Considine und auch natürlich ein bisschen CGI und es sah etwas merkwürdig aus, also teilweise war ich echt so, haben sie, haben sie Paddy Considine irgendwie komplett per CGI rekonstruiert aus, aus diesem, diesem Zustand da in Staffel 1? Das war ein bisschen, das sah ein bisschen komisch aus. Ich finde fast, also ich hätte dann vielleicht gedacht, also weil es wahnsinnig aufwendig ist, gibt man ihm vielleicht auch dann halt die zwei Folgen oder halt nicht nur eine, so eine kleine Szene, sondern lässt ihn halt jetzt auch, er war jetzt, war es Folge 6? Ja, ne? Letzte Folge war er, wo er da schon einen Auftritt hatte und jetzt hier, und vielleicht kommt er ja nochmal, keine Ahnung, dass sie eben das wirklich, weil wenn es, also wenn es mehr Szenen gibt, dann würde ich sagen, das ist, das ist schon wirklich Paddy Considine. Und ich glaube auch, ich weiß, warum er auch jetzt hier an dieser Stelle, in dieser Folge, jetzt nochmal so in Erscheinung getreten ist, denn das eignet sich dann letztlich auch als Übergang zum, zum Aegon, der ja in der nächsten, da zu sehen ist. Definitiv. Und dann ja auch da wirklich, äh, Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten aufweist. Ja, ich weiß auch nicht, also ich, ich sag nicht, dass ich die ganze Szene nicht gebraucht hätte, aber ich glaube nicht so, es ist jetzt kein total breitgewalzter Dialog, aber ich glaube, es hätten mir diese Geste gereicht mit der Krone und ja, willst du sie immer noch, ne? Mhm. Weil den Rest, ja gut, dass Viserys ist jetzt, sogar selber sagt, dass er die Krone eigentlich nie haben wollte und dass es, dass es auch nur eine Bürde ist, die ihn erdrückt hat. Gut, das haben wir letztes Mal von Alice gehört, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal, nochmal hören müssen. und ich finde halt, ja, dass, dass, dass das Staffel 1, dass das Staffel 1 halt so gut dargestellt hat, als halt auch ohne das, Viserys das ausformulieren muss. Ja. Sondern, also ich erinnere mich da an Folge auch in, war das Folge 3, die in dem Königswald, oder? War das Folge 2 oder so, in Staffel 1, wo es ja auch schon, wo, wo er mit sich kämpft, auch mit, mit dem Verlust von seiner Frau und so, wo er das alles nochmal so rekapituliert, also ich finde, diese Facetten waren schon immer, immer da bei, bei Viserys und das jetzt ja gut, jetzt hier halt nochmal speziell auf Damon einwirken soll, ja, aber, also ganz ehrlich, wir haben so viele Visionen und so viele Sachen jetzt hier schon bei Damon und so viele Konflikte bei ihm gesehen, dass, also, eben, für mich hätte Harrenhal auch nach dem, nach dem Gespräch da in dem Hof enden können. Durchaus. Also ich meine, ich hatte jetzt auch gelesen, dass die Drehbuchautorin Sarah Hess, die ja auch, äh, durchaus federführend ist, auch als Produzentin bei der Serie, dass die sich jetzt dazu geäußert hat und halt meinte, dass sie jetzt mehr vom Innenleben von Damon halt zeigen wollen, äh, und, und, äh, ihn als Figur eben dahin mehr, mehr, äh, ausgestalten wollen, weil man davon ja in der ersten Staffel nicht so viel gesehen hätte, aber dann denke ich mir so, äh, dieses teilweise Undurchsichtige und, und, dass Damon auch, glaube ich, teilweise selber nicht weiß, was er eigentlich wirklich will, das macht ja den Charakter interessant und alles, was sie jetzt hier präsentieren, äh, ganz ehrlich, das habe ich eigentlich in der ersten Staffel auch schon so wahrgenommen. Ja. Also ihr müsst mir das jetzt nicht hier nochmal groß und breit erklären, das ist echt ein bisschen schade, weil die Serie da echt so ein bisschen, äh, meint, das überbetonen zu müssen, äh, weiß nicht, ob das, also ich, ich will jetzt auf keinen Fall sagen, dass man da jetzt irgendwie den Zuschauer, äh, für, für zu blöd hält, da irgendwie mitzukommen, aber, weißt du, das, das ist so, als, als würden sie was unterstreichen und nochmal unterstreichen und nochmal unterstreichen, ne? Mhm. Naja, aber du hattest ja gerade eben schon, äh, gemeint, die anschließende Szene, äh, dockt dann hier auch schön an, nämlich mit, äh, Aegon und Orwell in King's Landing und wo Mr. Orwell so ein bisschen Reha-Sport, in Anführungsstrichen, mit Aegon macht, beziehungsweise ihm, also er leistet ihm so Hilfe bei ersten Gehversuchen, ja, und das geht, äh, sagen wir mal, nicht so gut vonstatten bisher, ne? Also, das war echt eine, also die Szene war schon hart anzuschauen und ich finde es auch durchaus bemerkenswert, dass sich die Serie den Folgen mal auf so eine Art und Weise widmet. Mhm. Also auch sehr, sehr eindringlich gespielt, diese, diese markerschütternden Schreie. Ja. Von ihm und dieses, also es muss unglaubliche Schmerzen bereiten. Man erfährt ja dann auch so ein bisschen, als ich dann dort Lord Laris noch dazu, gesellt, dass das keineswegs, äh, das Ansehen des Mesters war, da jetzt, ähm, ihm die Bewegung da zu ermöglichen, sondern nein, das geschieht eigentlich aus ganz anderen Gründen. Mhm. Und die sehen, ja, nicht wirklich förderlich aus. Du hast ja gerade schon angeschnitten, ich finde schon bemerkenswerte, wie Aegon hier wirklich inszeniert wird, fast wie Viserys, ne? Also man hat jetzt auch zum ersten Mal gesehen, er hat praktisch auch kein linkes Ohr mehr. Und, und eine Hälfte seines Gesichts ist ja wirklich so, er ist, er ist wirklich so ein halber Darth Vader. Und, äh, ich kann mich da nur anschließen, also Kudos an Tom Glyn Carney, der das wirklich großartig rüberbringt. Das ist wirklich, es ist wahnsinnig unangenehm, wie der da zusammenspricht, und man wirklich auch so ein Splittergeräusch hört, wo man sich jetzt denkt, hat der da jetzt wieder irgendwas umgestoßen, wie in früheren Folgen, wo er alles Mögliche gegen die Wände geschmissen hat, oder ist da eventuell was von seinem Körper gesplittert, ne? Also, boah, das war unangenehm. Ja. Ja, Laris kommt dann rein, wie du schon sagst. Also, es ist aber, glaube ich, so, dass Aegon sich ja erschreckt, weil die Tür offen, äh, aufgeht, ne? Und Laris dann irgendwie mit einem Gardisten reinkommt. Beide, also Laris und der Maester, unterstützen Aegon dann und hieven den so mehr schlecht als recht ins Bett. Und, oh Gott, der ist ja nur, der ist ja nur am Stöhnen und am Schreien vor Schmerzen. Also, das ist, ich, ich finde das sogar fast noch schlimmer als bei Viserys, äh, in der ersten Staffel, sage ich ganz ehrlich. Ja, definitiv. Ja, also, man muss halt auch überlegen, was, Aegon, der war ja, oder ist ja so ein, so ein junger Mann, und den erfüllt das da so mit Schmerzen. Und wir hatten ja schon darüber geredet, was für eine tragische Figur er eigentlich ist. Mhm. Und das ihn jetzt so, ihn so gequält zu sehen, das ist schon, uff. Ja. Aber Laris quält ihn, weil es, eben, richtig, weil es, weil Laris es auch nicht besser macht. Und dann, ja, ich sehe, es ist schon, es ist sehr schmerzhaft, aber du musst dich schon noch ein bisschen mehr anstrengen. So, weißt du? Ja. Und er drängt da, er drängt sich da auf, auch wie er ihn dann anpackt, wenn, wenn sie ihn rüber zum Bett führen. Mhm. Und es ist ja auch so, also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erinnere, aber Aegon auch so ein bisschen eigentlich, dass er ja gar nicht will, dass er jetzt noch von der anderen Seite auch irgendwie angepackt hat, dass es auch ihn ja in einer Form noch demütigt und dann noch sowas von, von Laris gesagt zu bekommen, das ist schon heftig. Ja, da ist halt auch die Frage, macht Laris das, es ist so ganz komisch. Ich glaube, zum einen sieht er sich selber irgendwie auch da drin. Das kam ja schon in dieser Szene in der sechsten Folge, die ich ja ziemlich gut fand, durch. Also, wo, wo man halt das Gefühl hat, dass Laris eigentlich mehr gerade über sich selbst redet als über Aegon. Aber zum anderen bereitet es ihm irgendwie auch Vergnügen, so jemanden, mit dem er sich bis zu einem gewissen Punkt vielleicht so identifiziert, vor sich zu haben und über den die Oberhand zu besitzen. Ne? Ja. Weil, ganz ehrlich, der ist ja noch viel schlimmer dran als er. Ja, Laris mit seinem Klumpfuß, was weiß ich, und auch seit der Geburt. Aber Aegon, ich meine, da heißt es ja wirklich, der wird nie wieder, also, der muss eigentlich seine ganze Lebensweise anpassen an diese neuen Gegebenheiten. Dem bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Und dann entfernen sich Laris und Orwell und das ist dann auch so hinterhältig von Laris, von wegen, ja, seid doch mal vorsichtiger mit ihm. Und Orwell dann so, hallo, ich mach das hier auf eure Anweisung. Also, das hat er natürlich nicht so direkt vor dem König gesagt, aber Laris ist es ja eigentlich, der ihn dazu pusht. Das war ja auch schon in der sechsten Folge, wo Laris dem diese Schmerzmittel auch vorenthalten wollte. Also, boah, das ist so unangenehm. Und zugleich präsentiert er sich als seinen einzigen Verbündeten. Also, Laris ist wirklich der, der, dass Kristen Cohen in dieser Folge nicht ist, weil dadurch steigt Laris wirklich zum Kotzbrocken Nummer 1 hier auf, glaube ich. Ja, also, ach, nee. Und Mesa Orwell ist dann auch wirklich so, weil Laris meinte auch, ja, 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 ich, ich war in die Wache nächste Mal vor, wenn sie die Tür aufreißt, aber jetzt, ne, lass ihn mal ruhen und versuchts in ein paar Stunden nochmal, weil der wird ja eh bald keine Ruhe mehr haben und Orwell ist dann echt so, meine Fresse, lasst es doch, der ist, guckt ihn euch doch an, ne, also, oh, das ist, ich, ich muss auch sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so relativ viel von Aegon noch sehen in dieser Staffel. Ich dachte, der wird vielleicht immer mal, vielleicht mal so angedeutet oder wäre noch viel mehr im Halbwachen Zustand, aber dass der hier dann doch so relativ Fortschritte macht, damit habe ich gar nicht so gerechnet. Also in Anführungsstrichen Fortschritte, ne, weil es ist wirklich grauenhaft, was wir hier sehen. Also das geht durch Mark und Bein, wortwörtlich. Was dann allerdings weniger durch Mark und Bein geht, ist das, was wir als nächstes sehen, nämlich wir landen auf Driftmark, wo Alin gezeigt wird, der hier anscheinend Körbe verlädt. Also wir erinnern uns, die wollen ja hier bald in See stechen und machen dann jetzt die, die Seeschlange oder auf jeden Fall, dass das Schiff hier seetüchtig, bis dann Corliss in den Hafen kommt und ihn beiseite bittet. Auch wirklich schon so mit, mit, ja, durchaus auch so einer, so einer gewissen jetzt Vertrauter, weil man darf nicht vergessen, er wollte ja Alin als seinen ersten Mat haben und das wird er jetzt wohl angenommen haben, da hätte ich mal eine Frage an dich, wirst du denn, weil da hatte ich auch mit Sven drüber gesprochen, wirst du denn so schlau aus dieser Zurückhaltung von Alin? Nee, nicht wirklich, weil man könnte es halt so verstehen, dass er nicht in den Krieg ziehen will und einfach Ruhe haben will, aber er scheint ja wirklich schon gezielt vertuschen zu wollen, dass er mit Lord Corliss verwandt ist, also der ist ja schon wirklich so, eher so, so abweisend gegenüber dem und gehorcht dann hier eigentlich auch nur befähigend, denn Lord Corliss hat Aufgaben für ihn, also er meint halt, die Königin braucht Schiffe und hier sollen Fischerboote angeheuert werden, denen soll man dann auch großzügig Lohn zahlen, aber man soll eben darauf achten, dass sie, dass sie gute Kapitäne mitbringen und er weist dann auch an, dass sich weitere treuergebende Kämpfer an Bord des Schiffes begeben, aber noch im Hafen ausharren sollen und dann ist hier die Rede davon, dass Alin eine Botschaft irgendwie auch überbringen soll, das werden wir dann ja auch später sehen, was es damit auf sich hat, beziehungsweise gleich und dann, nachdem da so der offizielle Teil eigentlich ein bisschen abgefrühstückt ist, von Käpt'n zu Mart, wird dann Corliss so ein bisschen, also wird klar, warum er den so beiseite nimmt, weil er klärt ihn dann eben auf, ja die Königin hat einen neuen Drachenreiter und Alin hat dann natürlich auch schon davon gehört, also das macht dann, das macht die Runde, das ist klar, und ist dann aber doch relativ verwirrt, als Corliss ihm offenbart, dass es sein eigener Bruder ist. Ich meine gut, ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie eifersüchtig ist auf seinen Bruder, also er erkennt ja auch seinen Bruder, meint ja dann, ja der war schon immer irgendwie jemand, der sich beweisen wollte und Corliss, das fand ich dann im Dialog auch sehr schön, die Nuance, er sagt dann nämlich, also er verhandelt das dann gegenüber Alin wirklich ganz offen, also im Hinblick jetzt auf die Velaryon, unser Geschlecht stammt aus dem alten Valyria, aber wir sind keine Drachenlords. Also da merkt man, dass er, ich meine, an Alin ist er ja schon offener herangerückt, als an Adam, aber hier ist dann eigentlich jegliche Kontenance gefallen, also wenn er wirklich von uns, spricht gegenüber dem, der eigentlich nur ein Schiffsbauer ist. Corliss überlegt dann so, meint dann so, ja er weiß, er weiß gar nicht viel über die Herkunft der Mutter der beiden, also eben dieser Marilda und die könnte ihm aber eventuell doch etwas Blut vermacht haben. Alin zieht sich dann eigentlich auch erneut wieder so aus der Affäre, weil von wegen, ja mein Bruder ist das, aber ich, ich bin Salz und mehr und mich verlangt es eigentlich auch nach nichts anderem. Ja, aber ich finde das vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ja, also ich finde es, also ich mache mir da jetzt nicht große Gedanken, was seine Beweggründe oder so, ich bin mir halt nicht sicher, ob da wirklich noch etwas dahinter stecken muss, sondern ob es halt vielleicht auch einfach die Perspektive von dieser Figur ist. Deswegen, also ist mir bisher nicht so aufgefallen, wenn das da hätte mehr sein müssen oder dass da noch mehr Beweggrund drinstecken sollte. Naja, so beide Brüder haben tatsächlich noch so ihre Rolle zu spielen. Also Adam ist natürlich jetzt deutlich noch mehr im Vordergrund, nachdem er vorher eigentlich ja im Hintergrund war. Aber Alin, irgendwas ist da, glaube ich noch. Also ich will jetzt natürlich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, und dann kommen wir eigentlich zu dem Teil der Folge, der ziemlich zersplittert ist, wie wir so in der fünften Folge gesagt haben. Die habe ich ja sogar genannt, die Zersplitterung der Macht. Meta, Meta. Denn wo landen wir? Eigentlich nur relativ kurz in Hohenär, also die Irie im Grünen Tal, wo jetzt der Tross mit den Kindern und den Drachen aufbricht. Da sehen wir auch, ich weiß gar nicht, ist das eine Perspektive auf die Burg Hohenär, die wir vorher, glaube ich, noch nicht gesehen haben? Oder gehen sie hier durch das Bluttor? Ich glaube, sie gehen durch das Bluttor. Ja, wahrscheinlich schon, weil alles andere... Also sie gehen hinaus, genau. Ja. Und Rainer bleibt da noch so ein bisschen zurückstehen, beziehungsweise, ja, wählt dann den Feldweg, nicht den Weg, den die anderen gehen, den sie wollen. Wie sich das Ganze dann nochmal anschauen, was ihr ja schon in der letzten Folge da entdeckt habt. Und da muss ich auch, da stimme ich dir zu. Dieser Handlungsstang ist so ein Beispiel dafür, dass diese Zersplitterung jetzt nicht so richtig funktioniert oder dass das Ganze manchmal ein bisschen, ja, seltsam zersplittert wirkt. Denn gerade diese Szenen, die es in Hohenär gab, wir hatten vor zwei Folgen hatten wir quasi die Ankunft da und die neue, also die Lady Aaron da. Dann in der zweiten Folge gab es eben die Entdeckung, dass da vielleicht doch noch ein Drache rumschwirrt. Und jetzt in der dritten Folge haben wir quasi die Abreise von Hohenärm und dann nochmal wie Rainer zu den Schafsüberresten da geht. Das ist etwas, was man, weiß ich nicht, zusammen addiert, sind das sieben, acht Minuten vielleicht, ja, die aus meiner Sicht auch wirklich in eine Folge hätten gepasst und die man auch, also ich glaube, hätte man verschiedene Storystränge aus fünf, sechs und sieben innerhalb der Folgen anders gewichtet oder meinetwegen auch, wie gesagt, die fünf bis sechs Minuten noch in eine andere Folge mit reingetan, sollte es jetzt, sollte die Folge fünf jetzt hundert sieben statt hundert zwei Minuten gehen, so what? Ich glaube, dann hätte das nochmal, also hätte das einen deutlich runderen Anblick gegeben und das waren halt so paar Handlungsstränge, vielleicht auch das Ganze in Anführungszeichen vorgeplinkt mit Adam und mit Adam und Arlene, vielleicht auch das irgendwie zusammenschweißen, ich glaube, das hätte für die eine oder andere Folge einen runderen Blick gegeben, ich kann mir vielleicht vorstellen, warum sie es machen, weil sie immer so versuchen, hier ein Update, da ein Update, da ein Update, aber dann muss, dann müssen diese, diese Fragmente halt auch Gewicht haben. genug hergeben, genau, und ich glaube einfach, dass einzelne von diesen Fragmenten nicht immer dieses Gewicht hatten oder nicht immer so viel dann beizutragen hatten, außer die, außer halt die Funktion hier, die Welt ist so und an jeder Ort und Stelle passiert etwas. Deswegen, ja, also ich hätte es wahrscheinlich auch eher lieber gehabt, wenn die, wenn die, sie müssen nicht, es muss nicht alles nacheinander geschehen, aber wenn sie zumindest in einer Folge so ein bisschen abgerundet werden. Ja, nee, bin ich, bin ich absolut bei dir, also das, ach, das sind immer so diese Szenen, die so, so im luftleeren Raum hängen und das finde ich auch ein bisschen undankbar Richtung Rainer, weil die Serie ist ja durchaus bemüht, ihrer Figur schon irgendwie ein bisschen mehr Relevanz beizumessen, als die eigentlich in der Vorlage hat. Also diese ganze Handlung hier, die ist in der Vorlage schon anders, da ist sie ja wirklich jahrelang auf hohen Ehr und lebt da auch ein wirklich gutes Leben und hier diese ganze Nummer mit dem Nistplatz des Drachen Schafsdieb höchstwahrscheinlich hat hier durchaus auch für Diskussionen gesorgt, weil es wirkt jetzt immer mehr so und das ist jetzt hier eigentlich auch nochmal eine Bestätigung dafür, dass Rainer hier eine Rolle zugesprochen wird oder eine Funktion, die im Buch ein Bastardmädchen namens Nessel ausfüllt. Also die beansprucht eigentlich da Schafsdieb und was George R.A. Martin auch schon so hat läuten lassen zuletzt, dass er diese ganze Handlung ein bisschen seltsam findet. Also er ist zwar nicht direkt hier drauf eingegangen, er hat eben so vor zwei, drei Wochen hat er glaube ich einen Blogpost abgesetzt und gemeint, dass wilde Drachen oder einfach reiterlose Drachen, dass die sich nie sehr weit von ihrem Nistplatz und dann Jagdrevier entfernen. Und Schafsdieb ist eigentlich einer von den wilden Drachen auf Dragonstone im Buch und im grünen Teil gibt es keinen. Wobei, also ganz ehrlich, das sind aber, das sind so, das sind so Details, die sind natürlich für ihn auch als Autoren wichtig oder, aber es ist etwas, was in der Serie ja kaum eine Rolle spielt. Nee, ich finde das, ich finde das jetzt auch nicht so wild. Also ich, ich finde es eigentlich sogar schön, dass man Rainer jetzt hier irgendwie einfach ein bisschen mehr, weil das ist ja schon wirklich undankbar, die hat keinen Drachen, die darf hier nur die Kinder hüten und ich glaube auch nicht, dass die Nessel noch einführen werden. Also von den wilden Drachen war zwar die Rede. Ich finde das, ich finde das aber auch legitim oder auch schön, dass man, das hatten wir auch in den letzten Staffeln von Game of Thrones, dass man vielleicht so verschiedene Handlungsstränge irgendwie zusammenführt und dann vielleicht lieber, weil wir haben ja schon ein großes Angebot an Figuren und da sind wir ja schon, da kommen wir ja gleich drauf oder übernächste Szene dann drauf. Selbst da sind ja schon Figuren da, wo wir der Meinung sind, ja eigentlich bräuchten die schon mal noch ein bisschen Arbeit oder da müsste eigentlich schon mal noch was getan werden für diese Figuren. Deswegen finde ich es eigentlich okay, dass wenn es sich einmal so anbietet, dass man vielleicht da die Figuren Schicksale so kreuzen kann, dass dann lieber eine Figur noch mit mehr Facetten oder mit noch etwas Handlung ausgestattet wird, die sonst vielleicht auch nur umsitzen würde. Ja, das hat ja Game of Thrones auch gemacht. Wir erinnern uns an Lady Talisa, die ja eine komplette Erfindung der Serie ist und Jane Westerling hat jetzt nicht so viel zu melden im Buch. Selbst ihre Figur ist dann nicht zum Beispiel Teil der Roten Hochzeit. Aber das jetzt nur am Rande, denn wir kommen zu einer anderen relativ kurzen Szene, wo ich mir auch so denke, warum zerteilt ihr das so? Das sind so Fragmente einfach. Wir landen jedenfalls im Königswald mit Alicent, die hier zu Pferd unterwegs ist und dann zu diesem Sir Rickard kommt, der anscheinend aus Langeweile irgendwas ausweidet, wo wir dann aber sehen, dass er, also die sind wohl auch schon ein bisschen länger da, denn die haben Zelte aufgestellt zwischen den Bäumen und Alicent will sich dann auch so zurückziehen, also in ihr Zelt, sage ich mal, und Sir Rickard, ja, ist dann auch so langsam ein bisschen perplex, was das jetzt hier eigentlich soll und wie lange sie beabsichtigt, hier zu bleiben. Ja. Und dann meint sie, ja, mal sehen, vielleicht will sie auch gar nicht so schnell wieder weg. Ja. Und verzieht sich in ihr Zelt. Ja, so eine Handlung, die, also ich, in Hinblick auf Alicents Figur macht es jetzt schon Sinn, irgendwie auch diese, dass sie einfach mal raus will, aber dann so dieses, dass sie, dass sie gar nicht mehr weiß, ob sie überhaupt nochmal zurück will und dann auch in Hinblick auf das, was sie dann jetzt macht, weil in einer anderen Szene, die wir dann jetzt mal eben vorziehen, Moment, genau, wandert sie dann ja im Alleingang durch den Königswald, wo ich sagen muss, das ist wirklich, das ist wunderschön gefilmt. stimmt, oder? Ja, definitiv. Also das, das sind so, so Shots, die man auch schon in den Trailern gesehen hat und auch schon im Teaser zur siebten Folge, wo dann ja auch schon gezeigt wird, was wir jetzt zu sehen bekommen, denn die geht nicht nur einfach durch den Wald, sondern zum Wasser, legt ihren Umhang ab, also es wird nur so angedeutet und wartet dann im Gewand so langsam ins Wasser hinaus und dann war ich so echt am überlegen, also auch schon bei dem, bei dem Teaser, ist Alicent hier im Begriff, sich was anzutun und da musste ich dann auch dran denken, dass sie ja auch schon in der zweiten oder dritten Episode, wo sie da in ihrer Badewanne gezeigt wird alleine, dass sie da auch schon so untertaucht. Hattest du das Gefühl, dass das auch so wirklich so in die Richtung, also schon wirklich Suizid gehen könnte in dem Moment? Eigentlich tatsächlich gar nicht. Gar nicht. Auch wenn die Folge damit echt spielt, ne? Ja. Sie spielt, also jetzt, wo du das so erzählst, würde ich sagen, ja, okay, sie spielt damit, aber für mich hat es die ganze Zeit auch mit dem Aufbau, wie wir, wir bauen uns hier ein Zelt auf und so einfach dieses Ventil, was Renderer in Mysaria hat und sie Alicent halt nirgends hat, das ist jetzt da der Wald und das ist auch so ein bisschen so Klischee, wenn so, weiß ich, so viel zu tun, dann was, ja, hier, komm, wir machen ein, ein Wochenende im Wald oder wir, na, so selbst, Selbstoptimierung oder selbst zu sich kommen und ein bisschen Yoga im Wald. Genau, genau, das, das macht Alicent ja hier quasi auch, ja, aber es ist auf eine deutlich, also es ist auf eine elegantere Art und Weise gelöst, wie es jetzt klingt, in meinen Augen. Ich fand die Szenerie auch sehr schön, auch sehr schön aufbereitet und, nee, ich hatte, ich hatte, also ich hatte nicht die Assoziation, dass, dass ihr da jetzt was zustoßen könnt oder dass ihr jetzt da Mut, vielleicht, weil ich auch ihre Figur einfach als zu, zu wichtig einschätze, als dass irgendwas ihr jetzt zustoßen könnte. Nee, aber ich fand es auch so als kleine und vor allen Dingen, weil die Szene ja auch mit, gut, die vorherige mit ein paar mehr Wörter, aber die Szene jetzt ohne Wörter auskommt, dass das auch nochmal so eine schöne, also das war nochmal so kurze Ruhepole in dieser Folge. Ja, so ein bisschen auch zwischen den, zwischen den Szenen immer, ähm, mal mit ein bisschen mehr, also mit ein bisschen mehr im Dialog oder dann halt auch mal in solchen Szenen mit weniger Dialog, ähm, so ein bisschen hin und her schwankt. Mhm, ja, die werden wahrscheinlich auch Fehler als irgendwie Fehler oder langweilig empfinden, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber ich hab, ich muss sagen, also ich hab die teilweise solche Szenen dann lieber als so, auch wenn, wenn wir für uns eine Ratssitzung oder hier dieses hier Laris und Jasper auf der, äh, auf der Burgmauer da, auch wenn, wir haben ja vor uns drüber geredet, dass da durchaus auch was drinsteckt, aber keine Ahnung, irgendwie finde ich die, bei mir die Erzähler hat einfach so noch besser gefällt. Das hatte, glaube ich, auch Timo, ich grüße ihn jetzt nochmal, wenn er noch bis hier ist, hat er auch Timo, dass es Game of Thrones ja geschafft hat, so wahnsinnig viel über Gesichter zu erzählen. Und da stimme ich eben auch zu, dass das in House of the Dragon teilweise noch weniger, also auch, geschieht auch mit, aber noch weniger geschieht und ich finde sowas, also auch mal ohne Worte was zu erzählen, das gelingt in solchen Szenen zum Beispiel ganz gut. Ja, vor allem hat man sich dann hier, glaube ich, wirklich auch dann die richtige Figur und die richtige Schauspielerin ausgesucht, weil, äh, Olivia Cooke hat, kann ich nur immer wieder sagen, hat sehr ausdruckstarke Augen, also das hat einfach auch seine Wirkung, aber ich war wirklich, also, sowohl im Teaser hatte ich halt so das Gefühl, dass es eben so in die Richtung geht und die Folge, also sie wartet hier halt ins Wasser und dann haben wir halt diese Aufnahme von Alicens Haaren unter Wasser. Da war wirklich so ein Moment, könnte sie sich jetzt was angetragen haben, also da, da spielt die Folge schon mit, aber nein, sie treibt dann doch nur auf dem Rücken im Wasser in so einer, fand ich auch sehr interessant, Kreuzpose, weil sie ist ja sehr, sehr gläubig, äh, siebenzackigen Stern kann sie ja wo kaum schwimmen, ähm, aber, äh, das fand ich, äh, fand ich, fand ich eine schöne Aufnahme. Man, man merkt auch, wie ihr, wie ihr das hilft, das hat was, na ja, es hat dieses, dieses Krafttanken, dieses, ja, dieses, ah, es klingt so, es klingt, es klingt echt schrecklich, ja, das so, das, das so sagt, lieber mal so, also, lieber, lieber mal, äh, lieber anschauen, weil, ist also, wie gesagt, es klingt jetzt nicht, also, es ist nicht so inszeniert, wie es klingt. Nee, nee, aber ich fand's im Hinblick auf ihre, äh, Badewannenszene einfach nochmal interessant, ne, weil die war halt noch so in ihren Gemächern, und da fühlt sie sich jetzt auch praktisch nicht mehr heimisch, und das ist jetzt hier praktisch, also hier nimmt sie sich praktisch ihre eigene Badewanne, mitten in der Natur, ne, die Badewanne war ja auch noch so ein bisschen so ein Rückzugsort vorher, ne, und den hat ihr Laris ja eigentlich dann auch irgendwo madig gemacht, mit den ganzen, äh, Zofen, Schrägstrich Spioninnen um sie. Ja, das stimmt schon, ja, stimmt, ich erinnere mich da auch an ein paar Szenen Staffel 1, wo sie sie da wegschickt, glaube ich, und dann liebe, also, dass sie das auch genießt, da allein zu sein, ja, das ist schön, dass das so aufgreift, ja. Ich weiß, alle möglichen werden das als total langweilig empfinden, ich fand das sehr schön, und auch eben sehr ausdrucksstark, also, auch, dass sie jetzt wieder mit diesem Sir Rick hat, dass sie da nicht irgendwie groß lamentiert, und, ach ja, ich fühle mich nicht mehr heimisch, und ich, ich, ich weiß nicht mehr wohin, und bla bla bla, sondern, dass sie wirklich komplett, dass das für sich stehen darf, fand ich eine wirklich schöne Szene. Natürlich sehr melancholisch, ne, aber das, das passte wunderbar in die Tonalität. Wer aber alles andere als melancholisch ist, ist Jace auf, äh, Dragonstone, denn der, äh, hat so langsam jetzt genug, und, äh, stellt Rhaenyra zur Rede, und was ich, was ich an Jace immer sehr bemerkenswert finde, dass der wirklich ohne Umschweife in eine Szene reinkommt, und direkt, auf den Tisch packt, was ihn stört. ja. Also wirklich so direkt in your face, immer. Das kann man jetzt auslegen, wie man will. Ja. Ich lege es immer so, äh, oder ich lege es für mich dann meist so aus, ja, ihr habt einfach mit dieser Figur nichts anderes zu erzählen, außer das. Ja, ja. Und das finde ich dann gleichzeitig immer ein bisschen schade, und ich habe mir aufgeschrieben, ich habe mir jetzt, was in dieser Szene passiert, und wie er das Ganze, ja, wie er seine Mutter ja wirklich konfrontiert, die da by the way irgendwie so, wie so eine Lehrerin an diesem Schreibtisch sitzt, die irgendwelche, äh, diese irgendwelche, äh, Papiere da, also wie, als würde sie da gerade irgendwelche Arbeiten korrigieren, oder so. Aber, wenn er doch nur mal, noch ein bisschen besser ausgearbeitet wäre. Ja, ja. Ich meine, die Konflikte natürlich sind auf einer oberflächlichen Art schon nachvollziehbar, die er jetzt hier auch, auch wenn er natürlich, wenn man seine Punkte da durchaus hinterfragen kann, und er ja auch eine sehr, sehr herablassende Sichtweise an den Tag legt. Aber, ach, das hätte, also, ich sehe da wie immer das Potenzial, aber das wird bei seiner Figur leider bis hierhin auch nicht ausgespielt. Ja, nee, das, also, an, an solchen Szenen merkst du einfach, wie Jace so ein bisschen underwritten ist. Also, er hat zwar, er hat zwar seine Szenen, und die sind auch, ich muss, ich muss auch sagen, also, ich kann's, ich weiß, du hast ja schon in Folge 5 für ihn ordentlich geroutet, aber mittlerweile kann ich es nachvollziehen, und auch über Reines, hatte ich ja schon gesagt, diese beiden Söhne tun mir einfach unfassbar leid, oder, beziehungsweise jetzt nur noch er, und, äh, deren Los ist halt auch irgendwie blöde, und das spielt er dann ja auch hier aus, aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, fand ich das auch schön ambivalent gestaltet, dass er hier, äh, ziemlich herablassend ist, also, von wegen, hier, er kommt ja direkt an mit, ja, Niedra auf Drachen, ist das auf Mysarias Mist gewachsen, und das fand ich auch einen schönen Verweis, weil im Buch ist das nämlich anders, und je mehr ich darüber nachdachte, desto weniger Sinn ergibt das eigentlich, weil im Buch, äh, heißt es tatsächlich, dass Jace, also dadurch, dass Rhaenyra sich ja eine ganze Zeit lang von Regierungsgeschäften eigentlich zurückzieht, weil sie wirklich da in schwerster Trauer ist, über ihren anderen, so ein Luke, dass er da eben dann so ein bisschen die Geschäfte übernimmt, und dann diese Drachensaat veranstaltet, und dann wirklich nach außen hin kommuniziert, jeder, der hier hinkommt und es schafft, einen Drachen zu besteigen, der wird augenblicklich in den Adelstand erhoben, und so weiter, und so fort, und wenn ich jetzt so überlege, eigentlich macht das nicht wirklich Sinn, dass er das tun sollte, jedenfalls nicht hier in der Serie, auch wenn er natürlich bei Sir Stefan erst begeistert war, aber der war ja noch hochwohl geboren, ne? Ja, ich finde, das führt einfach nochmal das vor Augen, weil dieser junge Mann wird einfach in diese Welt geboren, und wir hatten das in Folge 5 mit diesen, mit diesen Vorstellungen, dass man ihn ja, für was hält man ihn, wenn er nichts machen darf, so, und zu dem, zu diesen Männlichkeitsidealen kommen jetzt halt auch noch diese, diese verklärten Herrscherideale dazu, und dass diese, Mann, ich wünschte nur, das würde auch mal noch besser ausgearbeitet werden, in dieser Figur, weil diese Figur bietet sich halt dafür an, aber um diese Konflikte, oder um da irgendwie die richtige Kritik, oder den richtigen Ton zu finden, darauf will sich die Serie irgendwie nicht festlegen, oder das will sie nicht wirklich als Gegenstand nehmen, und da mal tiefer, tiefer reinschauen, das finde ich schade. Ja, obwohl man wirklich, also ich konnte wirklich auch verstehen, was, was ihn hier stört, also klar, es wirkt auf den ersten Blick so von wegen, er will halt hier keine, keine Mischlinge am Hals haben, wie wir sind das Blut des Drachen, und wir, wir verlieren immens an, an Imposanz, wenn jetzt neuerdings jeder einen Drachen beanspruchen kann, und was Rhaenyra vor allem auch nicht bedenkt, und das fand ich auch einen interessanten Gedanken von ihm, äh, also Rhaenyra meinte, wir sind ja trotzdem immer noch die rechtenmäßigen Herrscher, und Jace kontert dann aber mit, ja, was machst du denn eigentlich, wenn einer dieser Bastarde sich plötzlich denkt, hey, ich könnte ja auch herrschen, und ich hab hier einen Drachen. Ich, ich glaube, Rhaenyra unterschätzt auch echt die Gefahr, die, die zweischneidige Gefahr, hinter diesem Vorhaben mit den Drachensamen. Ja, ich glaube aber, sie ist einfach, ja, verzweifelt, aber auch so, was wir halt nach der ersten Szene schon gesagt haben, dieses, diese Euphorie, die in ihr, und letztlich auch, sie, also natürlich kann sie das jetzt, oder natürlich könnte sie das, weiß ich nicht, eine Prozedur oder so dahinter entwickeln, aber sie braucht das, also es ist ja auch, es ist ja auch eine Dringlichkeit dahinter, und schon mal diesen Drachen jetzt mit Adam an ihrer Seite zu wissen, und dann auch noch die Möglichkeit, dass das vielleicht nochmal so klappen könnte, das ist halt einfach was, was sie, was sie glaube ich da an das andere nicht denken lässt, und ich kann sie aber da auch verstehen, weil die ganze Staffel sitzt sie da und will irgendwas tun und drängt danach, irgendwas zu tun, und jetzt bietet sich da ihre Möglichkeit, natürlich gibt es auch da Kritik dran, aber ja, ich glaube irgendwann ist Schluss mit Warten. Es ist natürlich also zum einen ihr Drang generell was zu tun, und sie sieht eben auch die Möglichkeit, und da wird dann auch die Brücke zur Folge 3 geschlagen, sie sieht hier die Möglichkeit, einen sinnlosen Krieg immer noch zu verhindern, also dass die Grünen dann irgendwann so eingeschüchtert sind, dass sie klein beigeben müssen, und andere Alternativen sieht sie nicht, weil sie kann es nicht mit Varga aufnehmen, auf Syrax, und er schon gar nicht mit seinem Drachen, und Jace ist dann, und das fand ich halt wieder auch einen interessanten Impuls, weil er meint dann ja, was ist denn, wenn du stirbst? Er ist ja ihr Erbe, aber ja, man muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Targaryen-Bastarde sehen eher aus wie Targaryen, ne? Und da kommt dann eben was zum Tragen, was eigentlich schon selbst in Kindheitstagen in ihm gelodert hat, und er weiß es halt auch, ne? Also er macht ihr dann ja wirklich den Vorwurf, hast du mal darüber nachgedacht, als du es mit Harwin Strong getrieben hast, dass wir eventuell mehr aussehen könnten wie er und weniger wie deine anderen Kinder, ne? Ich muss sagen, das kann ich auch wirklich absolut nachvollziehen, dass er da Angst hat, auch im Hinblick darauf, dass er halt meint, ich sehe nicht aus wie ein Targaryen, aber ich habe einen Drachen, das unterstreicht dann irgendwie noch, dass ich ja doch einer bin, aber wenn ich dann jetzt nur noch einer von vielen bin, der einen Drachen hat, dann wird mir das auch noch genommen. Also da kann ich auch wirklich sein Dilemma absolut nachvollziehen. Muss auch sagen, der Schauspieler bringt das auch wirklich gut rüber, diesen Frust oder dieses Erkennen, dass er hier eigentlich immer weiter, ohne dass Rhaenyra es vielleicht auch aktiv will, dass er immer weiter an den Rand gedrängt wird. Ja, kommt dann natürlich auch so ein bisschen die Mutter in ihr durch und sie meint dann ja auch, ja, eigentlich passt mir das ja doch nicht alles und als er sie dann aber darum bittet, es doch einfach sein zu lassen, das fand ich, das fand ich ein bisschen komisch, dass sie sich dann irgendwie mit, ja, von wegen, es ist von den Göttern vorbestimmt, bla bla bla, weil so wahnsinnig, ja gut, die Götter sind für sie die Drachen in dem Fall dann wahrscheinlich, ne? Ja, und ich glaube halt gerade durch den Anfang der Folge, wo es dann wirklich mal so, so gut lief, fühlt sie sich da so ein bisschen bestätigt oder das hat in ihr nochmal so was ausgelöst, dass das vielleicht bestärkt diesen, diesen Glauben. Also von wegen, dass das alles vorbestimmt sein könnte, ne? Ja, oder halt, dass, dass, dass die Drachen sich das, also, dass sich das so fügen wird. Ja gut, ich meine, der Unterschied zu Jace ist halt, sie, sie ist ja halt wirklich aktiv reagiert, dass hier Adam den, den Drachen hat und hat das dann ja auch mit eigenen Augen gesehen, ne? Ich meine, das ist ja, das ist ja ein absolutes Novum gewesen, dass dann einer vom, vom gemeinen Volk sozusagen plötzlich einen Drachen reitet. Also du hast ja schon recht, das, das hat bei ihr den Tatendrang endgültig geweckt und das war vielleicht auch mal höchste Zeit, ne? Aber so wirklich, äh, übereinkommt sie mit ihrem Sohn nicht und, äh, ist irgendwo auch ein bisschen traurig, ne? Wobei er natürlich auch schon, also auch schon so in der sechsten Folge geschien er sich ja auch von ihr eher so ein bisschen zu entfernen, ne? Von wegen, ja, wir haben ja hier unsere schicken Armeen und deinen Drachen und schön und gut, aber unterm Strich brauchen wir doch eigentlich immer noch Dämen, ne? Naja, wir, äh, kommen dann zu etwas anderem, nämlich einer, wie ich finde, ziemlich tollen Montage. Ja, mit einem sehr schönen Musikstück. Ja, mit einem sehr, sehr schönen Musikstück, was, äh, ich glaube, es ist ja so dieses, ich sag jetzt mal Young Rhaenyra Theme aus der ersten Staffel, aber so im ganz anderen Tempo und mit einer anderen Dynamik, hat mir echt sehr gut gefallen. Ja. Wir sehen jedenfalls, äh, wie Müsaria hier, äh, Alin eben einbestellt hat, wo es ja hieß, ja, hier so eine Botschaft überbracht werden und das auch um jeden Preis. Das führt Alin dann aus und wir sehen in dieser Montage wirklich mal so den Weg so einer Botschaft, ne? Genau, da ist dann wieder die, 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 die stille Post. Genau, äh, still und, äh, aber trotzdem Post, denn, oder so, so eine, genau, Staffelübergabe. Also ja wirklich von einem Ort so zum nächsten, so. Ja, äh, die Olympischen Spiele lassen grüßen so ein bisschen, ne? Genau. Ja, äh, ja, Alin geht, äh, reicht dann die Botschaft weiter an einen Fischer, der wiederum dann von einer Stadtwache in die Hauptstadt gelassen wird und dann wiederum mit seinen Fischen zu niemand Geringerem geht als Elinda, also dieser Zofe, die sich ja in, in King's Landing jetzt anscheinend so, ja, die ist ja, die ist ja wirklich schon so eine, so eine Spionagezelle irgendwo jetzt mittlerweile da installiert, ne? Und dann eben diese Botschaft der Königin erhält. Ich, ich fand das wirklich großartig, dass es endlich mal gezeigt wird, so dieses von wegen der kennt den und der kennt den und der kennt den. Das ist, Elinda, äh, liest dann, äh, die Botschaft der Königin und knüllt sie zusammen und verbrennt sie dann auch wahrscheinlich, auch wenn wir das nicht sehen. Ja, und macht sich mal wieder in ihrem roten Mantel, äh, quer durch die Stadt auf, äh, jetzt den Auftrag, äh, auszuführen und diese ganzen, ja, Bastarde ausfindig zu machen. Und das sind wirklich einige. Wir sehen dann wirklich eine Montage, wie sie, ja, eigentlich so fast den ganzen Tag damit zubringt, ne? Das sind dann, äh, wirklich so, so wechselnde Szenen, wo sie, weiß ich nicht, sie spricht da mit, mit, äh, Waschweibern unter anderem, glaube ich, wo dann im Hintergrund eine silberblonde Frau zu sehen ist. Dann ist da irgendein Schmied, der dem Ruf folgt, äh, zwischendurch muss Elinda dann auch gucken, dass sie schnell abhaut, weil, äh, da ist eine Wache, die dann da Targaryenwappen abreißt, wie so Steckbriefe, äh, äh, und das ganze Geflüster, was sie verbreitet, beziehungsweise die Botschaft, findet dann über eine Stadtwache, die sie dann irgendwie auch, ich glaube, die kennt sie auch, oder besticht sie die? Ich weiß nicht, das ging nicht so ganz deutlich hervor, aber über den landet dann das Ganze in einer Schinke, die wir ja auch schon kennen, ne? Ja, und es ist, also es ist schön, dass in dieser Szene, also ich finde, das kann man in dieser Folge anrechnen, dass sie einmal das, den ganzen Strang mit Adam, aber auch das, was jetzt gleich folgt und was auch am Ende der Episode geschieht, dass sie so wirklich mal die Puzzleteile mal zusammensetzt oder wirklich mal das zusammenführt, was jetzt wirklich schon in den Folgen für den einen vielleicht etwas zu ausführlich, für die anderen, ja, den ging es da auch vielleicht nicht schnell genug, ähm, aber dass das hier jetzt endlich mal auf einen Nenner gebracht wird, wo, wo dieses Elemente tatsächlich mal, äh, ineinander gipfeln oder sich treffen, das geschieht hier und das ist, also das tut, glaube ich, auch der Staffel gut, dass es wirklich zeigt, ja, wir arbeiten hier wirklich darauf hin und da wird vielleicht auch dem einen oder anderen, ja, okay, so viel Fehler war da vielleicht doch nicht, äh, in den letzten Folgen, sondern irgendwie läuft das schon alles zusammen, auch wenn es halt in dieser Staffel, äh, sehr gemächlich und sehr, sehr überleitend alles ist. Und sehr fragmentarisch einfach, ne? Also, es ist schon interessant, das ist ja eigentlich der genaue Gegenentwurf zu diesen ganzen lose, in der Luft hängenden Szenen, weil es ist wirklich eine sehr flotte Montage, die, die eigentlich relativ viel Zeit und auch Inhalt abdeckt in wirklich mal, sagen wir mal, nicht mal 90 Sekunden, also, äh, sowas wünsche ich mir mehr, sage ich ganz ehrlich. Weiß ich nicht, also da, da hätte man, glaube ich, einige Sachen, weil, stell dir mal vor, man hätte jetzt auch noch eine Handlung gehabt von Elinda in der Stadt, die sich dann über drei Folgen hinwegzieht, beispielsweise, ne? Ja, also, ich meine, diese Zofa hat zwar mehr Relevanz, als man am Anfang dachte, aber eigenen Handlungsstrang muss sie jetzt, glaube ich, nicht kriegen, da reicht mir dann sowas. Wer aber auf jeden Fall noch einen eigenen Handlungsstrang hat, ist Ulf, äh, den wir ja, äh, in Folge drei kennengelernt haben, in Folge sechs auch, glaube ich, nochmal gesehen, ne? Beim Aufstand, bei dem landet das nämlich jetzt, äh, am, äh, ja, am Saufkumpantisch, sage ich mal, denn bis dahin spricht es sich herum, dass Rhaenyra das geheime Volk nach Dragonstone einlädt und, äh, explizit nach Targaryen-Bastarden suchen lässt. Wie das, wie diese Botschaft schon wieder, formuliert ist, lädt das gemeine Volk ein. Ja, so, weißt du, ähm, und so, 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 so wohlwollend und, ja, auch wieder so, so Image fördern, ne? Eigentlich so ein bisschen, ja, Also da, da wird halt weiter, dass Rhaenyra die Grausame lädt ein. Genau, oh, das ist gut. Ja, weil, ähm, ja, ich meine gut, vom Image der Grausamen ist sie ja, äh, ist sie ja schon, ist sie, ist sie weg, ja, also, äh, das ist jetzt eher so, die PR-Kampagne ist nach hinten losgegangen. Aber sowas von. Aber das war schon wirklich, also das war, das war raffiniert mit den Booten. Und hier, äh, spielen ja auch wieder Boote eine Rolle, denn, äh, es heißt, dass die hier, äh, am Strand ausliegen und dann nachts ablegen, um, äh, dann eben nach Dragonstone, äh, verschifft zu werden. Sie halten das zunächst, in der Bierrunde halten sie das alles so erst für einen Scherz, äh, bis dann aber, äh, ja, die Saufkumpanen von Ulf meinen, das ist jetzt seine große Chance und ihn auch so pushen. Und Ulf, ja, ist auch relativ zurückhaltend, was das angeht, ne? Ja, er hat halt, also er hat sich ja auch so ein Leben dort aufgebaut und ist natürlich da auch nicht, also ich glaube, ja, mh, er ist ja, er hat ja seine Frau, Moment, Moment, du vertust dich jetzt mit Hugh. Verwechsel ich ihn jetzt, oh nein, dann hab ich die verwechselt. Ah, ja, Entschuldigung, dann hab ich Hugh und Ulf das verwechselt. Ich war mir grad, ja, ich war mir jetzt grad nicht mehr sicher, wer entschuldigt. Die ganzen Weißhase. Gut, dann nehm ich alles zurück, ähm, aber, äh, ja, nein, also du hast ja schon nicht Unrecht, Ulf hat sich durchaus ein Leben aufgebaut, aber im Hinblick darauf, dass er so, ja, so halbe Lügen erzählt hat, ne? Also ich mein, er gibt sich ja seit Folge 3 so als Targaryen-Bastard aus und hat sich dadurch wahrscheinlich auch den ein oder anderen Suff gönnen können von irgendwelchen Gönnern und, ja, jetzt lässt er so durchblicken, dass das eventuell, ähm, alles doch eher so halb erfunden ist und das kommt, das kommt bei seinen Kumpels im Moment nicht gut an und da werden dann auch schon so andere drauf aufmerksam. Und er versucht das dann aber so zu kaschieren mit, ach ja, also, ja, es wär ja schon toll und ich wär da ja in der Schlange bestimmt der allererste, aber ach ja, leider mein, mein Bein, mein Bein, mein Bein, ne? Wo ich mir dann so denke, kam das, kam das bisher eigentlich vorher durch, dass der irgendwas am Bein hat? Ich glaub, das ist eine dumme Ausrede, ne? Wahrscheinlich. Ja, nevermind, ich hab, äh, wahrscheinlich eh alles durcheinander gebracht in der Szene, beziehungsweise in den, ja, für mich sind die Figuren auch jetzt erst aufgetaucht, also die hatten für mich den ersten Auftritt in dieser Folge. Hätte ich bedenken müssen, ja. Ähm, ne, äh, ja, kann sein. Er wird, er wird von seinen Saufkumpanen dann aber doch so ein bisschen, also auch so mit hier, das, das wird dir keiner verzeihen, wenn die rausfinden, dass du eigentlich nur Lügen erzählt hast und dann lässt er sich so wirklich so doch so in diese Richtung schubsen. Ja, hey, du kannst hier einen Drachen beanspruchen und, äh, pushen ihn dann so hoch und dann fangen alle anderen auch an mit, ach, sie stoßen an auf Ulf, den Drachenlord. Und, äh, dann haben wir, äh, die Überleitung zu jemandem, den du eigentlich jetzt meintest. Ah, ja. Ich mein, ja, ich glaube, da, ja, hab da Ulf und Huma eben zusammengeschmissen. Ja, die sehen sich sehr. Gedanklich. Ähm, ja, ich muss da auch ganz ehrlich sagen, äh, unten in der, in, später in der Drachenhöhle, dann war ich so, Moment, welcher ist jetzt welcher? Hab ich jetzt hier noch alle, auf dem Schirm? Ähm, äh, nee, genau, dann sehen wir eine Szene mit Hugh und seiner Frau, der ja, also, das meinte ich mit, äh, der auch, sich was aufgebaut hat und auch was zu verlieren, äh, zu verlieren irgendwo ja hat, dort, äh, in der Hauptstadt. Genau, aber er hat, äh, nicht mehr so viel zu verlieren, wie, äh, in den Folgen zuvor. Ja, gut. Denn, äh, seine Tochter ist anscheinend gestorben, also, wir erinnern uns ja, der hatte ja immer eine sehr, sehr kranke Tochter, die eigentlich nur in der Ecke rumsaß und dann von ihm rumgeschleppt wurde, in der fünften Folge, glaube ich, die wir zusammen besprochen haben. und da war seine Frau auch schon so mit dem Appell, ja, komm, wir müssen hier nach Tumbleton, also Stolperstadt, da, da findest du Arbeit, da finden, da gibt's genug zu essen, aber für seine Tochter ist es zu spät und ich muss sagen, also, ich meine, das mit der Tochter, das hätte man ja durchaus schon auch, also, das haben auch schon andere angemerkt, in der zweiten Folge, dass das schon irgendwie ein bisschen klischeehaft auch war, aber ich finde das nicht gut, dass die hier so zwischen den Folgen einfach komplett rausgeschrieben wurde. Ja. Dass das nur in so einem Nebensatz erwähnt wird, dass ich, dass ich sie nicht beschützen konnte und auch jetzt dich nicht beschützen kann, also, das fand ich echt ein bisschen schwach, da, weiß ich nicht, ist, vielleicht haben sie die, die Schauspielerin da auch nicht mehr gekriegt oder so, aber das fand ich ungelenk, muss ich leider sagen. Ja, verstehe ich. Aber seine Frau Kat ist ja noch da. Genau, und sie meint sich auch mit, was zu verlieren, denn, mh, also sie, sie hatte auch schon einen schönen Satz, den ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben habe. Vielleicht habe ich ihn. Ja, ich kriege ihn, ich kriege ihn leider nicht mehr zusammen. Es war relativ am Ende, wo sie eben dann doch noch vom Gehen abhalten möchte. Ja, ich glaube, sie sagt, sie, sie, sie will keine Lady werden und schon gar keine Witwe. Ja, genau, richtig. Das war auch, also das war, ja. Genau, weil Hugh sieht nämlich ähnlich, wie zumindest Ulfs Kumpane, eine große Chance da drin, diesem Ruf zu folgen, weil er meinte, er kann es nämlich nicht ignorieren, denn er kannte zwar seinen Vater nicht, aber er kannte seine Mutter, was er Kat anscheinend verheimlicht hat über all die Jahre, denn die hat in einem Freudenhaus gearbeitet und dort aber schon mehr Freiheiten genossen als viele andere aufgrund ihrer Abstammung und der Tatsache, das sagt er dann auch so beiläufig, ja, Reiche bezahlen grundsätzlich mehr für Silberhaarige. Da musste ich so ein klein wenig dran denken, es gibt doch diese Szene, glaube ich, im Bordell mit, ich meine, in Staffel 5 ist das mit Tyrion und, äh, Sayora, also wo, wo, wo die da irgendwie im Freudenhaus sind und wo dann alle möglichen Prostituierten rumlaufen, die auf einmal alle aussehen wie Daenerys. Also wo das, wo das so ein richtiger Trend ist, von wegen, äh, das ist der Promi, äh, an den gerade mal alle ran wollen, so im Geiste, ne? Und dafür wird dann wahrscheinlich auch ordentlich mehr geblecht. Aber er sagt zwar, dass er sich, also er hat sich für, für seine Mutter geschämt und die hat ihm aber dann schon immer gesagt, dass er eigentlich nicht sehr viel anders sei, als die Söhne ihres Bruders genannt, wie Seres und Dämen. Und jetzt ist hier die Frage, wer ist eigentlich seine Mutter? Aber ich glaube, du hast nicht in den Stammbaum geguckt, ne? Nein. Ich, ich habe so vom, von der Verbindung, äh, vermutet, dass seine Mutter eben auch Alissa gewesen sein könnte, die eben mit Damon da, äh, ja, sich, sich vergnügt hat in seinen Träumen, in der fünften Folge. Ich weiß, das war deine absolute Lieblingsszene in der Serie. Ja, es würde auch dazu passen, weil es heißt ja bei der, dass die immer tatsächlich sehr, sehr frivol agiert hat. Also, äh, hatte ich auch in der sechsten Folge im Nachhinein noch ergänzt, äh, die hatte unter anderem sogar mal, äh, Sex auf einem Drachen, heißt es. Mhm. Und, äh, dass die hier sich wahrscheinlich in einem Freudenhaus vergnügt hat, ist nicht so unwahrscheinlich. Er sieht das dann eben jetzt als Chance, aus seiner Misere herauszukommen. Na, also nicht nur im Hinblick auf seine Abstammung, sondern von wegen, sollte er es wirklich schaffen, den Drachen zu beanspruchen, dann müssen sie nie wieder Hunger leiden, sie werden eher zu, zu Adeligen, also wirklich so die mehr vom sozialen Aufstieg. Und Cat ist das, hatten wir ja gerade eben schon gemeint, ist ja wirklich, ist das alles egal. Ja. Und kann ihn dann letzten Endes aber auch nicht aufhalten. Er geht zum Strand, äh, besteigt mit, äh, einigen anderen, die da sind, die Boote. Also wirklich, das ist schon, ja. Aber das, das fällt keinem auf? Oder ist denen das egal? Oder, also so ganz habe ich das nicht verstanden. Ja, es ist, also ich habe ja auch, hat nicht Laris, Laris hat doch auch Spitzel in der Stadt, oder? Dass das so, äh, durchaus, dass das, also so gefühlt dringt das gar nicht durch. was, was da gerade passiert. Und es wäre ja glaube ich schon von Interesse, dass da möglichst nicht so viele, äh, dorthin gehen, wenn, je mehr gehen, desto wahrscheinlicher ist ja, dass, äh, es irgendwo vielleicht doch dann noch jemanden, sich der Drache ein aussucht. Ich denke da, äh, auch wieder an Game of Thrones, äh, an, äh, an einen König, der da versucht hat, alle Bastarde ermorden zu lassen. Ähm, ist das jetzt schon was? Also ich weiß nicht. Und so, also die Nacht- und Nebelaktion, wie sie da sich in die Schiffe setzen, die war jetzt aus meiner Sicht auch jetzt nicht ganz so heimlich. Nee, nee, nicht wirklich. Also ich meine, da ist ja sogar Alin, zu sehen, der das da irgendwie koordiniert, ne? Äh, ganz kurz, also es sind, es sind, zum einen sind es wirklich viele Leute. Also da ist wirklich schon, das, das wirkt fast, als würden die sich da für ein Straßenfest versammeln. Und, äh, Ulf ist auch mal kurz zu sehen, aber ich hab mir echt so die Frage gestellt, also so auch im Nachhinein, wie sind die eigentlich aus der Stadt rausgekommen? Ja, ja. Also da ist doch Polizeistunde förmlich. Na, und vor allem in dieser Vielzahl halt. Ja. Und wenn es dann halt ein oder zwei wären, okay, die, vielleicht können sie sich irgendwie raus, aber es war jetzt, ja, sah halt anders aus. Also es war an sich auch eine, eine gute, stimmungsvolle Szene, aber ich dachte mir dann schon so irgendwie, also du hast schon recht, nicht nur, äh, also auch Laris, aber, äh, Eamon hat doch da einen Polizeistaat aufgebaut. Also wo, wo ist das plötzlich alles hin? Das war ein bisschen, das war ein bisschen holprig. Ich meine, man hätte ja sagen können, dass die vielleicht, ähm, weiß ich nicht, Elinda, dass die denen irgendwie gesagt hat, ja, hier die und die geheim, Wege gibt es raus aus der Stadt oder sowas, ne? Das, das hätte ja vielleicht noch sein können, aber so wirkt das ein wenig konstruiert. Ja, ich sag mal so, die, wie, wie gut die Bewachung, ähm, äh, unter dem, äh, unter dem König oder unter der Königsfamilie ist, das haben wir in Folge 1, wurde ja in Folge 1 schon aufgebaut. Stimmt, ja. Da war ja auch schon, ähm, ähm, und das, ja, ja, ich weiß auch nicht, also das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ja, es ist schade, leider, das, ah, das, das wirkt da auch ein bisschen, ach Mensch, das ist so, das ist so paradox an dieser Staffel, dass sie sich zum einen manchmal eventuell schon ein bisschen zu viel Zeit nimmt für manche Sachen und anderes dann so wirklich dahergestolpert kommt, äh, äh, das Ende dieser Folge, ne, ähm, aber da sind wir noch nicht. Wir, äh, sehen dann auch, äh, wie, äh, dieser ganze Pulk wirklich schon auf Dragonstone ankommt. Also es sind wirklich die, die strömen da dann, äh, in die, in die Feste rein, während Rhaenyra das von oben beobachtet. Das sind, es sind wirklich sehr, sehr viele. Also wir haben da auch weite, äh, Totalen, die zeigen, dass das wirklich schon, also das ist eine Menge, die da ankommt. Davon stehen dann aber nicht alle, äh, drin bei Rhaenyra, hatte ich das Gefühl. Weil dann waren es auf einmal, also wenn sie, wenn sie da, äh, denen dann gegenüber tritt, dann, also ja, ich hätte auch wieder gedacht, das sind 20 oder 30 Leute, aber das waren zumindest von der Außenaufnahme vorher, waren das dann nochmal, ich weiß nicht, ob die vorher nochmal aussortiert werden oder in Gruppenreihen gebracht werden. Ja. Kann natürlich auch sein. Ja, so im Dutzend billiger, ne? Ja, es wird dann, ja, generell fand ich das alles sehr, sehr stimmungsvoll, aber, äh, bei anderen ist die Stimmung nicht so toll, wie Rhaenyra feststellt, weil sie steigt dann die, die Treppen runter zum Empfang, also nicht jetzt von dem Dingsar aus, also in der Feste, und, äh, stößt dort auf den, äh, Orden, wie wir dann, äh, erfahren irgendwann auch den Orden der Bändiger, die ja bekanntermaßen, äh, ja noch so ein Überbleibste des alten Valyria sind und die machen dann auch kein Hehl daraus, dass sie es für eine absolute Zumutung halten, was die Königin hier veranstaltet. Die sind richtig schlecht gelaunt. Ähm. Und haben ihre Holzstöckchen vergessen. Das ist halt wieder der, der, der Gegenwind, mit dem sich Rhaenyra aber ja auch schon die ganze Zeit rumschlagen muss. nur ein bisschen, äh, aggressiver vorgetragen. Ja, die, äh, fangen nämlich direkt halt auf hochvalyrisch an, sprich die ganzen Bastarde, die im Hintergrund rumstehen in der Halle, die verstehen natürlich nichts. Und trotzdem ist Rhaenyra so dabei, nicht so laut, nicht so laut. Ja, 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 das zum einen. Und es ist auch wirklich so eine Situation, also angenommen, du stimmst da als so ein Bastard, obwohl du kein Wort verstehst, äh, äh, riechst du, glaube ich, schon den Kontext mit. Ne? Ähm, aber ich fand das, fand das sehr gut, weil, ähm, sowas hier wird wirklich in der Vorlage überhaupt nicht erwähnt. Da heißt es einfach nur, ja, die machen da die, die sagt der, äh, Samen. Und, äh, da passiert dann das und das, aber da ist dann hier zum Beispiel von denen hier gar keine Rede. Und, ja, die sind ja durchaus wichtig, wenn es darum geht, die Drachen, äh, irgendwie halbwegs auf Linie zu kriegen. Der, der Oberste lässt dann durchblicken, dass sie das bereits mit Sestephon schon regelrecht als Blasphemie empfunden haben, weil die Drachen sind heilig in ihren Augen. Und das letzte Überbleibste des alten Valyria und kein, kein Spielzeug für irgendwelche Hochwohlgeborenen, ja, die stehen halt wirklich überhaupt nicht dahinter und lassen sich dann auch nicht beschwichtigen mit, ja, die Götter haben sie zu uns gerufen, weil die wissen halt ganz genau, dass sie sie gerufen hat und, ja, kündigen ihr sozusagen in der Hinsicht zumindest die Zusammenarbeit auf. Also, die gehen dann alle nacheinander an ihr vorbei und weg. Und das ist schon, hattest du mit sowas gerechnet? Weil ich die Bändiger natürlich auf dem Schirm hatte, natürlich. Ähm. Sie haben keinen Namen. Wenn sie in drei, vier Folgen nochmal, wenn sie nächste Staffel dann auftreten, dann nehme ich sie vielleicht auch wahr, aber. Okay. Ähm, nein, damit gerechnet. Es war für mich wieder eine dieser Hürden, die Rhaenyra, aber, also ich war froh, dass es nicht noch länger, dass es nicht noch länger ausgewalzt wurde, sondern, also ich fand es auch wichtig, dass das natürlich mit den, dass es auch da wieder den Widerspruch gab, dass das, ja, das verdichtet das Ganze einfach, aber dass es dann auch nicht wieder ausgewalzt wurde oder vielleicht da nochmal, erst nochmal debattiert werden musste, vielleicht auch im kleinen Rat oder so. Ja. Fand ich okay, der Auftritt und auch, also dieses, auch diese Szene fand ich einfach wichtig, dass diese Szene, die dann jetzt halt folgt oder die halt mit diesem, mit diesem Aufeinandertreffen beginnt, wie sie jetzt auch zu den Bastarten halt herunterschreitet, dass das so mehr oder weniger ein Ganzes ist. Und das nicht erst nochmal durchbrochen wird durch eben eine Ratssitzung oder so, sondern dass das wirklich in einem quasi fast, fast in Echtzeit, wenn du sie dann dort runtergehen siehst und so weiter, dass das alles so komplett stattfindet und nicht nochmal zerstückelt wird, das fand ich gut. Ja, das auch daran zu sehen, dass wir dann später auch eine ordentliche Plansequenz haben, in dem ganzen Geschehen. Da wirkt das dann wirklich vereinheitlicht. Also ich muss sagen, hier wirkt die Folge dann eigentlich auch richtig konzentriert, was diese ganze Veranstaltung hier angeht. Aber ich fand das wirklich sehr gut, dass sie das aufgezeigt haben mit dem Bändiger-Orden, weil die sind nun mal bis zum Gehtnichtmehr in Tradition verbohrt und dass sie das dann auch einfach so mitmachen, das wäre unglaubwürdig gewesen. Ja, ja, total. Und es verdeutlicht auch nochmal Rhaenyras Standpunkt als zumindest eine, die es ja schon seit Staffel 1 auch mit Zuspruch von Viserys anders macht, als es die Tradition vielleicht verlangt. Und sie ist dann auch bereit, die hier zu verärgern. Aber man sieht dann schon, also sie hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, auch wenn man sich's hätte schon irgendwie denken können. Aber na ja, das ist jetzt schon, das ist jetzt schon eine größere Hürde geworden mit den Drachen, weil man braucht eben diese Typen. Wobei ich mich immer noch frage, wie effektiv die eigentlich sind mit ihren Holzstöckchen. Also das ist, das ist total seltsam. Die können da auf Valyrisch reden bis zum Gehtnichtmehr. Aber warum haben die Holzstöcke auch schon, in der allerersten Folge der ganzen Serie tauchen die ja auch schon auf, ne? Ja. Also als Rhaenyra da mit Syrax landet, ganz am Anfang der Serie, da dachte ich mir auch so, was soll das eigentlich mit denen? Naja. Jedenfalls sind die jetzt erstmal ad acta und Rhaenyra lässt sich davon aber trotzdem nicht beirren, sondern tritt vor zu der versammelten Menge, muss man schon sagen. Da fand ich ein schönes Detail, sie steht da so und im Hintergrund sieht man, dass Myssaria in der Unschärfe so auf der Treppe steht und sich das Ganze von Weitem ansieht, ne? Ja, typisch Berater-like. Also solche Shots, finde ich, gibt's in, also vor allen Dingen in dieser Staffel wieder sehr, sehr viel. Ja. Was mir aber gefallen hat, tatsächlich, ich fand das hier sehr schön subtil im Hintergrund, ist natürlich auch fast ein bisschen, also sie wird da eigentlich fast ein bisschen inszeniert wie Larys irgendwo, aber das passt ja da hingegen auch. Ja, und Rhaenyra lässt es sich natürlich nicht nehmen, den hier anwesenden Bastarden eine kleine Rede zu halten. Ist dann dabei auch relativ offen. Ja, auch die, auch die, die, die Art und Weise, wie sie sich den Versammelten dort gegenüber verhält oder wie sie, also sie schreitet ja in, in ihrer Mitte, versucht auch da die Wache zurückzuhalten und sagt, nee, nee, geht ohne, aber es ist schön, fand ich, wie sie trotzdem dann, also so kurz überlegt, dann, nee, ich kann jetzt hier nicht einfach stehen bleiben, ich muss schon jetzt noch ein Stück hierher laufen. Ja. Also sie sucht auch direkt einen Draht dazu. Ja, definitiv. Das spielt auch immer das hier großartig, weil die wirkt zum einen, wie sie da halt durchschreitet, wirkt sie anmutig, also schon wie eine Königin, auch in diesem Gewand, was wir bisher gar nicht bei ihr gesehen haben, wie so ein blutrotes und zum anderen aber auch jetzt nicht völlig abgehoben. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Art Gegenentwurf zu dem, was Damon auf Harrenhal widerfahren ist, der ja auch durch die, durch die Mitte der, der Lords schreitet, bei dem das Ganze, ja, gut, haben wir vor uns besprochen, nicht so läuft, aber weil er natürlich auch ganz anders auftritt. Ja, da merkt man eben halt, dass sie, der Krone, deutlich würdiger ist als er, weil die weiß zumindest, mit sowas umzugehen. Ja, was erzählt sie ihnen? Zum Einstieg meint sie, dass sie dachte, dass sie wüsste eigentlich einst, wer Drachen beanspruchen könnte, aber jetzt einsieht, dass das eigentlich nur, ja, wie nennt sie es, Asche im Wind war. Auch ein schönes Bild in dem Blick auf Drachen. Also das fand ich auch interessant, sie lässt es nicht so wirklich zu, dass da doch noch so Zweifel bestehen können. Also sie meint dann ja so, ja, vielleicht liegt es am Blut und an unserer Würdigkeit oder sonst was bei den Targaryen, aber, aber sie weiß es auf jeden Fall schon mal zu schätzen, dass alle, die hier stehen, eben alles stehen und liegen lassen, äh, dafür hier zu sein und auch mit der Aussicht darauf, dass sie eventuell nie wieder zurückkehren werden. Also eigentlich dieselbe Nummer wie bei Ser Stefan, ne, akzeptiert die Perspektive des unmittelbar bevorstehenden Feuertodes, ne. Ja. Aber sie sagt dann auch, wenn ihr überlebt, dann werdet ihr praktisch verwandelt, ne, und ich fand das auch, also auch wie die Szene aufgebaut ist, fand ich sehr gut, weil da stehen zwar diese ganzen Bastarde, aber rechts von ihr steht Hume und Ulf steht direkt vor ihr. Ist jetzt, vielleicht nicht, wer weiß nicht, subtiles Forboding, aber das fand ich, fand ich gar nicht verkehrt. Ja, allgemein das Ganze, also es, es ist aus meiner Sicht ja schon sehr ersichtlich und auch von den Machern, sonst hätten sie ja die beiden Figuren, ähm, vornherein vielleicht nicht so aufgebaut, ähm, aber es ist schon ersichtlich, wie das Ganze oder welche Richtung das Ganze einschlagen wird. Also allein von den Figuren, welche, welche Figur sich da jetzt vielleicht im Sinne der Geschichte da zu, äh, da erweisen wird, ähm, Drachenreiter zu werden und wer nicht. Und sie sieht natürlich, also sie weiß, äh, dass die hier halt in allererster Linie äh, da sind, um, äh, ja, ihr, ihr Dasein eben, äh, aufzuwerten, sag ich mal. Ich meine, das ist nun mal das gemeine Volk, ne, und, äh, die haben ja zuletzt auch sehr entbehrungsreich gelebt, aber, äh, sie weiß das dann auch zu verkaufen mit, also nicht nur, dass, dass ihr Entbehrungen irgendwie abwenden und aufsteigen könnt, sondern ihr könnt, also wir hier zusammen können das hier heute alles beenden. Äh, also den Hunger, den Krieg und vor allem auch den bevorstehenden Tod, all dem können wir ein Ende setzen, äh, und stellt dann auch in Aussicht, weil wenn, wenn wir zwei weitere Drachen in unseren Reihen haben, dann, dann wird den Grünen bald nichts mehr übrig bleiben, als klein beizugeben und dann herrscht nicht nur wieder Friede, sie sitzt auf dem Thron, sondern sie hat es geschafft, das Leid zu beenden, ohne großes Blutvergießen. Klar, sie verkauft das denen auch auf eine gewisse Art, so von wegen, ah, vielleicht hängt es ja doch mit uns Targaryen zusammen und ist doch nicht so einfach, wie man denkt, aber zum anderen eben auch, äh, und das ist ja eigentlich schon nobles Ansinnen, eben immer noch diesen Krieg, so schnell es geht, zu beenden, ne, bevor er eigentlich richtig begonnen hat. Und, äh, interessant fand ich auch in der Szene, dass, äh, da hört man halt, der ist wirklich direkt nebenan, äh, während sie da spricht, hört man immer mal wieder den Drachen, ne, so wie in, in der sechsten Folge, wo ich mir so dachte, Syrak sitzt da hinten, also hinter der Bibliothek und spürt wahrscheinlich auch ihre Unruhe und ihren Frust. Man darf ja nie vergessen, die haben ja wirklich, also das hat ja schon die, die, äh, Öffnungsszene gezeigt, die haben eine wirklich tiefe Verbindung zu ihren Drachen, ne, also es ist wirklich schon fast wie mit einem Pferd oder so. Rhaenyra hält dann mal kurz inne und ist dann aber doch entschlossen und, äh, äh, öffnet dann ja hier der Drache, den wir hier haben, Vermitor, das ist der größte Lebende direkt nach Varga und auch der wildeste, äh, und er wird genannt und jetzt kommt dein Stichwort, Paul. Die bronzene Furie. Die bronzene Furie, oder der, ja, ich glaube in Deutschland haben sie es mit der bronzene Zorn, äh, übersetzt, aber, äh, Furie für mich. Ah, das wäre, aber, ja, echt, ich habe nämlich, ich habe nämlich extra nochmal nachgeschaut und ich meinte, sie hätten es auch, äh, Furie übersetzt, wobei der bronzene Zorn natürlich auch, äh, ah, jetzt gucke ich selber nochmal. Einigen wir uns, klingt beides geil. Ja, ich finde Zorn vielleicht sogar noch so, also, das, das passt, passt sprachmelodisch irgendwie noch besser. Ja. Ähm. Ich, ich kann mit beiden leben, Hauptsache, die, ja, okay. Hauptsache, Hauptsache, die Folge heißt so. Ja, hätte ich gedacht, weil es am Ende natürlich noch sehr viel, aber ich bin tatsächlich dann eher bei deiner, also irgendwie so die Saat der Drachen oder so, das, irgendwie hat es auch was. Also, und es passt halt auch so, so gut auch auf die anderen Sachen, die hier geschehen. Also, der Witz ist ja, die letzte Folge habe ich ja eigentlich schon diesen Titel vorgeschlagen und bin damit ordentlich daneben geflogen. Ja, aber, ja, aber hier, also hier passt es noch besser. Ja, 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 ich habe ja auch sehr viel, ich, ich habe ein bisschen was vorweggenommen, sprich gespoilert in der letzten Ausgabe zu dem, wozu wir jetzt nämlich hier kommen, denn Rhaenyra kündigt an, ja, Vermithor, bla bla bla, und wir gehen jetzt mal zu ihm. Sie zögert dann noch kurz und wünscht dann aber allen, das war auch so ein bisschen, da, da hatte ich echt so im Kopf, so dieses, aus die Tribute von Pane, möge das Glück stets mit euch sein. auch so wie sie da davor steht, sie, sie führt die alle dort auf diesen, auf diesen Steinern entstieg. Und dann habe ich erst gedacht, hey, geht sie jetzt raus? Ach nee, sie geht nur eine, natürlich eine Etage höher, um sich das Ganze dann von oben anzuschauen. Natürlich, natürlich. Aber vorher, äh, macht sie noch was anderes, was ich auch visuell unfassbar, also generell finde ich das so geil, wenn du total in dieser Drachenhöhle hast. Rhaenyra geht hier voran, das ist, also es ist wirklich fast wie so ein, ah, es ist wieder sehr gemäldeartig teilweise, gekrönt von dieser Aufnahme, wo sie eben vor diesem gigantischen Drachenkopf steht und den mit der Hand berührt. Äh, da hätte ich auch nicht einen Abzug von. Jedenfalls, die gehen hier, äh, mit diesem ganzen Tross, äh, nun, äh, rein, also Adam, Baelor sind dabei, Mysaria so im Hintergrund eher. Und, äh, Rhaenyra stellt sich ganz allein nach vorne, spricht hochvalyrisch, äh, ruft damit Vermitor. Und dann, ja, es dauert wieder so ein bisschen, es ist wieder so Tension Building, wie in der sechsten Folge, man hört dann so langsam Geräusche näher kommen in der Höhle und ich fand das richtig toll, wie man erst so in der Dunkelheit so diesen, diesen Flügel so leicht sieht und dann wirklich aus der Finsternis dieser wirklich riesige Kopf auftaucht. Ja. Fantastisch. Also Drachen, Drachen in Dunkelheit oder so. Ja. Zu inszenieren, das gelingt dieser Serie wirklich, wirklich sehr, sehr fantastisch. Und diese ganze Sequenz, die folgt, ist auch, also, sehr schön gefilmt, aber auch, ähm, in dem, was sie von dem, von, von Vermitor zeigt, von der, von der Bedrohung oder von diesem Drachen, auch mit dem Feuer, was sie da zeigt, äh, sehr effektiv. und imposant natürlich einfach. Und imposant natürlich, ja. Ich, ich muss auch sagen, also es ist, ja, ich komme jetzt hier wieder mit, mit Kino reifen Bildern, aber das ist halt wirklich für Fernsehen absolut überdurchschnittlich, was wir hier präsentiert bekommen. Also, man muss ja dazu sagen, Vermitor, äh, du, du erinnerst dich noch, wo wir den zum ersten Mal gesehen haben? Natürlich. Wie sagt man tatsächlich was? Staffel 1, Folge 3? Nee, am Ende der ersten Staffel, wo Damon da in diese Höhle geht und dieses Lied singt, was wir dann ja auch bei Ser Stefan gehört haben. Ah. Das ist Vermitor. war ich mit Staffel 1? Gar nicht. Ja, ich weiß, ich erinnere mich, dass du, dass du da letzte Staffel schon, äh, nimmst du dich böse, einen Vortrag drüber gehalten hast. Ähm. Über Vermitor. Ja. Nein, äh, aber, ja, ich meinte schon, er wäre eher zu singen, aber es gibt so viele, äh, Feenmittagern. Ich erinnere mich auch noch, wie, wie, äh, Damon da in der dritten Folge oder so das Ei aus dieser Höhle holt. Stimmt. Das war da auch, ja. Oh, das war, oh, das war auch toll. Ja, da haben wir auch nochmal hier gleich einen kleinen Bezug zu, ne? Aber, äh, ja, wir sehen Vermitor jetzt wirklich zum ersten Mal in all seiner Pracht. Ja, der ist wirklich, also, ich hatte schon so, fast so Vibes von Smaug aus dem zweiten Hobbit-Film. Hahaha. Und, äh, nee, es ist wirklich, also, äh, wir haben dann eben auch dieses, das Bild, was man ganz prominent in den Trailern gesehen hat, äh, wie der riesige Drachenkopf wirklich hinter Rhaenyra, äh, direkt platziert ist. Und, äh, sie schafft es dann aber, ihn zu beruhigen auf hochvalyrisch. Für den Moment gelingt es zu beruhigen. Ja, die, die ist auch durchaus ein bisschen gehemmt, weil, ähm, also, zum einen ist das halt ein fucking großes Viech, und zum anderen ist der ja auch wirklich schon lange ohne Reiter, weil, äh, ich weiß gar nicht, ob es hier nochmal erwähnt wird, aber Vermitor ist ja der Drache des verstorbenen Königs Jeheris des, äh, des Ersten gewesen. Das heißt also, der ist seit über 20 Jahren oder sogar noch länger eigentlich ohne Reiter und hat bislang auch anscheinend niemanden akzeptiert, wobei ich glaube eher, es hat keiner versucht. Aber Rhaenyra weiß ihn dann doch, äh, zu nehmen, streckt so die Hand aus, berührt ihn. Ich fand das sehr toll, wie die Kamera so an dem Kopf entlangfährt, und man sieht, wie sich die Nüstern bewegen und auch die Augen werden gezeigt. Das fand ich richtig, richtig toll. Da nochmal auch Kudos, das ist nahezu perfektes CGI, was wir hier kriegen. Also ich weiß nicht, hattest du da im Hinterkopf, dass es CGI ist? Ich meine, klar, man weiß es irgendwo, aber Ziel des Ganzen ist ja, dass du es vergisst, ne? Ja, nee, also in der Szene auch tatsächlich gar nicht. Hinten raus von der Folge dann schon wieder er. Ja. Aber das sind wir wieder bei dem Unterschied, äh, Tag und Nacht, aber gerade, wie gesagt, Dunkelheit ist, ist, finde ich, also, ja, finde ich absolut fantastisch, ja. Ja, und dann haben wir eben diese, ich muss einfach nur nochmal sagen, ich will da, ich glaube, ich will da irgendwie einen Abzug von haben, von dieser, ich habe hier wirklich stehen, Wahnsinnsaufnahme von wirklich diesem riesigen Drachenkopf und Rhaenyra, die ihre Hand so vorne an der Schnauze hat. Das sah wahnsinnig toll aus. Also, da hätte ich gern Gemälde von, wirklich. Ähm, also man merkt, die ist auch durchaus, die hat noch nicht so oft mit dem zu tun gehabt, glaube ich. Wobei, ja, weil du das gerade sagtest, es gab doch für Staffel 1 schon dieses, dieses Plakat, dieses Postermotiv mit der jungen Rhaenyra und diesem, äh, riesigen, also, oh, das ist toll. Aber diesem Drachenkopf, diesem Drachenkopf dahinter, das ist, glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht, ob das das Blu-ray-Cover oder so ist. Ist es, ja. Aber, also, es gab schon dieses, also dieses, klar, bietet sich natürlich auch an, wenn es eigentlich die House of the Dragon heißt, ähm, aber die, dieses Bild, äh, so in Szene zu setzen, das kennt man schon. Ja, auf dem, auf dem Cover fand ich's besonders toll, weil, da ist es kombiniert mit dem Drachenkopf und eben so den, den, dem Thron auch so ein bisschen, ne, vom Bild her. Also halt diesen, diesen Schwertern an den Seiten. Die Schwerter, die da stimmen, ja. Das fand ich, das fand ich richtig toll zu Beginn von Staffel 1. Rhaenyra, äh, ist dann, äh, doch relativ selbstsicher und, äh, will dann ihre Selbstsicherheit weiterreichen. Wirklich so, mit einer ganz offenen Trockenfrage in die Runde. Ja, wer möchte denn mal zuerst? Und die schreien natürlich alle hier, ne? Äh, und, äh, ja, während so bekanntere Figuren eher verunsichert sind, insbesondere Ulf, also der ist schon ordentlich eingeschüchtert, drängt sich einer nach vorne, der es versuchen will, ähm, den wir auch in dieser Montage mal kurz gesehen haben, der sah irgendwie echt ein bisschen merkwürdig aus, oder? Also dieser, dieser Bastard, der sich dann davor drängt, der hat irgendwie, weiß ich nicht, verrutschtes Auge oder so? Hm, kann sein. Es sah, 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 also der sah ein bisschen komisch aus, fand ich so. Und, äh, der, äh, ist dann natürlich, also der ist natürlich schon irgendwie demütig, und, äh, Rhaenyra meint dann aber, ja, ich, ich hab nichts weiter zu sagen, der Drache muss sprechen, also von wegen das Urteil der Götter, die zieht sich, äh, äh, nach oben, wie du schon gesagt hast, auf ihren schönen Balkon. Es ist schon, eigentlich schon ein bisschen Julius Cäsar-mäßig, ne? Ja. Sie, sie guckt sich das alles schön sicher aus der Distanz an, während die versammelten Bastarde, äh, dort immer, also die, 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 die versammeln sich hinter dem einen vorne, aber bleiben schön auf Abstand. Dann, dann kommt Wermetor schon ein bisschen näher, und wreckt so seinen Kopf wirklich über den, also auch den Hals so über diesen Bastard hinweg, und kommt der, der Menge wirklich ziemlich nah, äh, sodass dann da auch schon welche wirklich zurückweichen. Wermetor hockt sich dann aber trotzdem eher so wartend dorthin. Dieser Bastard nähert sich, ist dann auch so langsam, ne, greift, fasst sich jetzt einfach ein Herz, wie man so schön sagt, und will den Drachen berühren. Und ja, wir haben es ja schon bei Ser Stefan gesehen, das geht ordentlich in die Hose. Und, äh, ja, Wermetor, äh, sagt dann, was er von dem ganzen Held, findet das nicht so toll. Speit Feuer und, äh, mehrere vorne brennen. Also nicht nur dieser Bastard, sondern auch noch ein paar andere werden erwischt. Was dann, äh, auch dementsprechend Panik auslöst, und was ich echt fies fand, äh, das, das hat mich schon bald so an Titanic oder so erinnert, äh, die Wachen, die sich da jetzt postiert haben, bei dem, bei dem Eingang zu diesem Vorsprung, äh, die halten dir auch noch zurück, die Bastarde, ne? Also das ist schon, das ist schon ein bisschen perfide, oder? Ja, und, also, das ist dann auch, finde ich, so eine Facette von Rhaenyra, mhm, die sie jetzt nicht unbedingt in einem sehr guten Licht da stehen lässt. also, klar, äh, sie, sie, sie hat die vorher eingewiesen, mhm, und hat sie jetzt nicht, äh, irgendwie dazu gezwungen, aber es gibt so, so ein paar Facetten, wo, wo sie schon, also, Wege geht, die jetzt, ja, die durchaus hinterfragbar sind. Deswegen finde ich sie als Figur auch nie nur Sympathieträgerin. Und ich finde diese Szene, zum Beispiel das mit den, äh, mit den Wachen, aber auch, wie sie, wie sie ja quasi alles, also man, klar, man hätte es auch einzeln einfach machen können, aber wie sie alle den mehr oder weniger zum Fraß vorwirft, ist auch eine Entscheidung. Ja. Ich weiß nicht, hätte man sicherlich auch noch geschickter machen können, oder, oder eher, eher abbrechen können, oder, also, weil sie hat es ja nur, nun auch schon gesehen. Aber dadurch, dass es jetzt wahrscheinlich niedergeborenes Sinn ist, da der, obwohl der Schock, also, sie ist ja dann, sie ist ja auch dann wieder schockiert, aber, ja, ich weiß nicht, also, es ist dann trotzdem nochmal eine Nummer, wenn ja nochmal größer, als das mit, ist ja Stefan da. Ja, es ist so, würde ich sagen, die extra Latsch-Version davon, ne, also, ja, ihr, ihre Leib, hier ihr Gardist, Herr Loren, der will sie ja auch schon so in Sicherheit bringen, was sie dann ja verweigert, sie guckt sich das weiter an, da unten bricht halt wirklich Panik aus, also, Vermitor, der, der spuit dann auf Feuer so in die Luft, also wirklich schon so warnend, da brennen immer mehr, Ulf, äh, will dann abhauen und, äh, wird dann von Vermitor mit dem Kopf so, also, da hatte ich wirklich endgültig so Jurassic Park, Ja. falls wieder, ähm, wird mit dem Kopf, zusammen mit dieser Frau, also, vom Kopf zusammen mit dieser Frau in den Abgrund gestoßen. Und ich bin ganz ehrlich, ich hab gedacht, der Abgrund da ist sehr, sehr viel tiefer, als er letztlich ist. Stimmt, stimmt. Ja, also, ich hatte echt gedacht, da geht's wirklich, geht's viele, weiß ich nicht, geht's ganz, ganz viele Meter runter, aber, also, ja, es geht da auch schon ein Stückchen runter, aber, er kommt ja doch relativ unbeschadet, da unten auf. Ja, aber, äh, andere dafür nicht. Nee. Also, Hugh sucht dann auch mit anderen so ein bisschen Deckung und Vermitor schnappt sich dann, also, das ist halt auch wieder, ne, Jurassic Park lässt grüßen, der schnappt sich welche und frisst die lebendig, also, hat die wirklich so im Maul hängen, ne, so wie so ein, wie so ein T-Rex. Mhm. Rhaenyra ist dann, also, die, die sieht von oben zu und ist eigentlich immer entgeisteter, aber wendet sich trotzdem nicht ab. Ja, tut auch nichts, also, sie ist ja sehr gut, man kann ja auch nicht viel machen, aber sie ist auch nicht, nicht irgendwie so zu den Waffen, okay, schafft doch jetzt mal die raus, die gerade noch, die, die noch über, überlebt haben, sondern nee, nee, also sie, ja, gut, sie kann sich damit natürlich rausreden, ist das Urteil der Götter oder was auch immer, aber letzten Endes bietet sie dem, die, dem Drachen Pfeil, ne, also, das ist durchaus schwierig, ich fand, ich fand dann auch einen Moment unglaublich stark, weil da liegt erst einer vor dem Drachen, ruft um Hilfe, wird verbrannt, wir sehen das zwar nicht direkt, aber wir sehen, wie halt der Feuer scheint, Rhaenyras Gesicht erleuchtet dann und dann haben wir auch eine lange Aufnahme von ihr, wo man sieht, dass sie, es ist, also es ist schon anders als bei Daenerys auf jeden Fall, die würde ja wie eine Salzsäule da stehen, dank dem tollen Schauspiel von Emilia Clarke auch, aber Rhaenyra ist eher so wirklich, ja, resigniert, so nach dem Motto, oh scheiße, es ist ja irgendwie doch sehr ähnlich wie bei Ser Stefan und irgendwie hat das doch nicht alles so wirklich funktioniert, ne? Ja, sie scheint auch so ein bisschen davon geblendet, von dem Auftritt von Adam einfach, dass es bei ihm halt so einfach oder so leichter als gedacht ging und hier wird sie halt wieder damit konfrontiert, bleibt aber auch wieder passiv halt. Ja, und was sie halt bedenken muss, Adam, da war es halt so, da ist der Drache zum Reiter gekommen und nicht die Reiter zum Drachen, ne? und vielleicht war es auch nicht so klug, diese ganze Meute da, also eigentlich hätte sie die ja einzeln vortreten lassen können, ja gut, haben die von sich aus irgendwie gemacht, aber von so vielen fühlt er sich wahrscheinlich auch schnell bedroht, ne? Ja, und vor allem, wie soll, also, sie geht ja schon mit dem Ding rein, okay, wenn, dann sucht der Drache, wenn überhaupt, sucht er sich einen von euch aus. Ja. Und trotzdem, aber steht doch die gesamte Gruppe von 30 Mann. Naja, also es ist schon, also sie berechnet das ja schon irgendwie mit ein, wobei man sagen könnte, okay, hätte sie zum Beispiel sie einzeln schicken können, dann hätte es ja schon sein können, dass der Dritte schon Hugh gewesen wäre oder was weiß ich. Und dann hätten sich das andere das sparen können, aber ja gut. Naja, es war ein bisschen, ist ein bisschen komisch, ne? Vielleicht auch, ich hatte sogar wirklich gedacht, dass sie die ganze Nummer hier, als so eine Montage irgendwie zeigen, ne? Von wegen einer nach dem anderen, äh, ja gut, abklatschen können sie sich ja nicht, aber, also das, so hätten das andere Serien auch, glaube ich, gemacht, dass so von wegen, ja, drei Tage dauerte das, irgendwie so eine Off-Stimme oder so und dann, und die und die scheiterten und so und so viel starben und, ne? Und, und die und die ging dann, äh, siekreis daraus hervor, aber nee, das macht die Serie nicht und das weiß ich auch zu schätzen bei dem, was nämlich jetzt kommt. Wir landen nämlich jetzt unten in diesem, ja, du hast schon recht, so wahnsinnig tief sind die da nicht gefallen, auch wenn da, da ist auch irgendwie ein verdorrter Baum, wo so einer tot drin hängt, ne? Der irgendwie wahrscheinlich direkt aufgespießt wurde von den Zweigen, aber Ulf, äh, liegt im, im Dreck oder Schlamm, was auch immer da ist, ist ein bisschen merkwürdig irgendwie, steht relativ schnell auf, schnappt sich ne Fackel und schafft es an Vermitor vorbeizugehen, der gerade beschäftigt ist, sagen wir es mal so und, äh, von der anderen Seite oder auch so von weiter unten nährt sich jetzt Hugh und dann kriegen wir etwas, wofür ich diese Folge sehr zu schätzen weiß, wir kriegen nämlich ne echt gute Plansequenz, wie ich finde. Also eingemein, ich, ich mochte die Sequenz, äh, da sehr gern, auch weil es halt mehr oder weniger, äh, in Echtzeit, sich abspielt da unten, das alles, dieses, dieses Chaos dann und auch dann halt eine Etage weiter unten, dann dieses auch einengende und dieses Labyrinthartige, weil so richtig, also sie waren noch nie dort, keine, keiner kann so richtig sagen, was, äh, was, was los ist, man sieht so ein bisschen durch das Feuer, aber dann bewegen sich noch die riesigen Pranken von dem Drachen da, die sich beliebig wie Wände da verschieben können oder dich im Zweifelsfall, äh, auch, äh, platt machen können. Also diese, diese Intensität, die da unten aufgebaut wurde, die, äh, war schon ziemlich, äh, wirkungsvoll, auch wenn, ja, also es natürlich die ganze Zeit schon klar war, okay, worauf wird es hinauslaufen und wer, werden jetzt letztendlich die sein, die heil aus der Sache rausgehen werden? Naja, das war schon irgendwie durch den ganzen Aufbau schon irgendwo klar, ne, also auch, dass man hier Hugh und Ulf halt als, äh, Figuren, äh, schon, schon einfach sehr viel früher aufgebaut hat, also Hugh, der taucht ja, glaube ich, schon in der allerersten Folge auf, also der ist nahezu in allen Episoden gewesen, immer mal wieder so ein bisschen, also klar, irgendwo könnte man es vorhersehbar nennen, aber die Szene ist trotzdem wirklich, wirklich mitreißend, also das ist einfach, also nicht nur, weil es eine Plansequenz ist, sondern, ähm, das ist, das ist halt wirklich richtig gut gemacht, also du merkst da wirklich diese, diese Kopflosigkeit der Leute, also Hugh bahnt sich dann ja so seinen Weg, während andere panisch, äh, vor ihm, äh, durch die Gegend laufen und wirklich im Dutzend verbrannt werden, äh, bis auf Hugh, der sich dann so hinter den Felsen retten kann, wo auch schon eine andere Frau irgendwie kauert, was ich dann schon echt krass fand, und das im Hintergrund dann Vermitor, ähm, also da läuft jemand, ein Mann läuft brennt durchs Bild, Vermitor schnappt sich den und verschlingt den, während er noch brennt. Das, äh, das war schon richtig, und, und ich muss sagen, also sie haben das auch wirklich, also na klar, äh, die können dir das CGI auch kompensieren, aber es sah schon wirklich unfassbar gut aus, fand ich, also ich hatte hier wirklich schon, hatte ich ja schon gesagt, es hat mich wirklich schon erinnert an, äh, das Finale vom zweiten Hobbit-Film, äh, mit dem Unterschied, dass ich das hier besser fand, ehrlich gesagt. Hugh und diese Frau, die, die ackern sich dann so ein bisschen voran, zumindest versuchen sie es gebückt, bis dann halt Vermitor auf sie aufmerksam wird und dann nach ihnen schnappt, und das fand ich auch sehr gut, so wirklich so direkt auf die Kamera zufasst. Beide werden dann dadurch, also Hugh und die Frau werden dadurch getrennt und, äh, Hugh rappelt sich dann auf, während diese Frau eigentlich direkt vor dem Drachen steht und im Begriff ist verbrannt zu werden und dann hat Hugh die beste Idee aller Zeiten, er ruft ihn einfach und lenkt ihn ab, so dass sie fliehen kann. Ist zwar der älteste Trick aller Zeiten, aber, ja gut, eigentlich, äh, theoretisch hätte Vermitor sie einfach mit, mit einem Atemzug beide abfackeln können, oder? Dann kommt eben, ja, man hat's natürlich irgendwo kommen sehen, dass Hugh, äh, sich, äh, wirklich mit, mit Vermitor, äh, von Angesicht zu Angesicht sozusagen ist und dann, äh, schreit, dass er, dass er bereit ist zu sterben. Äh, und als dann Vermitor zögert, äh, pusht ihn dann Hugh noch von wegen, jetzt komm schon und, ja, das ist dann so der Wendepunkt, wo diese Bestie auf einmal stiller wird und die Kamera, also das fand ich auch sehr gut, die Kamera fährt dann so raus und dieses Bild hat wirklich, äh, Hugh vor diesem riesigen Drachenkopf, dessen Maul jetzt aber auf einmal geschlossen ist, das bemerkt dann natürlich auch Hugh und nähert sich so langsam, äh, dem, dem, äh, dieser Bestie an und will ihn dann auch berühren, was wir dann aber nur so von oben sehen, aus Rhaenyras Perspektive, die eben oben auf dem Vorsprung, äh, steht und das halt mit ansieht und dann checkt, oh, es war ja doch nicht alles umsonst, ne? Und dann haben wir, äh, ich, ich weiß gar nicht, wir haben dann, da war ich ein bisschen irritiert, wir haben ja einen Schnitt auf fast schwarz, ähm, denn das Ganze ist immer noch nicht vorbei. dass die, wollte ich gerade sagen, kurz gedacht, die Folge ist schon beendet. Dachte ich auch und danach dachte ich aber, sie, nochmal, sie ist vorbei. Und ich wollte gerade sagen und das dachten wir dann noch zweimal. Ja, das ist, äh, ja, passt zu, zu diesem Podcast hier. Wir, nee, äh, wir haben, wir haben ja noch Ulf, äh, am Start, der hier, äh, wirklich so, also da hast du schon recht, das hat schon so was leicht labyrinthartiges, wie der hier so mit dieser Fackel durch die Gänge stromert, äh, dann auch ziemlich mittlerweile außer Atem ist und, äh, sich aufs Maul legt und dabei mit dem Fuß in etwas landet, was sehr wahrscheinlich irgendwie eine Brutstätte von Dracheneiern ist, ne? Mhm. Also so was ähnliches, was wir gesehen haben, hattest du ja schon erwähnt, glaube ich, ne, in Staffel 1, so ein, irgendwie so ein, ja, was ist das, so eine Art Kokon, wo dann die Dracheneier drin sind. Also ich meine, man sieht auch mal ganz kurz welche, ne? Er ist jedenfalls da in so einer Art Schlick gefangen und versucht dann seinen Fuß zu lösen, bis dann, äh, ja, hinter ihm ein lautes Fauchen und Grollen zu hören ist und wir registrieren, dass die Wand, äh, äh, die man hinter Ulf auszumachen gedenkt, dass die sich offenbar bewegt. Es gibt einen Luftzug, den wir an seiner Fackel sehen, er dreht sich um, lässt dann die Fackel fallen, weil, äh, direkt vor ihm ist, äh, der Drache und das ist ja dann diesmal nicht Vermitor, sondern Silberschwinge, der ja, äh, der ehemalige Drache ist von, äh, der Schwestergemahlin von, äh, König Jaehaeris dem Ersten, also hier Ali Sun, soweit ich weiß. Aber die ist eigentlich gar nicht unbedingt aggressiv ihm gegenüber, oder? Nö. Da, ja, also, er schon, stößt ihn eher schon wie so ein Haustier mit der Schnauze an mehrere Male, kommt ihm dann auch sehr, sehr nah und scheint ihn zu beschnuppern, aber wirkt nicht aggressiv. Davon kriegt Ulf aber nicht wirklich was mit, weil der liegt da eigentlich nur noch mit geschlossenen Augen und wartet auf sein Ende, bis er dann checkt, dass es nicht kommt. Und, äh, ja, Silberschwinge sich dann wirklich bald wie so ein Hündchen vor ihm niederkauert und er dann peilt, oh, er hat es geschafft und, äh, ich muss sagen, ich hab's ihm in dem, in dem Moment dann auch schon irgendwie gegönnt. Also, der ist jetzt nicht der größte Sympathieträger, aber, ähm, weiß nicht, wie, wie hast du das empfunden? Ich fand's tatsächlich krass, dass das jetzt alles so schnell passiert. Also, wenn wir uns überlegen, äh, letzte Folge, gut, war dann halt das Aufeinandertreffen mit Adam und dem Drachen. Aber jetzt innerhalb, also, das war ja dann, hat sich ja bis in die Folge jetzt hier gezogen und in derselben Folge dann gleich noch, ja, zwei weitere Kandidaten, ähm, zu haben und die dann auch schon direkt vor den Drachen zu stellen, äh, das fand ich ging sehr fix oder also zumindest schneller, als ich es gedacht hätte. Ich hatte gedacht, okay, jetzt baut man das vielleicht hier jetzt meinetwegen mit Hugh auf und ich hatte dann tatsächlich mit Ulf, das hatte ich nicht mehr, zumindest nicht mehr für die Folge, äh, damit gerechnet. Ja, oder das, es hätte ja auch sein können, dass die nächste zum Beispiel mit der Szene ja anfängt oder so, ne, das ist, das ist wieder so diese, diese Kinderkrankheit im Rhythmus bei dieser Staffel. Ja, aber das, das war ja noch das, das, das kleinere, denn die Folge geht ja dann immer noch weiter. Ja, wo ich mir dann dachte, ja komm, jetzt ist doch hier ein schöner Endpunkt oder, ja gut, ihr hättet das hier in Folge 8 schieben können, obwohl ich, also ich, ich verstehe da einen Kritikpunkt, auf der anderen Seite, ja gut, merkt man, dass sie das halt irgendwie raffen müssen mit dieser, äh, Saat der Samen, die ja über mehrere Tage geht und ich muss sagen, ich mochte, dass das so aus der Situation heraus ist, also dass Ulf da wirklich so kopflos durch die Gegend stolpert und dann einfach so direkt in, äh, das ist ja eigentlich dann auch eine Spiegelung zu Adam, ne, dass der Drache ihn findet und er nicht den Drachen. Ja und wenn, wenn sie es auf die nächste Folge verschoben hätten, dann wäre wieder der Kritikpunkt, ja guck mal, jetzt wiederholen wir uns schon wieder, wir hatten in Folge 6, hatten wir das aufeinandertreffen von Adam und den Drachen, Folge 7, den und den Drachen und dann, äh, dann noch Ulf und den Drachen in Folge 8 oder was weiß ich, das wäre dann auch wieder, das hätte sich dann, da hätte sich die Situation natürlich auch mal und jetzt hier noch das hinten ran, äh, zu machen, ja okay, wie gesagt, das größere Problem, auch mit dem Abschluss der Folge, kommt dann eher in der Szene danach, auch wenn ich verstehen kann, warum diese letzte Szene danach oder vermuten kann, warum diese letzte Szene da noch dran ist, aber so richtig, äh, oh gar nicht oder, 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 ja passend fand ich's, fand ich's nicht. Also das war wirklich, also erstens hab ich nicht damit gerechnet und zweitens fand ich's sowas von ungelenk. Ja. Denn wie kann man so eine Szene besser ausbremsen, als mit einer Ratssitzung in King's Landing? Ja, die dann aber auch, also, ja, Ratssitzungen, wie auch immer, haben wir gesagt, war dieses Mal gar nicht so viel, zumindest in Königsmund nicht, äh, aber dann auch, hier ist es ja nur mehr so, okay, es gibt sie, aber dann ist irgendwie, äh, Tumult vor den, vor den Fenstern. Ja. Und irgendwas, äh, geht dahin, man hört im Hintergrund, wie schon die, äh, ersten, äh, wie heißen sie Dinger? Ballisten? Ne, wie heißen sie denn die? Skorpione, die sollen bemannt werden. Genau, die sollen bemannt werden, so, und Eamon schreitet dann schnell mal, äh, nach draußen, äh, auf dem Balkon und schaut sich das Ganze an und tatsächlich, da sieht man, äh, einen, äh, einen Drachen dort in der Ferne, der auf Königsmund zurast, so, ja, ja, nicht so geradlinig, aber auch nicht so, also, es sieht ein bisschen wild aus, äh, und man sieht dann ja auch, dass, dass, dass Ulf darauf sitzt. Mhm, und er nicht so toll navigieren kann, ne? Ne, und da war das dann auch, aber das ist immer so, also, bei allen Drachenreite-Szenen, ja, das sieht immer, ja, sieht immer ein bisschen, ja, nicht so gut aus, wie das, äh, wie das in der Höhe, aber das ist halt auch, ja, ja, wie, wie sie da an ihren Griffen da immer gezeigt werden, ne? Das ist so ein bisschen, das schreit so ein bisschen Volume, ja, 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 und das ist halt, du hast, du hast zuvor diese, diese doch schon längere Sequenz, wo von Rhaenyra, ähm, also die Bastard, der kommt zu Rhaenyra, Rhaenyra redet mit ihm, sie führt sie dorthin, ähm, die Sache, äh, eskaliert, die Sache, die wäre nach unten gestoßen, spielt sich unten das ab, ähm, mit dem dann, äh, findet dir das Aufeinandertreffen von Vermittor und You statt oder dieses Zusammenfinden, dann hast du dort nach Abseits dessen Ulf, der sich dort verläuft und das ist alles so mehr oder weniger eine lange Sequenz oder eine lange Szene, die so, die sich so organisch verfließt oder die halt mehr oder weniger in Echtzeit erzählt ist. Und dann hast du in diesen letzten Moment, in, ja, in zwei Minuten, ja, oder drei Minuten gefühlt, ähm, hast du noch, äh, die Ratssitzung, Eamon macht's Fenster auf und guckt, was ist da, und Ulf kommt angeflogen, Eamon sattelt seinen Drachen, Eamon fliegt Ulf hinterher, also die fliegen zurück nach Drachenstein und dann in so einer kurzen Zeit, äh, nochmal so stark oder so überstürzt, diese, diese gerade genannten, äh, Punkte abzufliegen, im wahrsten Sinne des Wortes, nur um dann, und deswegen nehme ich an, dass man das vielleicht so gemacht hat, um dieses Bild vom Anfang zu spiegeln, in dem sich zwei Drachen mehr oder weniger gegenübersteht, in dem man am Ende, ähm, die, die Drachen nicht direkt gegenüberstehen hat, aber zumindest dieses Bild hat von, auf der einen Seite, Ulf irgendwo, äh, aber vor allen Dingen auch Rhaenyra, die ja dann nochmal, äh, dort draußen steht, und auf der anderen Seite, Daemon, der, äh, Vhagar, äh, Daemon sag ich schon, Aemon, der, der Vhagar dann davon abhält, äh, noch weiter zu fliegen, sondern sich ja eigentlich nur mal kurz vergewissern wollte, oder so, was, was ist das, was ist hier los, nur um dieses Bild, ja, keine Ahnung, das wirkte auf mich dann, doch sehr forciert. Ja, sehr überstürzt, ne, von wegen, wir brauchen jetzt irgendwie den, den großen, imposanten Cliffhanger, wobei das, das Schlussbild fand ich schon verdammt toll, also gut, wie Rhaenyra da steht, kann ich, das wirkt ein bisschen konstruiert, aber, dann halt die, drei Drachen um sie herum, also Syrax, äh, zu ihrer Rechten, im Hintergrund wahrscheinlich dann Silberschwinge auf dem, den Zinn von Dragonstone, da, da kommt so ein bisschen was, was hoch von, von Game of Thrones Staffel 7, ne, so, so ein bisschen so, zu, zu überstürzt, also auch wenn es ein starkes Schlussbild ist, ich mochte das auch sehr, wie Rhaenyra da erst so entschlossen steht, die Drachen brüllen, und dann ist totale Stille, und dann kommt das Schwarzbild, also weil normalerweise, ziehen die diese Drachenschreie, das, vor allem bei den Folgen von Migesa Potschnik, musst du mal drauf achten, die ziehen diese Drachenschreie immer bis in den Abspann rein, und diesmal gar nicht, diese totale Stille, und dann, bam, Abspann, ja, das fand ich, das fand ich gut. Ja, ich glaube, man wollte auch vor dem Staffelfinale, jetzt nochmal so einen, so einen Moment einfach aufbauen, und das Ganze einfach nochmal so in Szene setzen, wie gesagt, ich fand's wirklich, äh, überstürzt am Ende, also das, ich hätte das jetzt so nicht gebaut, auch wenn das, äh, Schlussbild natürlich sehr wirkungsvoll ist, aber es wird vielleicht doch darauf hinauslaufen, und dass es im Staffelfinale nochmal, nochmal heiß zur Sache geht, und da wollte man das wahrscheinlich einfach nochmal, der Eindrücklichkeit halber, nochmal so, äh, inszenieren, um auch nochmal zu sagen, ja, das Pendel, von dem ich in Folge 5, ähm, gesprochen habe, das schlägt, schlägt schon eine ganze Weile jetzt, aber jetzt auch wieder wirklich sehr stark auf die Seite von Rhaenyra, ja, und das einfach als Schlussbild, ja, ich weiß nicht, es gibt eine nette Klammer zum, zum Anfang, mhm, aber die Klammer hätte man vielleicht auch, also entweder weglassen oder anders lösen können, anstatt mit so einem, also völlig überhastet, und dann auch nochmal, warum, also, ja, man musste nochmal Vaga reinbringen, ne, ja, und gut, dass auch Ulf da nicht getroffen wird, ähm, weil so unkontrolliert, wie er da rumfliegt, da hätte es auch, das wäre natürlich auch ein schönes Ending gewesen, wenn er direkt abgeschossen wird, und direkt wieder abstürzt, also, ja, das wäre Game of Thrones gewesen, ja, genau, also, sowas, äh, ja, von wegen, ich bin der König der Welt, oder, genau, und dann, dann landet er auf die Kneipe, direkt auf die Stadt, kracht er, genau, kracht er so in die Kneipe rein, und dann, und dann, alle stehen dann nur so da, mit ihrem, mit ihrem Bier noch, und so, äh, Ulf, wir haben's dir doch gesagt, Ulf, der Drachenleiter. Genau, und dann hätten sie so angestoßen noch. Ja, okay, ja gut, soweit, äh, äh, finde ich lustig, dass wir das jetzt so gesponnen haben. Ja, nee, also, ich fand das, ich fand das irgendwie, ach Gott, das wirkte so reingepfropft, also, nicht nur, dass diese Ratssitzung, diese ganze Nummer nochmal aus, also, das, das ist so komisch, du hast erst diese Ratssitzung, die diese Folge in ihrer Stimmung total ausbremst, und dann, dann rast sie plötzlich, äh, zehnmal so, so schnell wie gewöhnlich voran, also, das ist total seltsam. Ich hab, ja, ja, eben halt auch einen Kontrast zu der sehr langen Sequenz vorher, aber ich hab auch nicht verstanden, warum das jetzt unbedingt auch, warum man unbedingt die Ratssitzung da jetzt haben musste, also, oder überhaupt, hätte man vielleicht auch anders, anders auflösen können, dass Aiment das, an anderer Stelle mitbekommt, oder, ja, oder einfach auf, äh, Vega da, äh, das mitbekommt, aber ja, weiß ich nicht. Ja, es ist, es ist natürlich so, dass, also, in der Ratssitzung kann ich immer kurz rekapitulieren, ähm, ja gut, vielleicht soll da natürlich auch zum Ausdruck gebracht werden, dass, dass Aiment sich nicht, ja gut, dass der sich jetzt nicht großartig für das interessiert, was da erzählt wird, ist ja auch nichts Neues. Ja gut, vielleicht sollte es auch so aus der Situation heraus, ne, also, dass der da eigentlich einfach langweilig ist. sitzt und dann auf einmal hört, Drache, Drache, ne, das, aber, äh, so, so kleiner, also wenn ich das nur kurz dranhängen darf, aus der Ratssitzung, äh, damit bremse ich jetzt auch unseren Podcast aus, ich weiß, das, was hier verhandelt wird, das klingt halt auch eher so wie Teaser für Staffel 3, also von wegen, hier wird dieser, ja so, Prinz, äh, Darren, ne, auf seinem Drachen Thessarion, der wird hier halt so angeteasert, ne. Ja, es ist auch, also, ich fand's, im Panzer auch als Teaser dann diesen, diesen Tumult halt von außen, man hätte vielleicht dann noch, wenn man sich so ein bisschen an Gamma Frons erinnert, und auch welche Rolle die, 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 die Folgen, die vorletzten Folgen einer Staffel immer hatten, mh, war vielleicht auch noch so ein kleiner, äh, so ein, so ein Teaser so von wegen, oh, was passiert denn jetzt noch? Und letztlich ist es nur ein unkontrollierter Drachenflug. Aber ich fand's ja zumindest schön, dass wir jetzt wirklich keine große, äh, Eskalationsspirale hatten, wie es dann in den vorletzten Folgen von Game of Thrones immer war, das, ich weiß nicht, ich glaub, man, man hebt sich da jetzt, äh, vielleicht nicht den allergrößten Knall, aber zumindest noch was fürs Finale auf. Mhm. Ja, mal schauen. Ja, und der Knall findet auf jeden Fall nicht in, in dieser Ratssitzung statt, die, die halt wirklich so, ja, Teaser, Teaser ist, also, hatte ich ja schon oft erwähnt hier, Darren, äh, äh, Darren Targaryen, der ist noch nicht mal gecastet worden, der Schauspieler, also den werden wir nicht mehr zu Gesicht kriegen. Was aber Ryan Condit zumindest eingelöst hat, er hat ja gesagt, dass wir insgesamt fünf Drachen zu Gesicht kriegen werden, also wirklich fünf große Drachen in dieser Staffel und ja, so langsam, aber sicher, muss er dem natürlich jetzt nachkommen und, äh, sagen wir mal ehrlich, wir haben wirklich Drachen pur in dieser Folge bekommen. Ja, und das, und da bin ich hier, der eigentlich gar nicht so ein Riesendrache-Fan. ist. Ja, da hatte ich, hatte ich dir auch glaube ich getrieben, als ich fertig war. Ja, ja. In dem Screener ist es eher eine Folge für Sven. Aber ey, Sven darf vielleicht nochmal im Finale ran. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass es auch da Drachen zu sehen gibt. Ja, natürlich. Aber die nächste Folge ist von, du weißt, wer sie gedreht hat, oder? Ja, äh, von der, Jita. Genau, Jita. Die, ähm, ja, da hatten wir am Anfang der Staffel, im Staffel Ausblick drüber gesprochen, dass sie jetzt hier eine Finale-Episode spendiert bekommt oder dass sie das inszenieren darf. Sie und ihre wunderbare Kamerafrau, äh, wo ich mich schon sehr drauf freue. Aber wir sind jetzt, äh, bei dieser Folge am Ende und können glaube ich nochmal so ein kleines Fazit fällen und natürlich dann auch, obwohl wir haben es jetzt eigentlich schon im Verlauf gebracht, unseren Titelpick. Ähm, aber Paul, du bist der Gast und daher Vala Morgulis. Ähm, also mein Titelpick erstmal, keine Ahnung, ich bin irgendwie immer noch bei, äh, die bronzene Furie oder der bronzene Zorn, je nachdem wie, wie Vermithores, ähm, Name im, im Deutschen übersetzt wird. Wobei, bei leichter Tendenz auch immer noch bei dir bin. Ähm, die Folge an sich, ich finde, die Folge schafft es besser, äh, mal Stränge zu bündeln, wie es die letzten Folgen getan haben, aber auch der Tatsache geschuldet, dass es eben auf was hinausläuft und dass einige Puzzlesteine jetzt hier eben zusammengesetzt werden. Mhm. Es ist eine solide Folge wieder, aber ich weiß nicht, es ist immer noch nicht so, dass, dass das ganz große, herausragende, also für mich verpasst es, dass aktuell noch so, wirklich so richtig große Akzente zu setzen. Und das meine ich nicht unbedingt im Hinblick jetzt auf Actionsequenzen oder auf, auf die, auf epische Drachenauftritte, sondern eher dahingesehen, wie, wie, wie Storystränge ineinander gipfeln oder wie sie überhaupt zu so einem Gipfelpunkt, ähm, kommen. Und das ist eben wieder diese Funktion, die wir am Anfang angesprochen haben, so einer, wie einer Vorbereiterstaffel. Ja. Und mit dieser, oder Überleitungsstaffel, oder mit dieser Funktion, habe ich mich jetzt so ein bisschen abgefunden, ähm, und kann da den Frust einiger auch ein Stück weit nachvollziehen, weil man ja eigentlich gedacht hatte, so Staffel 1 ist so die, die, die Aufbaustaffel gewesen und in Staffel 2 geht's jetzt komplett rund, in der Staffel 2 geht's jetzt, ging's jetzt ja auch schon rund an der einen oder anderen Stelle, aber es ist, ja, noch nicht, das, das große Ding gewesen, aus, aus meiner Perspektive. Ähm, ja. Naja, es ist immer noch viel Build-Up tatsächlich, ne, wobei jetzt schon, also diese ganze Drachensamenhandlung, die hat jetzt zumindest endlich mal wirklich so, äh, eingebogen in, in gewissen Gipfel, sag ich mal, in einstweiligen, also da kommt ja noch einiges und, äh, in Staffel 3 wird's wirklich rund gehen, definitiv. Ja, also diese, dieser Übergangscharakter, der schält sich immer mehr bei der Staffel raus, er war auch irgendwo vorherzusehen, die Folge hier an sich, oh, die ist halt wirklich so zweischneidig, es gibt so wunderbare Szenen, wo gar nicht viel gesprochen werden muss, die aber trotzdem so im Gesamtkontext ein bisschen verloren wirken und zum anderen haben wir dann die, wo dann wieder, äh, ein bisschen, ein bisschen zu viel erklärt wird und zu, zu überoffensichtlich, die dann wiederum, ja, äh, also nicht jetzt zu lang gezogen sind, aber wo man sich dann denkt, hätte ich das jetzt so in der Form gebraucht, das klingt jetzt alles negativer, als es ist, ich fand die Folge trotzdem ziemlich gut, ich fand sie auch besser als die vorherige, inszenatorisch ist das hier schon wirklich richtig beeindruckend, ne, mit dieser, mit dieser Saat der Samen, also das ist, das, das könntest du auch so im Kino zeigen eigentlich, in, in Teilen, zumindest diese Plansequenz und, äh, ja, es ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, ich bin gespannt, was jetzt im Finale kommen wird, äh, ja, und mein Pick ist immer noch, äh, Seeds of the Dragon für, für diese Folge, äh, vielleicht klappt es ja diesmal, fingers crossed, ja, und, äh, ansonsten hätte ich, glaube ich, auch gar nichts mehr zu der Episode zu sagen, außer natürlich, äh, vielen Dank nochmal an dich, Paul, äh, dass es jetzt wirklich, äh, trotz diverser Widerstände doch noch geklappt hat, und, ähm, ich bin froh, wenn diese Folge hier Dienstagnachmittag erscheinen kann, aber wir haben jetzt, äh, gerade Sonntagnachmittag, und, äh, damit davon noch was übrig bleibt, würde ich sagen, kommen wir hier zum Ende, ich danke euch natürlich da draußen auch, äh, sehr fürs Zuhören, wie immer, ihr dürft natürlich uns, äh, gerne Feedback geben, ob nun beim YouTube Upload, auf tele-stammtisch.de oder neuerdings auf unserem Discord-Server, da könnt ihr auch persönlich mit uns, äh, in Kontakt treten, äh, wenn ihr wollt, wie das schon ein paar, äh, von euch getan haben, da würden wir uns sehr drüber freuen, ja, und ansonsten, The Boys ist, glaube ich, durch, dafür muss ich keine Werbung mehr machen, und, äh, hatte ich auch nie so richtig Spaß dran, ähm, ich überlasse dir natürlich, Paul, äh, also, nächste Woche wirst du es wahrscheinlich nicht nochmal schaffen, die nächste Folge ist auch, glaube ich, ein bisschen reserviert für Sven, ähm, und ich, 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 ich lache mich tot, wenn das ne Aufbau- und Laber-Folge wird. Kein, kein einziger Drache, die Drachen sind erschöpft für diese Staffel. Ja, die haben das, die haben das ganze Budget hier eingekloten. Das ist einfach eine große, eine große Ratssitzung. Genau. Die nur aus Schuss gegen Schuss besteht. Genau, richtig. Naja, äh, wir werden sehen, und, äh, ich klinke mich an dieser Stelle aus einmal mehr etwas ermüdet, aber auch, ähm, erfreut, dass du hier warst mit Valamorgoulos und überlasse dir natürlich das letzte Wort. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.